Novellen von Guy de Maupassant, übersetzt von Georg von Omteda. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Liebe aus dem Tagebuch eines Jägers von Guy de Maupassant Ich habe eben unter den vermischten Nachrichten einer Zeitung ein Liebesdrama gelesen. Er hat zuerst sie getötet und dann sich. Also liebten sie sich. Was geht er oder sie mich an? Nur die Liebe interessiert mich. Nicht, weil sie mich rührt oder Wunder nimmt, weil sie mich bewegt oder nachdenklich stimmt, sondern weil sie mir eine Jugenderinnerung ins Gedächtnis zurückruft, eine seltsame Jugenderinnerung, bei der mir die Liebe erschien wie den ersten Christen am Himmel das Kreuz. Mir hat die Natur alle Instinkte und Sinne des Naturmenschen gegeben, die nur durch allerlei Überlegung und Beweggründe der Zivilisation abgeschliffen sind. Ich liebe die Jagd leidenschaftlich und das erlegte, blutende Tier, Blut auf seinem Gefieder, Blut an meinen Händen machen mir das Herz höher schlagen. In jenem Jahr kam die Kälte gegen Ende des Herbstes ganz plötzlich, und einer meiner Vettern, Karl von Roville, lud mich ein, mit ihm in Sumpf und Teich bei Tagesanbruch Enten zu schießen. Mein Vetter war ein rothaariger, kräftiger, bärtiger Landjunker von vierzig Jahren. Er war ein etwas stumpfer, liebenswürdiger Mensch, von heiterem Charakter und von jenem gallischen Geist beseelt, der auch mittelmäßige Menschen zu ganz angenehmen Gesellschaftern macht. Er bewohnte einen schloßartigen Hof in einem breiten Tal, das ein Wasserlauf durchzog. Rechts und links lagen bewaldete Hügel, alte, herrschaftliche Wälder, in denen noch wunderbare, mächtige Bäume standen, und wo es den besten Federwildbestand dieses Teiles von Frankreich gab. Ab und zu schoß man Adler und Zugvögel, die sonst beinah nie in unseren zu sehr bevölkerten Landstrich kommen, fielen immer in diesen hundertjährigen Waldungen ein, als ob sie ein Stück dieses altehrwürdigen Waldes kennten oder wiedererkennten, der stehen geblieben war, um ihnen bei ihrer kurzen nächtlichen Rast als Schutz zu dienen. Im Tal dehnten sich große Wiesen aus, von Wassergräben durchzogen und durch Hecken abgeteilt. Weiter unten verlor sich dann das Flüßchen, das oben kanalisiert gewesen, in weitem Sumpf und Moor. Dieser Sumpf, das wundersamste Jagdgebiet, das mir je vorgekommen, war der ganze Stolz meines Vetters, der ihn unterhielt wie einen Park. In dem gewaltigen Schilf, das ihn überall bedeckte, belebte, in dem es rauschte und wogte, waren gerade Wege ausgeschnitten, worauf über das tote Wasser flache Boote, die mit Hilfe von Stangen vorwärts gestoßen wurden, stumm dahin glitten, indem sie die Weiden streiften und die schnellen Fische durch das Röhricht hetzten und die Wildenten, deren schwarzer, spitzer Kopf schnell verschwand, zum Untertauchen zwangen. Ich liebe das Wasser über alles, das Meer, wenn es auch zu groß und wild ist, als daß man es sich unterjochen könnte, die hübschen Flüsse, die aber doch davoneilen, entfliehen und vor allem den Teich, in und an dem eine ganze Welt von Wassertieren lebt. Der Sumpf ist eine Welt für sich, ganz verschieden von allem anderen. Er hat sein eigenes Leben, seine ständigen Bewohner und seine Wandergäste, eigene Stimmen, eigene Geräusche und vor allem etwas Wundersames. Es gibt oft nichts Seltsameres, nichts Beunruhigenderes, nichts, das einen mehr erschrecken kann, als so ein Bruch. Woher kommt diese seltsame Angst, die über diesen niedrigen, mit Wasser bedeckten Ebenen schlummert? Sind es die unbestimmten Geräusche im Schilf, die fantastischen Irrlichter, die tiefe Stille, die in ruhigen Nächten darauf ruht, oder die seltsamen Nebelgestalten, die wie toten Gewänder über die Weiden streichen? Oder ist es das ewig leise Kluxen und Plätschern, so leicht, so weich und manchmal fürchterlicher doch als Kanonengebrüll der Menschen oder die Donner des Himmels? Es macht aus Sumpf und Bruch Traumländer, vor denen man sich hüten muss, die ein gefährliches, seltsames Geheimnis bergen. Nein, etwas anderes ruht darauf. Ein anderes Wunder, tiefer, ernster, schwebt darüber in den dichten Nebeln. Vielleicht das Mysterium der Schöpfung selbst. Denn ist nicht in diesen stehenden, schlammigen Gewässern, in der schweren Nässe der feuchten Erde, unter der Sonnenglut, der erste Lebenskeim gesprossen und ans Licht gestiegen? Ich kam abends bei meinem Vetter an. Es war eine Kälte, daß die Steine hätten platzen können. Um halb vier Uhr morgens wollten wir aufbrechen, damit wir gegen ein halb fünf Uhr an unserem bestimmten Stande wären. Dort hatte man aus Eisstücken eine Hütte gebaut, um uns Schutz zu bieten gegen den fürchterlichen Wind, der bei Tagesanbruch einsetzt, jenen eisigen Wind, der die Haut entzwei schneidet wie mit einem Messer, der ein Prickeln verursacht, als würde man mit vergifteten Nadeln gestochen und einen packt wie mit der Zange und brennt wie mit Feuer. Mein Vetter rieb sich die Hände und sprach, so eine Kälte ist mir noch nie vorgekommen. Heute Abend um sechs hatten wir schon zwölf Grad unter Null. Nach der Mahlzeit warf ich mich auf mein Bett und schlief beim Scheine des Feuers ein, das im Kamin flankte. Punkt drei Uhr weckte man mich. Ich zog einen Schafspelz an und ging zu meinem Vetter Karl, der in einen Bärenpelz geschlüpft war. Wir schütteten zwei Tassen glühend heißen Kaffee hinab, denen wir zwei Gläser Kognak folgen ließen, und dann brachen wir auf in Begleitung eines Jägers und unserer beiden Hunde Plangeant und Pierrot. Sofort bei den ersten Schritten draußen fühlte ich mich durchkältet bis auf die Knochen. Es war einer jener Nächte, wo die Erde vor Kälte tot zu sein scheint. Die Kälte wird dann so gewaltig und tut so weh, als faßte sie einen an. Kein Lufthauch regt sich. Es ist, als stünde die Luft unbeweglich still und die Kälte beißt, bohrt, trocknet, tötet die Bäume, die Pflanzen, die Insekten. Sogar die kleinen Vögel fallen von den Zweigen auf den harten Boden und werden hart wie der Erdboden unter der eisigen Umarmung der Kälte. Der Mond stand im letzten Viertel. Bleich neigte er sich zur Seite, als ob er umfallen wolle im großen Himmelsraum und so schwach wäre, daß er nicht mehr weiter gehen könnte und nun dort bleiben müßte, weil auch ihn die eisige Kälte festgebannt. Der Mond warf ein trauriges, schwaches Licht auf die Erde herab, jenen sterbenden, fahlen Schein, mit dem er uns immer beim Abnehmen bestrahlt. Karl und ich gingen Seite an Seite vorübergebeugt dahin, die Hände in den Taschen, das Gewehr unter dem Arm. Wir hatten Tücher unter die Sohlen gebunden, um auf dem gefrorenen Fluß nicht auszurutschen. So waren unsere Schritte unhörbar geworden. Und ich betrachtete den weißen Dampf, den der Atem unserer Hunde in der Luft abzeichnete. Wir waren bald am Sumpfgebiet angekommen und betraten eine jene Alleen im trockenen Schilf, die schnurgerade in diesen niedrigstehenden Wald hineingeht. Unsere Ellenbogen streiften die langen, herunterhängenden Blätter, so daß es leise hinter uns raschelte. Und wie noch nie packte mich die wundersame, mächtige Stimmung, die der Sumpf ausübt. Er war tot, tot vor Kälte, da wir doch darauf gehen konnten, mitten durch diesen Wald von trockenem Rohr. Plötzlich entdeckte ich bei einer Biegung der Allee die Eishütte, die man gebaut hatte, um uns Schutz zu gewähren. Ich trat ein, und da wir noch beinahe eine Stunde bis zum Aufbruch der Wandervögel zu warten hatten, wickelte ich mich in eine Decke und versuchte, mich zu wärmen. Ich lag auf dem Rücken und betrachtete den wunderlich gestalteten Mond, der durch die durchsichtig eisigen Wände unseres Polarhauses gesehen, vier Hörner zu haben schien. Aber die Kälte des gefrorenen Sumpfes, die Kälte dieser Mauern, die Kälte, die vom Firmament herabstrahlte, durchdrang mich so fürchterlich, daß ich anfing zu husten. Mein Vetter Karl wurde ängstlich und meinte, »Ach was, wenn wir auch heute nicht viel zur Strecke bringen, ich möchte doch nicht, daß du dich erkältest, wir wollen Feuer machen.« Und er gab dem Jäger Befehl, Schilf abzuschneiden. Das wurde in der Mitte unserer Hütte, die oben ein Loch hatte, das der Rauch abziehen konnte, aufgehäuft. Und als die roten Flammen längs der hellen, kristallenen Wände emporleckten, begannen sie ganz langsam zu schmelzen, nur ganz wenig, als ob die Eisblöcke schwitzten. Karl, der draußen geblieben war, rief mir zu, »Komm mal raus, das mußt du sehen!« Und ich ging hinaus und blieb erstaunt stehen. Unsere konisch geformte Hütte sah wie ein mächtiger Diamant aus, in dessen Inneren ein Feuer brannte, das plötzlich auf dem gefrorenen Boden des Sumpfes entfacht war, und da drinnen sah man zwei fantastische Gestalten, unsere Hunde, die sich wärmten. Aber ein seltsamer, im Raume verlorener Schrei erklang uns zu Häupten. Der Schein unseres Feuers weckte die wilden Vögel. Nichts packt mich so, wie dieser erste Schrei des Lebens in der Dunkelheit, ehe am Horizont das erste Licht des Wintertages anbricht. Mir ist, als ob zu dieser eisig-kalten Morgenstunde der Schrei, den das Gefieder eines Tieres dort oben dahin trägt, wie ein Seufzer sei der Weltenseele. Karl befahl, »Löschen Sie das Feuer aus, es wird Tag!« Und in der Tat erblich der Himmel und ganze Schwärme Wildenten zogen in langen Ketten hin und huschten über das Firmament. Im Dunkel zuckte ein Feuerstrahl auf. Karl hatte einen Schuß abgegeben, und die beiden Hunde stürzten davon. Nun legten wir Minute nach Minute einmal er, einmal ich die Gewehre an, sobald über dem Schilf der Schatten eines dahinfliegenden Schwarmes erschien. Und Pierrot und Blanjean brachten uns wedelnd und außer Atem immerfort ein paar blutende Tiere geschleppt, die uns oftmals noch anäugten. Der Tag war angebrochen, ein heller Tag. Die Sonne stieg am anderen Ende der Allee empor, und wir dachten daran, aufzubrechen, als noch zwei Vögel mit gerade ausgestrecktem Hals und weit ausgebreitetem Gefieder über unseren Köpfen dahin zogen. Ich schoss. Einer fiel mir beinahe zu Füßen. Es war eine Kriegente mit silbernem Bauchgefieder. Da klang im weiten Raume über mir eine Stimme, eine Vogelstimme, ein kurzer, wiederholter, herzzerreißender Schrei. Und das Tier, das kleine, seinem Schicksal noch entronnene Tier, fing an, oben im Blau des Himmels über uns zu kreisen, indem es die tote Begleiterin suchte, die ich in den Händen hielt. Karl war niedergekniet, hatte das Gewehr an die Backe gerissen, zielte und wartete, bis der Vogel nahe genug wäre. Du hast das Weibchen heruntergeholt, sagte er, und das Männchen wird nun nicht von hier weichen. Und in der Tat blieb es da. Es zog immer Kreise um uns und klagte von oben herab. Und nie hat ein Schrei der Qual mir mehr das Herz zerrissen als dieser Verzweiflungsruf, der da klang wie jammervolle Klage des armen Tieres dort oben in der Luft. Ab und zu flog es wieder davon beim Drohen des Gewehrlaufes, der seinem Fluge folgte. Es schien bereit zu sein, den Weg wieder fortzusetzen, ganz allein durch die Himmelsweiten. Aber es konnte sich nicht dazu entschließen und kam wieder zurück, um sein Weibchen zu suchen. Lass sie mal hier liegen, sagte Karl, er wird nachher schon näher kommen. Und in der Tat kam die Ente, ohne sich um die Gefahr zu kümmern, verrückt in ihrer Tieresliebe zu dem anderen Geschöpf, das ich erlegt hatte. Karl schoss. Es war, als ob man eine Schnur, an dem der Vogel gehangen, durchgeschnitten hätte. Ich sah einen schwarzen Schatten herunterschießen und hörte das Aufschlagen im Schilf. Und Pierrot brachte mir das Tier. Ich steckte sie beide, schon kalt, in dieselbe Jagdtasche und an jenem Tage noch fuhr ich nach Paris zurück. Ende von Liebe Gelesen von Hokus Pokus Im Walde von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Gemeindevorsteher wollte sich eben zu Tisch setzen, als man ihm meldete, daß ihn der Wildhüter auf dem Gemeindehaus mit zwei Gefangenen erwarte. Er ging sofort hin und sah in der Tat seinen Feldhüter vor sich, den alten Ostür, der mit ernster Miene ein älteres Ehepaar aus der Stadt bewachte. Der Mann, ein beleibter Herr mit roter Nase und weißen Haaren, schien sehr müde zu sein, während die Frau, ein kleines Weibchen im Sonntagsstaat, rund, dick, mit leuchtenden Wangen, herausfordernd den Hüter der Gerechtigkeit betrachtete, der sie gefangen genommen. Der Ortsvorsteher fragte, »Was ist denn los, Ostür?« Der Feldhüter machte seine Aussage. Er war früh zur gewöhnlichen Stunde ausgegangen, um im Gehölz von Champois bis zu der Grenze von Argenteuil seinen Patrouillengang zu machen. Er hatte auf dem Felde nichts Besonderes bemerkt. Es war schönes Wetter gewesen, und das Getreide stand gut. Da hatte der junge Bredel, der in seinem Weinberge arbeitete, ihm zugerufen, »Eh, Ostür, gehen Sie doch mal an den Waldsaum. Gleich am ersten Gebüsch können Sie ein Taubenpärchen finden. Die sind zusammen wenigstens hundertdreißig Jahre alt.« In der bezeichneten Richtung war er davongegangen, in das Unterholz getreten, und hatte dann Worte und Seufzer gehört, die den Verdacht erregten, dass es sich um ein Sittlichkeitsvergehen handelte. Er war also auf Knien und Händen, als hätte er einen Wilddieb abfassen wollen, noch näher herangeschlichen und hatte das hier stehende Ehepaar gerade in dem Augenblick abgefasst, als es sich seinem Treiben überlassen. Der Ortsvorstand betrachtete ganz erschrocken die Schuldigen. Der Mann mochte wohl sechzig Jahre zählen und die Frau mindestens fünfundfünfzig. Er schickte sich an, sie zu verhören, indem er zuerst das Wort an den Mann richtete, der so leise antwortete, dass man ihn kaum verstand. Wie heißen Sie? Niccolo Bourin. Ihr Beruf? Pousamentier, Rue de Matier in Paris. Was taten Sie da im Walde? Der Pousamentier schwieg, senkte die Blicke auf seinen dicken Bauch und legte die Hände glatt auf die Schenkel. Der Ortsvorstand begann von Neuem. Bestreiten Sie, was der Beamte ausgesagt hat? Nein. Sie gestehen es also zu? Jawohl. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen? Nichts. Wo haben Sie Ihre Mitschuldige kennengelernt? Sie ist meine Frau. Ihre Frau? Jawohl. Ja, leben Sie denn nicht zusammen in Paris? Jawohl, wir leben zusammen. Ja, aber erlauben Sie mal, dann sind Sie verrückt, ganz verrückt, sich hier auf freiem Feld um zehn Uhr morgens abfassen zu lassen. Der Krämmer weinte beinahe vor Scham und murmelte, sie hat's gewollt. Ich habe ihr ja gesagt, dass es eine Dummheit ist, aber wenn ein Frauenzimmer was im Kopper hat, wissen Sie, dann hat sie's nicht anderswo. Der Ortsvorstand, der gern einen Witz machte, lächelte und antwortete, in ihrem Fall scheint mir gerade das Gegenteil richtig zu sein, sie ständen nicht hier, wenn sie es nicht anderswo als im Kopfe gehabt hätte. Da ward Herr Borin böse und wand sich gegen seine Frau. Siehste, was du mit deiner Poesie angerichtet hast? Nun sind wir schön reingefallen, jetzt kommen wir noch vor's Gericht in unserem Alter wegen Sittlichkeitsvergehen und da können wir nur gleich unsere Bude zumachen, das Geschäft verkaufen und in eine andere Stadt gegen ziehen, da sitzen wir schön drin. Frau Borin stand auf und gab ohne ihren Mann anzublicken, ohne Verlegenheit und ohne falsche Scham, beinahe ohne Zögern folgende Erklärung ab. Mein Gott, Herr Vorstand, ich weiß ja, daß wir uns lächerlich gemacht haben. Wollen Sie mir erlauben, wie ein Advokat über meine Sache zu sprechen oder vielmehr wie eine arme Frau und ich hoffe, daß Sie uns so entlassen und uns die Schande einer Anklage ersparen werden. Vor langen Jahren, als ich jung war, habe ich eines Tages hier in der Gegend die Bekanntschaft des Herrn Borin gemacht. An einem Sonntag war's, er war Kommiss in einer Kurzwarenhandlung und ich Ladenmädchen in einem Konfektionsgeschäft. Ich erinnere mich dessen noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ab und zu kam ich sonntags hier heraus mit einer Freundin, mit Rosa Levesque, mit der ich in der Rue Pigalle zusammenwohnte. Rosa hatte einen Schatz und ich nicht. Er kam mit uns hierher. Eines Sonnabends erklärte er mir lachend, dass er am nächsten Tag einen Kameraden mitbringen würde. Ich verstand schon, was er wollte, aber ich sagte, das sei unnütz, denn ich war anständig hervorstand. Am andern Tage trafen wir in der Eisenbahn Herrn Borin. Damals sah er recht gut aus, aber ich war entschlossen, keine Dummheiten mit ihm zu machen, und ich tat es auch nicht. Wir kamen also nach Baison. Es war prachtvolles Wetter, ein Wetter, das einem Herz im Leibe lacht. Mir wird nämlich, wenn es so schön ist, heute noch genauso wie damals ganz närrisch, dass ich gleich heulen könnte. Wenn ich in der Natur bin, werde ich ganz verdreht. Das Grün, der Gesang der Vögel, das Getreide, das sich im Winde bewegt, die Schwalben, die so schnell Das ist, wie wenn man Champagner trinkt und ist ihn nicht gewohnt. Kurz, es war wundervoll, hell, freundlich, daß das Auge gar nicht genug sehen konnte und man mit tiefen Zügen die Luft einsog. Rosa und Simon küßten sich alle Augenblicke. Ich mußte das immer mit ansehen. Herr Bourin und ich schritten hinter ihnen her, ohne ein Wort zu sprechen. Wenn man sich nicht kennt, weiß man nicht zu sagen. Er sah schüchtern aus, und mir machte es Spaß, daß er so verlegen war. Da kamen wir an das kleine Wäldchen. Dort war es frisch wie in einem kühlen Bade und wir setzten uns ins Gras. Rosa und ihr Schatz hielten sich darüber auf, daß ich so ernst reinschaue. Aber wissen sie, ich konnte doch dann flüsterten sie miteinander, standen auf und gingen ins Gebüsch, ohne ein Wort zu sagen. Sie können sich denken, welch törichtes Gesicht ich wohl gemacht habe dem jungen Mann gegenüber, den ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ich war so verdutzt, als die beiden anderen einfach davon gingen, daß ich plötzlich Mut bekam und anfing zu sprechen. Ich fragte, was er triebe. Wir sprachen also ein paar Augenblicke miteinander. Da faßte er Mut und wollte unternehmender werden, aber ich habe ihm tüchtig den Standpunkt klar gemacht. Ist es nicht so, Borin? Herr Borin, der verlegen auf seine Füße blickte, antwortete nicht. Sie fuhr fort. Da begriff der junge Mann, daß ich anständig sei und fing an, auf ganz nette Art und Weise als ehrlicher Junge mir den Hof Tage kam er jeden Sonntag wieder. Er war sehr in mich verliebt. Und ich liebte ihn auch sehr, sehr. Oh, er war früher ein hübscher Kerl. Kurz im September heiratete er mich und wir machten einen Laden auf in der Rue des Martires. Ach, während der ersten Jahre ging's schlecht. Da mußten wir uns mal schinden. Das Geschäft wollte nicht vorwärts gehen. Wir konnten uns keine Landpartien mehr leisten. Und dann entwöhnten wir uns dessen allmählich. Man hat andere Sachen im Kopf, man denkt mehr ans Portemonnaie als an die Liebelei, wenn man Kaufmann ist. Wir wurden allmählich alt und merkten es nicht und waren ruhige Leute geworden, die kaum mehr an die Liebe denken. Man bedauert nichts weiter, wenn man nicht merkt, was einem fehlt. Und dann hervorstand, die Geschäfte gingen besser und wir waren unserer Zukunft einigermaßen sicher. Und da weiß ich wirklich nicht mehr, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Da fing ich an zu träumen, wie ein Pensionsmädchen. Nicht die Wägelchen sah, worauf in den Straßen die Blumen feil geboten werden, hätte ich heulen können. Der Feilchen Duft zog bis in den Laden hinein, wo ich auf meinem Stuhl an der Kasse saß und ließ mein Herz schlagen. Ich stand auf und stellte mich in die Ladentür, um den blauen Himmel zwischen den Dächern dort oben zu betrachten. Wenn man so den Himmel von einer Straße aus beguckt, sieht er aus wie ein Fluss, wie ein langer Fluss, der in vielen Windungen über Paris hin läuft. Und da oben schießen dann im Alter solche Ideen hat, aber wissen Sie, Herr Vorstand, wenn man sein ganzes Leben gearbeitet hat, da kommen einem Augenblicke, wo man plötzlich merkt, man hätte wohl auch was anderes machen können. Und dann kommt die Reue. Ja, die Reue. Sehen Sie, 20 Jahre lang hätte ich in den Wald hinausgehen können und küssen und kosen wie alle anderen, wie alle anderen Frauen. Ich dachte daran, wie schön es sein müsste, dort unter dem Laubendach zu liegen mit jemandem, den man liebt. Und jeden Tag dachte ich daran, jede Nacht, ich träumte sogar lange vom Mondschimmer auf dem Strome, bis mich beinahe die Lust überkam, mich zu ertränken. Zuerst hätte ich das meinem Mann gar nicht sagen dürfen. Ich wusste nur zu gut, dass er sich über mich lustig machen und mir sagen würde, verkauf lieber Zwirren und Nadeln. Und dann, um's nur zu gestehen, hatte mir Herr Borin auch nicht mehr viel zu sagen. Und wenn ich in den Spiegel sah, begriff ich doch, dass auch ich niemand mehr was groß zu sagen hätte. Da faßte ich einen Entschluß und schlug und schlug ihm vor, wir sollten eine Landpartie dorthin machen, wo wir uns kennengelernt. Ohne sich etwas dabei zu denken, nahm er an, und da kamen wir diesen Morgen so gegen neun hierher. Er sagte immer fort, du bist ja verrückt, du bist ja verrückt, was hast du denn nur heute früh? Aber ich hörte nicht auf ihn, ich hörte nur auf mein Herz, und ich drängte ihn in den Wald, und da geschah's. Er vorstand, ich habe die Wahrheit gesagt, die reine Wahrheit. Der Vorstand war ein Mann von Geist. Er stand auf, lächelte und sagte, »Liebe Frau, gehen Sie in Frieden und zündigen Sie nicht wieder im Walde.« Ende von »Im Walde«, gelesen von Hokus Pokus Vision von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Anläßlich eines kürzlich entschiedenen Prozesses sprach man vom Zwangsverfahren. Es war gegen Ende einer kleinen Abendgesellschaft in einem alten Haus der Rue de Grenelle. Jeder wußte eine Geschichte zu erzählen, und jeder behauptete, seine Geschichte sei wahr. Da stand der alte, 82-jährige Marquis de la Tour Samuel auf und lehnte sich an den Kamin. Dann sagte er mit etwas zitternder Stimme, »Auch ich weiß etwas Seltsames, so seltsam, dass es mich mein ganzes Leben hindurch verfolgt hat. Die Geschichte ist nun 56 Jahre her, doch geht kein Monat vorüber, wo ich nicht wenigstens einmal davon träume. Jener Tag hat mir einen solchen Eindruck gemacht, eine solche Angst eingeflößt, dass mir das alles heute noch gegenwärtig ist. Ja, mich packte damals eine derartige Furcht, vielleicht zehn Minuten lang, dass mir seit der Stunde eine Art Beklemmung in der Seele geblieben ist. Jedes plötzliche Geräusch geht mir durch und durch. Wenn ich in der Dämmerung Gegenstände nicht genau erkennen kann, so überfällt mich die rasende Angst, um davonzulaufen. Kurz, ich fürchte mich im Dunkeln. Früher, als ich noch jünger war, würde ich das nicht eingestanden haben. Jetzt kann ich ja alles sagen. Wenn man erst 82 Jahre alt geworden, ist es erlaubt, vor eingebildeter Gefahr zu zittern. Vor wirklicher Gefahr, meine Damen, bin ich nie zurückgewichen. Diese Geschichte hat mich so verstört, hat in mir so tiefe Spuren zurückgelassen, ergriff mich so sonderbar, so furchtbar, dass ich sie sogar niemals erzählt habe. Ich habe sie im tiefsten Innern meines Herzens verschlossen, wo man Geheimnisse bewahrt, deren man sich vor dem eigenen Herzen schämt. All jene Schwächen, die man nicht eingestehen kann, die aber doch in unserem Dasein vorkommen. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, wie sie sich zugetragen hat. Ich versuche nicht, sie Ihnen zu erklären. Gewiß kann sie erklärt werden, wenn ich nicht geradezu verrückt gewesen sein sollte. Aber nein, verrückt war ich nicht, und ich will Ihnen den Beweis davon geben. Denken Sie sich dabei, was Sie wollen, und hören Sie jetzt ganz einfach die Tatsachen. Es war im Juli 1827. Ich stand damals in Rouen in Garnison. Als ich eines Tages auf dem Quai spazieren ging, begegnete mir jemand, den ich zu erkennen glaubte, ohne jedoch im Augenblick zu wissen, wer es war. Unwillkürlich machte ich eine Bewegung, um stehen zu bleiben. Der Fremde wurde dessen gewahr, blickte mich an und fiel mir um den Hals. Es war ein Jugendfreund, den ich sehr lieb gehabt. Seit fünf Jahren hatte ich ihn nicht gesehen, und seitdem schien er um fünfzig Jahre gealtert. Sein Haar war ganz weiß. Er schritt gebeugt dahin, wie vollständig entkräftet. Er begriff meine Überraschung und erzählte mir sein Leben. Ein furchtbares Unglück hatte ihn derart gebrochen. Er hatte sich sterblich in ein junges Mädchen verliebt und sie in eine Art Glückstaumel geheiratet. Nach einem Jahr übermenschlichen Glückes und sich immer gleichbleibender Leidenschaft war sie plötzlich an einem Herzleiden gestorben, wahrscheinlich ein Opfer gerade ihrer Leidenschaft. Er hatte am Tage des Begräbnisses sofort sein Schloss verlassen und sein Haus in Rouen bezogen. Dort lebte er einsam und verzweifelt, von einem Kummer durchwühlt, so unglücklich, dass er an Selbstmord dachte. »Da ich dich gerade wiederfinde«, sagte er zu mir, »so bitte ich dich mir, einen großen Dienst zu leisten. Hole mir doch aus dem Schreibtisch in meinem Zimmer, in unserem Zimmer, ein paar Papiere, deren ich dringend bedarf. Ich kann keinen Diener damit betrauen, auch keinen Geschäftsmann, denn ich brauche völlige Diskretion und absolutes Stillschweigen. Ich selbst aber betrete um keinen Preis der Welt wieder dieses Haus. Ich werde dir den Schlüssel des Zimmers geben, das ich selbst abschloss, ehe ich ging, und den Schlüssel zu meinem Schreibtisch. Dazu ein paar Zeilen an meinen Gärtner, damit er dich einlässt. Aber komm doch morgen zu mir zum Frühstück, da wollen wir genauer darüber reden.« Ich versprach ihm, den leichten Dienst zu leisten. Übrigens war es für mich bloß ein Spazierritt, denn seine Besitzung befand sich nur etwa fünf Meilen von Rouen entfernt. In einer Stunde konnte mich mein Pferd hinbringen. Am anderen Tag war ich um zehn Uhr bei ihm. Wir frühstückten allein zusammen, aber er sprach kaum zwanzig Worte. Er bat mich, ihn zu entschuldigen. Der Gedanke an den Besuch, den ich den Räumen abstatten sollte, wo sein Glück begraben lag, ging ihm nahe, meinte er. In der Tat schien er seltsam aufgeregt zu sein und nachdenklich, als ob in seiner Seele ein geheimer Kampf stattfände. Endlich setzte er mir genau auseinander, was ich zu tun hatte. Es war ganz einfach. Ich sollte zwei Pakete Briefe und ein Bündel Papier aus dem ersten Schubfach rechts des Schreibtisches nehmen. Er fügte noch hinzu, »Ich brauche dich wohl nicht zu bitten, sie nicht zu lesen.« Ich fühlte mich beinahe gekränkt darüber und sagte ihm das etwas lebhaft. Er stammelte, »Bitte verzeih mir, es geht mir zu nahe.« Und er fing an zu weinen. Gegen ein Uhr verließ ich ihn, um meine Sendung zu erfüllen. Es war prachtvolles Wetter, und im langen Trab ritt ich durch die Wiesen, hörte dem Trillern der Lärchen zu, während mein Säbel in gleichmäßigen Stößen an den Stiefel schlug. Dann kam ich in den Wald und ließ mein Pferdschritt gehen. Äste streiften mich, und ab und zu kam mir ein Blatt zwischen die Zähne, das ich gierig abbiß, wie man es in solchen Augenblicken überströmender Lebensfreude tut. In solchen Momenten, wo einem das Herz höher schlägt und sich die Muskeln straffen. Als ich mich dem Schloss näherte, zog ich den Brief aus der Tasche, den ich für den Gärtner bekommen hatte, und dabei bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass er versiegelt war. Das überraschte mich und ärgerte mich zugleich, so daß ich beinahe umgekehrt wäre, ohne meine Sendung auszuführen. Dann dachte ich, ich würde damit eine übel angebrachte Empfindlichkeit zeigen. Vielleicht hatte mein Freund den Brief in der Erregung, in der er sich befand, ohne es weiter zu überlegen, geschlossen. Der alte Herrensitz sah aus, als wäre er seit zwanzig Jahren verlassen. Das offene, halb verfaulte Tor hielt gerade noch zusammen. Man begriff gar nicht wie. Auf den Wegen wuchs das Gras, so daß sich die Rasenbeete nicht mehr abhoben. Ich schlug ein paar Mal an einen Fensterladen, und bei dem Lärm erschien in einer Seitentür ein alter Mann, der ganz erschrocken zu sein schien bei meinem Anblick. Ich sprang aus dem Sattel und gab ihm den Brief. Er las ihn, las ihn wieder, drehte ihn in den Händen herum, betrachtete mich von oben bis unten, steckte das Papier ein und sagte, »Also, was wünschen Sie denn?« Ich antwortete kurz, »Das müssen Sie doch wissen. Sie haben doch eben in dem Brief den Befehl Ihres Herrn bekommen. Ich will ins Schloß.« Er schien ganz fassungslos und erklärte, »Dann wollen Sie also Ihr Zimmer betreten?« Ich ward ungeduldig. »Zum Donnerwetter, was geht Sie das an?« Er stammelte, »Nein, gnädiger Herr, aber nämlich, es ist nämlich nicht geöffnet worden seit dem Tode. Wenn Sie fünf Minuten warten wollen, werde ich mal nachsehen, nachsehen, ob...« Ich unterbrach ihn wütend, »Ach, was, Sie wollen mich wohl zum Besten halten? Sie können ja gar nicht herein. Hier ist ja der Schlüssel.« Er gab keine Antwort. Endlich sagte er nur, »Gut, gnädiger Herr, dann werde ich Ihnen den Weg zeigen.« »Zeigen Sie mir die Treppe und lassen Sie mich allein. Ich werde das Zimmer schon ohne Sie finden.« »Aber, gnädiger Herr, nämlich...« Nun wurde ich aber wirklich böse. »Jetzt halten Sie mal den Mund, sonst kriegen Sie es mit mir zu tun.« Ich stieß ihn heftig beiseite und trat ins Haus. Zuerst ging ich durch die Küche, dann durch zwei kleinere Zimmer, die der Mann mit seiner Frau bewohnte. Darauf kam ich über einen großen Vorsaal und ging die Treppe hinauf, wo ich sofort die Tür erkannte, die mir mein Freund beschrieben. Sie öffnete sich leicht, und ich trat ein. Das Zimmer war so dunkel, dass ich zuerst nichts erkennen konnte. Ich blieb stehen. Ein dumpfer Modergeruch schlug mir entgegen, wie er in unbewohnten, verwunschenen Räumen in toten Zimmern lagert. Endlich gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit, und ich konnte ziemlich deutlich ein großes Zimmer unterscheiden, das sich in Unordnung befand. Ein Bett stand darin, ohne Betttücher, aber mit Matratzen und Kopfkissen. In einem der letzten sah man deutlich den tiefen Eindruck eines Ellenbogens oder eines Kopfes, als ob eben jemand darauf geruht. Die Stühle standen unordentlich umher, und ich sah, dass eine Türe, wahrscheinlich die eines Wandschrankes, halb offen stand. Ich ging zuerst ans Fenster, um Licht hereinzulassen, und wollte es öffnen, aber die Haken der Läden waren so verrostet, dass sie nicht wankten und wichen. Ich versuchte sogar, den Laden mit dem Säbel einzustoßen, aber es gelang mir nicht. Und nachdem ich mich über meine unnützen Bemühungen geärgert und sich meine Augen endlich völlig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, gab ich die Hoffnung auf, mehr Licht zu bekommen, und trat an den Schreibtisch. Ich setzte mich in einen Stuhl, ließ die Platte herunter und öffnete das bezeichnete Fach. Es war vollgestopft bis oben hin. Ich brauchte nur drei Pakete, ich wußte, wie sie zu erkennen waren, und fing an, sie zu suchen. Während ich mich bemühte, die Aufschriften zu entziffern, war es mir, als ob hinter mir etwas rauschte. Ich achtete nicht weiter darauf, denn ich dachte, dass der Luftzug irgendeine Portiere hin und her wehte. Aber nach einer Minute hörte ich ganz unbestimmt sich etwas bewegen, so daß mir ein sonderbarer Schauer über die Haut lief. Es war zu dumm, sich hier aufregen zu lassen, so daß ich aus Scham vor mir selbst mich nicht umdrehen wollte. Da fand ich das Zweite der Pakete, das ich brauchte. Als ich eben nach dem Dritten griff, klang an meiner Seite ein tiefer, schwerer Seufzer, so daß ich mit einem tollen Satz zwei Meter weit davon sprang. Dabei hatte ich mich umgedreht, die Hand am Säbelkorbe, und ich glaube, wenn ich nicht die Waffe an meiner Seite gefühlt, wäre ich davon gelaufen wie ein Feigling. Eine große, weißgekleidete Frau stand hinter dem Stuhl, wo ich noch vor einer Sekunde gesessen und sah mich an. Mir fuhr der Schreck so in die Glieder, daß ich beinahe hinten übergefallen wäre. Wer nicht einen solchen furchtbaren, törichten Schreck erlebt hat, kann ihn nicht begreifen. Es ist, als schmölze die Seele. Man fühlt den Herzschlag nicht mehr, der ganze Körper wird weich wie ein Schwamm. Es ist einem, als bräche das ganze Innere zusammen. Ich glaube nicht an Gespenster. Aber mir sind beinahe die Sinne vergangen, bei dieser grauenhaften Furcht vor den Toten. Gelitten habe ich, ach, gelitten in diesem Augenblick mehr als sonst in meinem ganzen Leben, unter einem furchtbaren Druck eines übernatürlichen Entsetzens. Hätte sie nicht gesprochen, so wäre ich vielleicht gestorben. Aber sie sprach. Sie sprach mit einer weichen, schmerzensreichen Stimme, daß mir alle Nerven zitterten. Ich wage nicht zu behaupten, daß ich wieder Herr meiner selbst geworden und zur Vernunft gekommen wäre. Nein, ich war so erschrocken, daß ich gar nicht mehr wußte, was ich tat. Aber eine Art von heimlichem Stolz, der in mir lag, vielleicht ein bisschen soldatisches Standesbewusstsein, brachte es fertig, daß ich ohne meinen Verdienst noch eine anständige Haltung bewahrte. Ich spielte mir gegenüber und vielleicht auch ihr gegenüber, sei sie nun Frau oder Erscheinung, eine Komödie. Ich habe mir das alles später selbst klargemacht, denn ich kann ihnen die Versicherung geben, daß ich im Augenblick der Erscheinung an nichts dachte. Ich hatte einfach Angst. Sie sagte, »Ach, können Sie mir einen großen Dienst erweisen?« Ich wollte antworten, aber ich brachte nicht ein Wort über die Lippen. Ich gurgelte nur etwas, und sie fuhr fort. »Wollen Sie?« »Sie können mich retten, mich heilen. Ich leide so fürchterlich, ich leide, oh, ich leide.« Und sie setzte sich leise auf meinen Stuhl und sah mich an. »Wollen Sie?« Ich nickte, denn ich war immer noch keines Wortes fähig. Da hielt sie mir einen Schildpatt, kam hin und murmelte, »Kämmen Sie mich, kämmen Sie mich. Es wird mir Heilung bringen. Mein Haar muss gekämmt werden. Sehen Sie meinen Kopf an, wie ich leide. Sehen Sie nur, wie weh mein Haar mir tut.« Ihre aufgelösten Haare waren sehr lang, ganz schwarz. Sie hingen über die Lehne des Stuhls bis auf den Boden herab. »Warum habe ich ihr gehorcht? Warum habe ich zitternd ihren Kamm ergriffen? Und warum habe ich ihr langes Haar, dessen Berührung mich kalt durchrieselte, als hätte ich eine Schlange angefaßt, in die Hand genommen? Ich weiß es nicht. Dieses Gefühl ist mir in den Fingern geblieben, daß ich zittere, wenn ich nur daran denke. Ich kämmte sie und nahm, ich weiß nicht mehr wie, dieses eisige Haar in die Hand. Ich drehte es zusammen. Ich knüpfte es und löste es wieder auf. Ich flochte es wie die Mähne eines Pferdes. Sie seufzte, neigte den Kopf und schien glücklich zu sein. Dann sagte sie plötzlich, »Danke« zu mir, riß mir den Kamm aus der Hand und entfloh durch die Türe, die vorhin halboffen gestanden. Als ich allein war, überfiel mich jene verstörte Aufregung, wie wenn man nach einem Alpdrücken erwacht. Dann kamen mir endlich die Sinne zurück. Ich lief ans Fenster, und mit einem gewaltigen Stoß zerbrach ich den Fensterladen. Eine Lichtflut strömte herein. Ich stürzte an die Tür, hinter der jenes Wesen verschwunden. Sie war verschlossen und unbeweglich. Da überkam mich ein fieberndes Fluchtbedürfnis, eine Panik, die richtige Panik wie in der Schlacht. Ich nahm schnell die drei Briefpakete von dem offenen Schreibtisch, lief durch das Zimmer, sprang die Treppe vier Stufen auf einmal nehmend hinunter und entfloh aus dem Hause. Ich weiß nicht mehr, durch welche Tür, und als ich mein Pferd zehn Schritte vor mir sah, sprang ich mit einem Satz in den Sattel und ritt im Galopp davon. Erst in Rouen blieb ich vor meiner Wohnung halten. Ich warf meinem Burschen die Zügel zu und floh in mein Zimmer, wo ich mich einschloß, um nachzudenken. Da fragte ich mich während einer Stunde ängstlich, ob ich nicht der Spielball einer Halluzination gewesen. Ich musste von einer jener unfassbaren Nervenerschütterungen, von einer jener Gehirnstörungen gepackt gewesen sein, die Wunder in die Welt setzen und denen das übernatürliche sein Dasein verdankt. Als ich ans Fenster trat, glaubte ich noch an eine Vision, an eine Sinnestäuschung. Da fielen meine Blicke zufällig auf meine Brust. An meiner Attila hingen lange Frauenhaare, die sich um die Knebel gewickelt. Ich packte jedes einzelne und warf es mit zitternden Fingern aus dem Fenster. Dann rief ich meinen Burschen. Ich fühlte mich zu erschüttert, um am selben Tag noch zu meinem Freunde zu gehen, und dann wollte ich reiflich nachdenken, was ich ihm sagen sollte. Ich ließ ihm die Briefe bringen, und er übergab dem Soldaten den Empfangsschein. Er fragte genau nach mir. Man sagte ihm, ich sei leidend, ich hätte einen Sonnenstich oder ich weiß nicht was. Er schien besorgt zu sein. Am nächsten Tag ging ich am frühen Morgen zu ihm, entschlossen ihm die Wahrheit zu sagen. Er war am Abend vorher ausgegangen und noch nicht heimgekehrt. Im Laufe des Tages kam ich noch einmal wieder. Man hatte ihn nicht wiedergesehen. Ich wartete eine Woche. Er erschien nicht. Da setzte ich das Gericht in Kenntnis. Man stellte überall Nachforschungen nach ihm an, aber man konnte weder seine Spur noch seinen Aufenthaltsort entdecken. Das verlassene Schloss wurde genau durchsucht. Man fand nichts Verdächtiges. Nichts bewies, dass dort eine Frau versteckt gewesen. Und da die Untersuchungen zu nichts führten, so wurden die Nachforschungen eingestellt. Und seit 56 Jahren habe ich nichts davon gehört und weiß nichts mehr, als ich ihnen eben erzählt habe. Ende von Vision Gelesen von Hukuspokus Zu verkaufen Von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zu wandern, wenn die Sonne aufgeht und der Tau in den Gräsern blinkt durch die Felder dicht am Ufer des schweigenden Meeres. Gott ist das schön! Der Morgen erquickt unsere Augen mit seinem jungen Licht. Tief atmen wir seine leichte Luft Mit dem Gekose des Windes Umfächelt er unsere Wangen. Warum erinnern wir uns so genau So gern gewisser Stunden Da wir Zwiesprache mit der Natur gepflogen? Wir behalten eine köstliche Erinnerung An irgendeinen Erdenfleck Den wir einmal flüchtig In einer Biegung der Chaussee gesehen Die Erinnerung an ein Tal Das sich vor uns aufgetan An ein Flußufer An dem wir gestanden Eine Erinnerung wie an ein schönes Mädchen Das uns begegnet Ein Tag unter anderem Ist mir im Gedächtnis geblieben Ich ging in der Bretagne am Meere hin Dem Cap Finistère zu Schnellen Schritts eilte ich Gedankenlos träumend Längs der Fluten Bei Camperlé, jenem lieblichsten, schönsten Teil Der Bretagne Es war ein Frühlingsmorgen Einer jener Morgen, die uns gleich um Zwanzig Jahre verjüngen Die in uns Träume und Hoffnungen Unsere Jünglingsjahre wieder erwecken Zwischen den Feldern und den Wogen Schritt ich auf kaum erkennbarem Pfad dahin Kein Windhauch bewegte die Ehrenfelder Das Meer lag da wie ein Spiegel Der Geruch der reifen Saat Und des Seetanks zog durch die Luft Nichts im Sinn Träumend setzte ich meine bereits 14 Tage dauernde Reise fort Die mich an die Küste der Bretagne geführt Ich fühlte mich kräftig Glücklich Heiter und wanderte weiter Weiter und weiter Ich dachte an nichts Was soll man auch in diesen Stunden Unbewussten, tiefen, körperlichen Glückes denken In diesen Stunden Wo man wie irgendeine Kreatur fühlt Die durch die Wiesen tollt Oder in der blauen Luft Im Sonnenscheine dahingaukelt Von weitem hörte ich Fromme Lieder singen Vielleicht eine Prozession Denn es war Sonntag Als ich um eine kleine Landzunge bog Blieb ich unbeweglich Entzückten Blicks stehen Ich sah fünf große Schifferboote Voll Frauen, Männer, Kinder Die nach Blunevonwall fahrten Sie glitten träge nah am Ufer dahin Eine schwache Brise Die nur wenig die braunen Segel blähte Trieb sie vorwärts Bis der Wind abflaute Und die Tücher schlaff An den Masten herabsanken Langsam fuhren die menschenbeladenen Boote Ihren Kurs Und in allen wurde gesungen Die Männer Die mit ihren großen Hüten Am Schiffsbord standen Sangen mit mächtiger Stimme Die Frauen hoch und spitz Die Kinder grell Wie die Töne schriller Querpfeifen In allen Booten dieselbe Fromme, gewaltige Weise Deren monotoner Rhythmus Zum Himmel stieg Die fünf Schiffe fuhren dicht Allein, nie traurig Nie müde und verzweifelt Der die köstliche Gabe Besitzt sich Ins Land der Träume Zu verlieren Wenn er allein ist Ach, das ist nun alles Alles aus Ich träumte Wovon Von all dem, was man immer ersehnt Von allem, was man wünscht Und hofft Von Glück Von Ruhm Von Liebe Und eiligen Schrittes Ging ich dahin Während ich mit der Hand Über die gelben Köpfe Des Getreides strich Das ich unter meinen Fingern Bog Und mir die Handflächen Berührte Als strichen meine Finger Über Frauenhaar Ich bog um ein kleines Vorgebirge Und da entdeckte ich In einer schmalen Runden Bucht Ein weißes Haus Auf einer Anhöhe Von der drei Terrassen Zum Strande niederführten Warum lachte mir das Herz Als ich das Haus erblickte Ich weiß es nicht Manchmal findet man so Auf der Reise Irgendeinen Erdenwinkel Den man längst zu kennen meint So heimisch berührt er einen So sehr gefällt er einem sofort Ist es nur möglich Dass man das noch nie gesehen hat Dort nicht schon einmal gelebt hat Alles nimmt einen gefangen Und entzückt einen Die weiche Linie Des Horizontes Die Anlage der Bäume Die Farbe des Sandes Alles Alles Ach war das Haus hübsch Dort oben auf der Anhöhe Große Obstbäume Wuchsen längs der Terrassen Die zum Wasser hinabstiegen Gleich mächtigen Stufen Von denen jeder Absatz Eine lange Reihe Von blühendem Spanischem Ginster trug Wie eine goldene Krone Ich blieb stehen So packte mich dieser Anblick Ich hätte das Haus gern besessen Gern dort immer gelebt Ich näherte mich der Tür Mit klopfendem Herzen Und las auf einem der Pfähle Des Zaunes In großer Schrift Die Worte Zu verkaufen Das machte mir So große Freude Als hätte man mir Das Haus angeboten Als hätte man's mir geschenkt Warum Ja warum Verstehe ich selbst nicht Zu verkaufen Es gehörte also Beinahe niemandem mehr Konnte allen gehören Mir Mir Woher kam nur diese Freude Diese tiefe Unerklärliche Glückseligkeit Die ich in mir fühlte Ich wußte ja doch Dass ich es nicht kaufen würde Womit sollte ich es bezahlen Aber das tat nichts Es war zu verkaufen Der Vogel im Käfig Gehört seinem Herrn Der Vogel in der Luft Gehört mir Da ihn niemand anderes besitzt Und ich trat in den Garten Ach der reizende Garten Mit seinen übereinanderliegenden Wegen Seinen Obstspalieren Mit den langen Zweigen Die aussahen Wie ans Kreuz geschlagene Märtyrer Seinen goldenen Ginsterbüschen Und den beiden feigen Bäumen Auf jeder Terrasse Als ich auf dem letzten Absatz stand Blickte ich mich um Die kleine Bucht dehnte sich Zu meinen Füßen Rund, sandig Abgeschlossen von der See Durch drei hohe, mächtige, braune Felsen An denen die Wogen bei Sturmflut anprallen Und sich brechen mußten Oben standen zwei gewaltige Steine Einander gegenüber Der eine aufrecht Der andere im Grase hingestreckt Ein aufgerichteter Stein Und ein Hühnengrab Wie ein seltsames Ehepaar Das durch Zauberei Zu Stein erstarrt Sie schienen das kleine Haus Das sie hatten erbauen sehen Unverwandt anzublicken Sie, die seit Jahrhunderten Diese einst einsame Bucht kannten Dieses Haus Dessen Untergang, Zerfall, Verschwinden Sie erleben würden Dieses kleine Haus mit der Aufschrift Zu verkaufen Ach, wie ich solch altes Hühnengrab Solch ehrwürdige Steinblöcke liebe Und ich klingelte an der Tür Als ob ich bei mir zu Hause wäre Eine Frau öffnete Eine Dienerin Eine kleine, alte, schwarz gekleidete Dienerin Mit weißem Mützchen Die wie eine Bettschwester aussah Mir war, als ob ich auch diese Frau kannte Ich fragte sie Sie sind wohl nicht aus der Bretagne Sie antwortete Nein, ich bin aus Lothringen Und fügte hinzu Sie wollen das Haus ansehen, nicht wahr? Allerdings Und ich trat ein Mir war, als erkenne ich alles wieder Die Wände, die Möbel Ich wunderte mich beinahe Im Vorsaal nicht meinen Stock und Schirm zu finden Ich trat in den Salon Einen kleinen, matten, belegten Raum Dessen drei Fenster die Aussicht auf das Meer hatten Auf dem Kamin standen chinesische Vasen Und eine große, eine Frau darstellende Fotografie Ich ging sofort auf das Bild los Fest überzeugt, dass ich die auch kennen müsste Ich erkannte sie auch Obgleich ich bestimmt wußte, dass ich ihr nie begegnet Sie war es, die ich erwartet Die ich begehrt Die ich ersehnt Deren Antlitz in meinen Träumen spukte Sie, die man immer sucht Sie, die man meint Gleich auf der Straße zu treffen Auf dem Feldwege, auf dem Lande Wenn man nur von weitem zwischen den Feldern Einen roten Sonnenschirm sieht Sie, die schon da sein muß Im Hotel, wenn man auf der Reise eintrifft Die in der Eisenbahn sitzen muß Wenn man einsteigt Sie, die im Salon ist Wenn sich uns die Tür öffnet Sie war es Unbedingt Ohne Zweifel Ich erkannte sie an ihren Augen Die mich anblickten An diesem nach englischer Art frisierten Haar Vor allem an dem Mund An diesem Lächeln Das sich schon immer geahnt Und ich fragte sofort Wer ist die Dame? Die gute alte Bettschwester antwortete trocken Das ist die Frau Ich fragte Ihre Herrin? Sie antwortete mit ihrem unterwürfigen Harten Ton Oh nein! Ich setzte mich und sagte Erzählen Sie mir doch mal Sie blieb erschrocken Unbeweglich Schweigsam stehen Da fragte ich noch einmal Dann ist's also die Besitzerin dieses Hauses Oh nein! Wem gehört denn dieses Haus? Meinem Herrn Herrn Turnell Ich deutete mit dem Finger auf die Fotografie Und wer ist denn diese Dame? Das ist die Frau Die Frau ihres Herrn? Oh nein! Also wohl seine Geliebte Die Bettschwester antwortete nicht Eine Art Eifersucht überkam mich Und eine Wut gegen diesen Mann Der eine solche Frau gefunden Wo sind Sie denn jetzt? Die Alte antwortete Der Herr ist in Paris Die Frau Das weiß ich nicht Ich zitterte Ah! Sie sind also nicht mehr zusammen? Nein Da gebrauchte ich eine List Und sprach ernst Sagen Sie mir, was da geschehen ist Vielleicht könnte ich Ihrem Herrn Einen Dienst leisten Ich kenne diese Frau Sie ist schlecht Die alte Dienerin blickte mich an Und angesichts meines offenen, unbefangenen Wesens Gewann sie Vertrauen Oh, sie hat meinen Herrn sehr unglücklich gemacht Er hat sie in Italien kennengelernt Und sie mitgenommen Als ob er sie geheiratet hätte Sie sang sehr schön Er liebte sie so sehr So sehr Ach, es war schrecklich Das nur anzusehen Sie sind voriges Jahr Hier in der Gegend gereist Und da haben sie dieses Haus gefunden Das ein Verrückter sich hier hat bauen lassen Weil er weit vom Dorf entfernt wohnen wollte Die Frau wollte es sofort haben Um dort mit dem Herrn zu bleiben Um ihr eine Freude zu machen Hat er das Haus gekauft Da sind sie dann den ganzen letzten Sommer hier gewesen Und beinahe den ganzen Winter Da ruft mich dann plötzlich eines Morgens Zur Frühstückszeit der Herr und sagt Cäsarin, ist die Frau nach Hause gekommen? Nein Den ganzen Tag haben wir gewartet Der Herr war wie rasend Überall wurde sie gesucht Man fand sie nicht Sie war fort Kein Mensch hat je erfahren Wie und wohin Oh, wie glücklich ich da war Mich überkam die Lust Die alte Bettschwester zu umarmen Sie um die Taille zu fassen Und mit ihr im Salon herumzutanzen Sie war fort Sie war ausgerissen Sie hatte ihn müde, angeekelt verlassen Wie glücklich war ich Die alte fing wieder an Der Herr war so unglücklich Dass ich meinte, er würde sterben Und da ist er nach Paris zurückgekehrt Und hat mich mit meinem Mann hier zurückgelassen Um das Haus zu verkaufen Es soll 20.000 Franken kosten Aber ich hörte gar nicht mehr zu Ich dachte an sie Und plötzlich war es mir Als brauchte ich nur Hinauszutreten, um sie zu finden Sie mußte dieses Frühjahr Wieder in die Gegend gekommen sein Um das Haus wiederzusehen Ihr reizendes Haus Das sie ohne ihn Doch so gerne gehabt hätte Ich drückte der alten Frau Ein Zehn-Franken-Stück in die Hand Dann nahm ich die Fotografie Und lief mit ihr davon Indem ich wie rasend Das süße Antlitz In dem Rahmen da küßte Ich gewann die Straße wieder Und immer während des Weges Blickte ich sie an Es war zu schön Dass sie sich geflüchtet hatte Ich mußte ihr heute oder morgen begegnen Diese Woche oder die folgende Da sie ihn doch verlassen hatte Ihn verlassen, weil nun meine Stunde schlug Sie war frei Irgendwo frei in der Welt Ich brauchte sie nur zu finden Da ich sie kannte Und immer ließ ich die schwankenden Spitzen Der reifen Halme durch die Finger laufen Sog die Seeluft ein Die mir die Lungen weitete Und ließ mich von der Sonne küssen Ich ging in meinem Glück dahin Ganz trunken von Hoffnung Ich ging dahin Und wußte, dass ich sie bald finden würde Dass ich sie zurückführen würde Und dass wir dann In dem hübschen kleinen Haus Wohnen mußten Daran stand, zu verkaufen Und diesmal würde es ihr gefallen Diesmal Ende von Zu verkaufen Gelesen von Hokus Pokus Eine Witwe Von Guide Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Es war Jagdzeit im Schlosser von Banville Der Herbst war traurig und regnerisch Die welten Blätter raschelten nicht unter den Füßen am Boden Sondern faulten infolge des fortwährenden Regens In den ausgefahrenen Wegen Der fast entlaubte Wald war feucht wie ein Badezimmer Wenn man unter die großen, regengepeitschten Bäume trat Schlug einem ein Schimmelgeruch, ein Wasserdunst Den Gras und nasse Erde ausströmten entgegen Die Jäger Die sich fortwährend in dieser Nässe befanden In Gesellschaft ihrer Hunde Die sie mit eingezogenem Schwanze Und auf dem Rücken klebendem Haar begleiteten Und die jungen Jägerinnen Die in ihren anliegenden Tuchkleidern Durch den Regen gingen Kehrten abends immer müde An Körper und Geist zurück Im großen Salon Spielte man nach dem Diner Lotto Aber niemandem machte es rechten Spaß Der Wind tobte, daß die Fensterläden klappernd anschlugen Und die alten Wetterfahnen sich wie Kreisel treten Da wollte man Geschichten erzählen Nach berühmten Mustern Aber niemandem fiel etwas Unterhaltendes ein Die Jäger erzählten Jagdabenteuer Und die Damen zerbrachen sich den Kopf Ohne in sich die Fantasie einer Scheherisade entdecken zu können Schon wollte man auf diese Zerstreuungsart verzichten Als eine junge Frau Die gedankenlos mit der Hand ihrer Tante Einer alten Jungverspielte Einen kleinen Haarring daran bemerkte Den sie schon oft gesehen Ohne sich etwas dabei zu denken Da fragte sie Während sie den Ring leise um den Finger drehte Sag mal Tante Was ist denn das für ein Ring Das sieht ja aus wie Kinderhaar Das alte Mädchen ward rot Dann bleich Und sagte darauf mit zitternder Stimme Das ist so traurig So traurig, daß ich davon nicht sprechen mag Das ganze Unglück meines Lebens kommt daher Damals war ich noch ganz jung Und die Erinnerung ist für mich so traurig Daß ich immer noch jedes Mal weinen muß, wenn ich daran denke Nun wollte man natürlich die Geschichte hören Aber die Tante mochte nicht erzählen Endlich bat man so lange, bis sie nachgab Ich habe ihnen oft von der Familie des Santés erzählt Die heute ausgestorben ist Ich habe die letzten drei männlichen Sprosse gekannt Alle drei sind auf dieselbe Art und Weise gestorben Das sind die Haare des Letzten Er war dreizehn Jahre, als er sich das Leben nahm Um meinetwillen Das kommt ihnen sonderbar vor, nicht wahr? Ach, das war ein eigentümliches Geschlecht, diese Santés Verrückt, wenn man so will Aber es waren doch reizende Verrücktheiten Sie waren verrückt durch die Liebe Alle hatten, als echte Sprossen ihrer Familie Gewaltige Leidenschaften Große Regungen, die sie zu den überspanntesten Dingen trieben Zu fanatischer Hingebung Selbst zum Verbrechen Das lag so in ihrer Natur Wie in manchen Seelen unerschütterlicher Glaube Wer Trappist werden will Kann nicht dieselben Anlagen haben Wie ein Salonlöwe In der Verwandtschaft sagte man wohl Verliebt wie ein Santés Wenn man sie bloß sah, wußte man schon, woran man war Sie hatten alle etwas tief in die Stirn hängendes lockiges Haar Einen gepflegten Bart, große Augen Deren Strahlen ordentlich in einen hineindrängen Und einen ganz verwirrt machten Ohne daß man wußte, warum Der Großvater desjenigen, dessen einziges Andenken dieser Ring ist, erlebte viele Abenteuer Duelle und Entführungen spielten eine große Rolle in seinem Leben Da verliebte er sich, als er schon 65 Jahre alt war, in die Tochter eines Pächters Ich habe sie beide gekannt Sie war blond und bleich Sah sehr gut aus Hatte eine langsame Art zu sprechen Eine weiche Stimme Und einen so süßen Blick wie eine Madonna Der alte Herr nahm sie zu sich Und war bald so in ihrem Banne, daß er nicht eine Minute ohne sie sein konnte Seine Tochter und seine Schwiegertochter, die auch im Schlosse wohnten, fanden das ganz natürlich So war die Liebe in diesem Hause zur Überlieferung geworden Wenn es sich um irgendeine Leidenschaft handelte, so setzte sie gar nichts mehr in Erstaunen Und wenn man in ihrer Gegenwart von den Hindernissen, die einer Liebe entgegenstanden Von einem getrennten Liebespaar oder gar von der Rache nach einem Verrat sprach So sagten sie beide mit demselben Ton Ach, wie er oder sie hat leiden müssen, ehe es dahin kam Weiter nichts Alle Liebestramen rührten sie tief Empörten sie dagegen nie Selbst wenn sie verbrecherisch endeten Da ging eines Herbstes ein Herr de Gradell, der zur Jagd eingeladen gewesen Mit dem jungen Mädchen durch Herr de Sontes blieb ganz ruhig, als ob gar nichts geschehen sei Aber eines Tages fand man ihn im Hundezwinger mitten unter seinen Hunden erhängt Sein Sohn starb auf dieselbe Art in einem Hotel in Paris Während einer Reise, die er 1841 unternommen, nachdem er von einer Opernsängerin betrogen worden Er hinterließ ein Kind von zwölf Jahren und eine Witwe, die Schwester meiner Mutter Sie zog mit dem Jungen zu meinem Vater auf unser Gut Bertillon Ich war damals 17 Jahre alt Sie können sich gar nicht vorstellen, welch erstaunlich frühreifes Kind dieser kleine Sontes war Es war, als ob alle Liebesfähigkeit und die ganze Überspanntheit seines Geschlechts in ihm dem Letzten vereinigt worden Er träumte immer und lief ganz allein stundenlang in den großen Ulmenalleen spazieren Die vom Schlosse in den Wald führten Von meinem Fenster aus sah ich ihn immer Den sentimentalen Jungen Wie er mit ernsten Schritten, gesenkter Stirn Die Hände auf dem Rücken dahin ging Ab und zu stehen blieb Und den Kopf hob, als ob er Dinge sähe Verstünde und empfände Die über sein Alter gingen Oft sagte er mir nach dem Essen an einem hellen Abend Komm, Cousine, wir wollen träumen gehen Und wir gingen zusammen in den Park Plötzlich blieb er dann an einer Lichtung stehen Auf der jener weiße Dunst lag Den der Mond auf die hellen Stellen im Walde zaubert Und dann sprach er zu mir mit einem Händedruck Sieh mal das, sieh mal das an Aber du verstehst mich nicht, das fühle ich Wenn du mich verstündest, so würden wir glücklich sein Dazu muss man lieben Ich lachte und küßte den Jungen, der sterblich in mich verliebt war Oft setzte er sich auch nach Tisch meiner Mutter auf den Schoß und bat Tante, bitte, erzähle uns Liebesgeschichten Und meine Mutter erzählte ihm im Scherz alle Legenden seiner Familie Alle leidenschaftlichen Abenteuer seines Vaters Denn tausende und tausende liefen um, falsche wie wahre All diese Männer hat der einmal bestehende Ruf der Familie ins Verderben gestürzt Es stieg ihnen zu Kopf Sie setzten geradezu eine Ehre darein, den Ruf ihres Hauses nicht Lügen zu strafen Der Kleine begeisterte sich an diesen zärtlichen oder furchtbaren Erzählungen Und manchmal klatschte er in die Hände vor Freude, indem er rief Ich auch, ich auch, ich kann besser lieben als sie alle Da fing er an, mir den Hof zu machen Schüchtern und sehr zart So daß man darüber lachte, so komisch war es anzusehen Jeden Morgen bekam ich Blumen, die er gepflückt Und jeden Abend küßte er mir, ehe er auf sein Zimmer ging die Hand Und murmelte dabei, ich liebe dich Ich war schuldig, sehr schuldig Und ich weine noch heute darüber Ich bin alte Jungfer geworden deshalb Oder vielmehr mir ist, als wäre ich eine verwitwete Braut Seine Witwe Mir machte diese kindliche Zärtlichkeit Spaß Und ich feuerte sie sogar an Ich war kokett und verführerisch wie gegen einen Mann Zärtlich und niederträchtig Ich machte dieses Kind ganz verrückt Für mich war es ein Spiel Und für seine und meine Mutter eine scherzhafte Unterhaltung Er war zwölf Jahre alt Denken Sie nur, wie hätten wir bloß dieses Atom von einer Leidenschaft für ernst nehmen können Ich küßte ihn so oft er wollte Ich schrieb ihm selbst Liebesbriefe, die unsere Mütter zu lesen bekamen Und er antwortete mir in feurigen Zeilen, die ich mir aufhob Er glaubte, unsere Liebe sei anderen verborgen Als wäre er ein Mann Aber wir hatten vergessen, dass er ein Saint-Tesse war Es dauerte fast ein Jahr Und eines Abends im Park fiel er vor mir auf die Knie und sagte Während er glühend den Saum meines Kleides küßte Ich liebe dich, ich liebe dich, ich sterbe vor Liebe Hörst du, wenn du mich je betrügst Wenn du mir jemals einen anderen vorziehst Dann mache ich es wie mein Vater Und er fügte mit tiefer Stimme Dass es einen überlaufen konnte hinzu Du weißt, was er getan hat Als ich erschrocken schwieg, stand er auf Hob sich auf die Fußspitzen, um bis zu meinem Ohr zu reichen Denn ich war größer als er Und er sagte meinen Vornamen, Genofefa Mit einem so süßen, so niedlichen, so zärtlichen Ton Dass es mir durch und durch ging Ich stammelte Wir wollen nach Hause gehen Er sagte kein Wort mehr und folgte mir Als wir eben über die Stufen der Veranda gingen Hielt er mich noch einmal zurück Du weißt es also Wenn du mich verlässest, töte ich mich Jetzt sah ich ein, dass ich zu weit gegangen war Und wurde zurückhaltender Als er mir eines Tages Vorwürfe darüber machte Antwortete ich Weißt du, du bist jetzt zu alt, um zu spielen Und für eine ernstliche Liebe noch zu jung Ich werde warten Und ich glaubte, ihn damit abgefunden zu haben Im Herbst kam er in eine Pension Als er den folgenden Sommer wiederkehrte, war ich verlobt Er merkte es sofort und war acht Tage hindurch so in sich gekehrt Daß es mich sehr beunruhigte Am neunten Tage fand ich früh, als ich aufstand Auf meiner Schwelle ein kleines Stück Papier, das unter der Türe durchgeschoben worden Ich nahm es, öffnete es und las Du hast mich verraten Und ich habe mich verraten Ich habe mich verraten, wie er sich verraten Seine kleine Schülermütze Und ich habe mich verraten, als meine Mutter an meiner Seite saß Mir war, als hätte ich das alles in einem furchtbaren Traum geträumt Und ich stammelte Und Gontran Ich bekam keine Antwort Es war Wirklichkeit Ich wagte nicht, ihn wiederzusehen Aber ich bat um eine lange Locke von seinen blonden Haaren Da, das ist sie Und die alte Jungfer zeigte den Ring an ihrem Finger mit verzweifelter Miene Dann schnaubte sie sich ein paar Mal, wischte sich die Augen und sagte Ich habe mein Verlöbnis zurückgehen lassen, ohne den Grund anzugeben Und bin immer die Die Witwe eines dreizehnjährigen Knaben geblieben Dann sank ihr Kopf auf die Brust Und sie weinte eine lange Weile Tränen des Gedenkens Als man zum Schlafengehen hinaufstieg Sagte ein dicker Jäger, den sie aus der Fassung gebracht Seinem Nachbarn ins Ohr Ist es nicht schrecklich, wenn man so sentimental ist? Ende von Eine Witwe Gelesen von Hokus Pokus Er war als Präsident eines hohen Gerichtshofes, als tadelloser Beamter gestorben Dessen vorwurfsfreier Lebenswandel in den juristischen Kreisen Frankreichs Sprichwörtlich geworden Die Advokaten, die jungen Räte, die Richter grüßten mit Ehrerbietung Sein bleiches, mageres Antlitz Aus dem Tiefglänzen zwei Augen leuchteten Sein ganzes Leben hindurch hatte er das Verbrechen verfolgt Und die Bedrohten geschützt Diebe und Mörder besaßen keinen gefährlicheren Feind als ihn Denn es war, als könnte er im Grunde ihrer Seele lesen Ihre geheimsten Gedanken erraten Und mit einem Blitz seines Auges alle ihre Schliche und Ränke enthüllen Im Alter von vierundachtzig Jahren Mit Ehren überhäuft war er gestorben Ein ganzes Volk hatte ihm nachgeweint Soldaten in Paradeanzug ihm das Geleit bis ans Grab gegeben Und Herren in weißen Krawatten hatten über seinem Sarge Worte der Trauer gesprochen und Tränen vergossen An deren Aufrichtigkeit man glauben durfte Da fand der erschrockene Notar in dem Schreibtisch Wo der Verstorbene die Akten der großen Verbrechen zu verwahren pflegte Folgendes Schriftstück Warum? 20. Juni 1851 Ich komme eben aus der Sitzung Ich habe Blondell zum Tode verurteilen lassen Warum hat dieser Mann seine eigenen fünf Kinder getötet? Warum? Oft begegnet man Menschen, denen der Mord eine wahre Wollus zu sein scheint Ja, er muss auch eine Wollus sein Vielleicht die größte, die es gibt Denn kommt das Töten nicht dem Erschaffen am Nächsten Bilden und Zerstören Diese beiden Worte enthalten die Geschichte der Welt Die ganze Geschichte der Welt Alles dessen, was existiert Warum mag es so berauschend sein, zu töten? 25. Juni Wenn man sich überlegt, dass da ein menschliches Wesen lebt, geht, läuft Ein Wesen Ja, es ist ein Wesen Dieses belebte Ding, das in sich das Prinzip der Bewegung trägt Und einen Willen, der diese Bewegung regelt Dieses Ding hängt mit nichts zusammen Haftet nicht am Boden Ist ein Stück Leben Das sich nur auf der Erde hin bewegt Und diesen Fetzen von Leben Der Gott weiß, woher gekommen ist Kann man zerstören, wie man will Und dann ist nichts mehr übrig Nichts Er verfault Es ist aus 26. Juni Warum soll es ein Verbrechen sein, zu töten? Warum? Es ist im Gegenteil Naturgesetz Jedes Wesen ist dazu bestimmt, zu töten Es tötet, um zu leben Und es tötet, um zu töten Der Mord liegt in unserer Natur Wir müssen töten Das Tier tötet ununterbrochen Jeden Tag, jeden Augenblick seines Daseins Der Mensch mordet unausgesetzt, um sich zu ernähren Und auch, weil es ihm Bedürfnis ist, zu töten Aus Wollust hat er die Jagd erfunden Das Kind schon tötet die Insekten, die es findet Die Vögelchen im Nest All die kleinen Tiere, die ihm unter die Finger kommen Aber das sättigt den unwiderstehlichen Drang zum Morde Der in uns liegt noch nicht Uns genügt es noch nicht, ein Tier zu töten Wir müssen auch Menschen töten Früher wurde diesem Triebe durch Menschenopferrechnung getragen Heute wird der Mord durch die Bedürfnisse unserer Gesellschaftsordnung zum Verbrechen Man verurteilt und bestraft den Mörder Aber, da wir nicht leben können, ohne uns diesem natürlichen zwingenden Mordtriebe hinzugeben Erleichtern wir uns ab und zu durch Kriege Wo ein Volk gleich ein ganzes anderes vernichtet Dann schwelgt förmlich alles in Blut Ganze Armeen packt eine Art Bluttrunkenheit Die Bürger, Frauen, Kinder ansteckt Wenn sie abends beim Lichte der Lampe Die begeisterten Schilderungen dieser Blutfeste lesen Man könnte glauben, man müsste diejenigen verachten Die berufsmäßig solche Menschenschlechterei anrichten Oh nein, man überhäuft sie mit Ehren Man zieht ihnen glänzende Uniformen an Sie tragen einen Helm auf dem Kopf und Orden an der Brust Man gibt ihnen Verdienstkreuze, Titel aller Art Sie sind stolz, geachtet, geliebt von den Frauen, verehrt von der Menge Und das nur, weil es ihre Sendung ist, Menschenblut zu vergießen Sie lassen ihre Mordinstrumente auf der Straße rasseln Auf die der Vorübergehende, der einen Zivilrock trägt, mit Neid sieht Denn Mord heißt das große Gesetz, das die Natur den menschlichen Wesen in die Brust gepflanzt Es gibt nichts Schöneres und nichts Ehrenvolleres als zu töten 30. Juni Mord ist Gesetz, weil die Natur ewige Jugend liebt Aus all diesen unbewussten Taten scheint herauszutönen Eile, Eile, Eile Je mehr sie zerstört, desto schneller erneuert sie sich 2. Juli Was ist eigentlich das menschliche Wesen? Alles und nichts Durch den Gedanken ist es alles Durch Gedächtnis und Kenntnis ist es ein Abriss der Welt Deren Geschichte es in sich trägt Es ist ein Spiegel der Dinge und der Taten Jedes menschliche Wesen wird in der Welt Wieder eine kleine Welt Aber nun seht euch einmal auf Reisen an, wie die Rassen durcheinander wirbeln Dann ist der Mensch nichts mehr Nichts, nichts Besteigt ein Schiff Entfernt euch vom Strande, der von Menschen wimmelt Und bald werdet ihr nichts mehr erblicken als die Küste Das unmerkliche winzige Wesen ist verschwunden So klein, so unbedeutend ist es Fahrt durch Europa in einem Eilzug und schaut zum Fenster hinaus Überall erblickt ihr Menschen, Menschen, unzählbar, immer Menschen Sie wimmeln auf den Feldern, sie drängen sich auf den Straßen Dumme Bauern, die nichts können, als ihr Feld bestellen Grässliche Weiber, die nichts können, als dem Mann das Essen kochen und Kinder gebären Geht nach Indien, geht nach China Dann werdet ihr wieder Milliarden von menschlichen Wesen sehen Die geboren werden, leben und sterben Ohne mehr Spur von sich zurückzulassen als eine Ameise Die man auf dem Wege zertritt Geht in die Länder, wo die Schwarzen in ihren schmierigen Hütten wohnen Wo die Araber unter den braunen Zelten sitzen, die im Winde flattern Und dann werdet ihr begreifen, daß das Einzelwesen Allein auf sich gestellt, nichts bedeutet, nichts Die Rasse ist alles Was bedeutet ein Wesen, ein Einzelwesen Bei irgendeinem Nomadenstamm der Wüste? Diese Menschen sind wie Philosophen Sie fürchten sich nicht vor dem Tode Der Mensch zählt bei ihnen nicht Man tötet seinen Feind Es ist eben Krieg Ja, eilt durch die Welt und seht euch das Gewimmel Ungezählter, unbekannter Menschen an Unbekannt? Ja, darin liegt eben das Problem Der Mord ist zum Verbrechen geworden Weil wir die menschlichen Wesen nummeriert haben Wenn sie geboren werden, trägt man sie in Bücher ein Benennt sie und tauft sie Sie stehen unter dem Gesetz Darin liegt's Das Wesen, das nicht einregistriert ist Zählt nicht mit Schlagt es irgendwo in der Heide oder in der Wüste Tod Ermordet es in den Bergen oder in der Ebene Was tut's? Die Natur liebt den Tod Sie straft nicht Geheiligt dagegen ist das Zivilstandsregister Es schützt den Menschen Das menschliche Wesen ist unantastbar Weil es in der standesamtlichen Liste eingetragen ist Davor bezeugt euren Respekt Das ist der wahre Gott nieder auf die Knie Der Staat darf töten, weil er das Recht hat Die Listen des Standesamtes beliebig zu verändern Wenn er in einem Krieg zweimal hunderttausend Menschen hat schlachten lassen Dann löscht er sie einfach in seinen Listen Durch die Hand seiner Beamten Es ist aus Aber wir, die wir die Bücher der Behörden nicht ändern dürfen Müssen das Leben respektieren Ich grüße dich, göttliche Macht Die in den Tempeln der Behörden wohnt Du bist stärker als die Natur 3. Juli Es muss ein seltsamer, köstlicher Genuß sein zu töten Vor sich das lebende, denkende Wesen zu sehen Und nun ein kleines Loch hinein zu machen Nur ein kleines Loch Und dann dieses rote Zeug, das man Blut nennt Herausfließen zu sehen An dem das Leben hängt Und dann nichts mehr vor sich zu haben Als einen Klumpen weichen, kalten, starren Fleisches In dem kein Odem mehr wohnt 5. August Wenn ich nun Ich, der ich mein ganzes Leben lang verurteilt habe Getötet durch das gesprochene Wort Getötet mit der Guillotine Alle die, welche mit dem Messer getötet haben Wenn ich es nun ebenso machte Wie all jene Mörder, die ich bestraft habe Wer würde es je erfahren? 10. August Ob man mich wohl In Verdacht haben würde Besonders, wenn ich ein Wesen auswählte An dessen Tod mir gar nichts liegen kann 15. August Die Versuchung Die Versuchung Die Versuchung ist an mich herangekrochen wie ein Wurm Sie geht ihren Weg Sie durchläuft meinen ganzen Körper Sie dringt mir ins Hirn Sie nistet sich fest in meinen Ohren In denen immerfort etwas fürchterliches Wundersames Herz zerreißendes erklingt Das einen närrisch machen kann Und tönt wie der letzte Schrei eines menschlichen Wesens Sie durchrieselt meine Beine In denen es mich juckt Dort hinzugehen, wo es geschehen soll Sie durchläuft meine Hände Daß sie zittern vor Verlangen zu töten Oh, es muß köstlich sein Wunderbar sein Würdig eines freien Menschen Der über den Andern steht Der sein Gewissen zum Schweigen bringt Der raffinierte Empfindungen sucht 22. August Ich konnte nicht mehr widerstehen Ich habe ein kleines Tier getötet Um einen Versuch anzustellen Um anzufangen Mein Diener Johann besaß einen Stieglitz Dessen Käfig am Fenster des Anrichtezimmers hing Ich habe den Diener fortgeschickt Eine Besorgung zu machen Und habe dann den kleinen Vogel in die Hand genommen Ich fühlte sein Herzchen pochen Er war warm Ich bin auf mein Zimmer gegangen Und nun drückte ich die Hand Immer stärker und stärker zusammen Sein Herz schlug schneller Es war fürchterlich und köstlich zugleich Ich wollte ihn so erwürgen Aber dann hätte ich kein Blut gesehen Dann nahm ich eine Schere Eine kurze Nagelschere Und habe ihm ganz langsam Mit drei Schnitten die Kehle durchgeschnitten Er öffnete den Schnabel Als wollte er mir entfliehen Aber ich hielt ihn fest Hielt ihn fest Ich hätte eine wütende Dogge gehalten Da sah ich das Blut fließen Oh, wie schön Rot, leuchtend, hell Blut, Blut Ich empfand Unwiderstehliches Verlangen Es zu trinken Ich leckte mit der Zungenspitze daran Es schmeckte gut Das arme Vögelchen hatte so wenig Blut Und ich hatte keine Zeit Mich in diesem Augenblick So lange zu ergötzen Wie ich gewollt hätte Es muss köstlich sein Mit anzusehen Wie sich ein Stier verblutet Und dann habe ich es gemacht Wie ein richtiger Mörder Ich habe die Schere gereinigt Mir die Hände gewaschen Das Wasser fortgeschüttet Habe den Körper Den Leichnam In den Garten gebracht Um ihn zu vergraben Und habe ihn unter einem Erdbeerenstrauch verscharrt Man wird ihn nie finden Ich werde täglich von diesem Strauch Eine Beere essen Ach, wie kann man das Dasein genießen Wenn man's nur richtig versteht Mein Diener hat geweint Er glaubt, sein Vogel ist davon geflogen Wie soll er mich im Verdacht haben? 25. August Ich muss einen Menschen töten Ich muss 30. August Es ist geschehen Wenn's weiter nichts ist Ich war im Gehölz von Wern Spazieren gegangen Ich dachte an nichts Gar nichts Da traf ich ein Kind auf dem Wege Einem kleinen Jungen Der sein Butterbrot aß Er blieb stehen Blickte mir nach Und sagte Guten Morgen, Herr Präsident Und da schoss mir der Gedanke Durch den Kopf Wenn ich den tötete Ich antwortete Bist du allein, mein Junge? Ja, Herr Präsident Ganz allein im Walde? Jawohl, Herr Präsident Da berauschte mich die Lust Zu töten wie Alkohol Ich näherte mich dem Knaben Ganz langsam Ich meinte, er würde fliehen Und da packte ich ihn Bei der Kehle Drückte sie ihm zusammen Mit aller Kraft Er hat mich mit fürchterlichen Augen Angeblickt Gott, oh Gott Diese Augen Ganz rund Tief Klar Schrecklich Ich habe nie eine so furchtbare Erregung durchgemacht Aber so kurz Er hielt meine Fäuste mit seinen kleinen Händchen umklammert Und sein Körper wand sich wie eine Feder Die man ans Licht hält Dann bewegte er sich nicht mehr Mein Herz schlug Es pochte wie das Herzchen des Vogels Ich habe den Körper in den Graben geworfen Und dann Gras darauf gestreut Dann bin ich nach Hause gegangen Und habe mir das Essen schmecken lassen Es ist ja weiter nichts An dem Abend war ich sehr lustig Wie verjüngt Ich habe die Zeit bei dem Präfekten zugebracht Man fand mich sehr geistreich Aber ich habe das Blut nicht gesehen Ich bin ganz ruhig 30. August Man hat die Leiche gefunden Man sucht den Mörder 1. September Man hat zwei Landstreicher festgenommen Beweise fehlen 2. September Die Eltern sind zu mir gekommen Sie weinten 6. Oktober Man hat nichts entdeckt Irgendein Landstreicher Muss die Tat ausgeführt haben Denken Sie Wenn ich nur hätte Blutfließen sehen Ich glaube, dann hätte ich Ruhe 10. Oktober Die Lust zu töten Läuft mir durch alle Adern Das ist wie die Liebesbrunst Mit zwanzig Jahren 20. Oktober Noch einen Ich ging längs des Flusses spazieren Und da sah ich unter einem Weidenbaum Einen Fischer, der schlief Es war mittags In dem nahen Kartoffelfeld Steckte eine Hacke Offenbar eigens dazu Ich packte sie Schlich mich an den Schlafenden heran Hob sie wie ein Beil Und habe mit einem einzigen Hieb dem Fischer Den Kopf gespalten Der hat aber geblutet Rosa Blut mit Gehirnmasse Untermisch Das lief und zickerte Langsam ins Wasser Und dann bin ich ganz ernst Und würdig davongegangen Oh, wenn das bloß Einer hätte mit ansehen können Ich wäre ein ausgezeichneter Mörder geworden 25. Oktober Die Geschichte mit dem Fischer Macht großen Lärm Man hat seinen Neffen in Verdacht Der immer mit ihm auf den Fischfang ging 26. Oktober Der Untersuchungsrichter behauptet, dass der Neffe der Mörder ist In der Stadt glaubt es alle Welt 27. Oktober Der Neffe verteidigt sich recht dumm Er behauptet, er wäre ins Dorf gegangen, um Brot und Käse zu kaufen Er schwört, man hätte den Onkel während seiner Abwesenheit ermordet Wer soll ihm das glauben? 28. Oktober Der Neffe hätte beinahe gestanden So haben sie ihm zugesetzt Unsere Gerichtspflege 15. November Man hat erdrückende Beweise gegen den Neffen, der seinen Onkel beerben sollte Ich werde der Gerichtsverhandlung präsidieren 25. Januar Zum Tode Zum Tode verurteilt Ich habe ihn zum Tode verurteilen lassen Der Staatsanwalt hat wie ein rächender Engel gesprochen Noch einer Ich werde der Hinrichtung beiwohnen 10. März Jetzt ist's aus Man hat ihn diesen Morgen hingerichtet Er ist sehr gut gestorben, sehr gut Es hat mir Spaß gemacht Es sieht sich doch so schön an Wenn einem der Kopf abgeschnitten wird Das Blut schoß heraus wie ein Strom Wie ein Strom Wenn ich gekonnt hätte Hätte ich mich darin gebadet Der Gedanke Sich darunter legen und dann das Blut in die Haare und auf das Gesicht bekommen Und ganz rot Rot aufstehen Wundervoll Oh, wenn man wüsste Jetzt werde ich warten Ich kann warten Ich könnte durch irgendeine Kleinigkeit entdeckt werden Das Manuskript enthielt noch viele Seiten Aber ohne von einem neuen Verbrechen zu sprechen Die irren Ärzte, denen man es gegeben, behaupten Dass unter uns viele Verrückte herumlaufen Von denen man nichts weiß Die ebenso geschickt und ebenso gemeingefährlich sind Wie dieses wahnsinnige Ungeheuer Ende von Ein Wahnsinniger Gelesen von Hokus Pokus Unvorsichtigkeit Von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vor der Ehe hatten sie sich ideal geliebt Sie lernten sich in einem reizenden Seebade kennen Er hatte das rosige junge Mädchen Das am Strande immer mit hellem Sonnenschirm In hellen, luftigen Kleidern vorüberging Reizend gefunden Zart, blond, wie sie war Mit dem Hintergrund von Wogen und riesigem Himmel So hatte er sie lieben gelernt Den Eindruck dieser kaum aufgeblühten Menschenknospe Auf seine Seele Hub unbewusst die mächtige Natur Die frische, windbewegte, salzige Luft Die weite Landschaft mit ihrem strahlenden Sonnenschein Und den brandenden Meereswogen Sie hatte ihn liebgewonnen Weil er ihr den Hof machte Weil er jung war Ziemlich vermögend, nett und liebenswürdig Sie hatte ihn geliebt Wie eben ein junges Mädchen Einen jungen Mann liebt Der ihr Artigkeiten sagt So waren sie ein Vierteljahr lang Seite an Seite gegangen Auge in Auge und Hand in Hand Und der Morgengruß Den sie sich vor dem Bade In der Frische des jungen Tages zuriefen Und der Abschied Den sie abends am Strande Unter dem Sternenzelt In der ruhigen stillen Nacht Voneinander nahmen Mit leisen, ganz leisen Worten Hatte schon einen Vorgeschmack von Küssen Obgleich sich ihre Lippen noch nie begegnet Wenn sie eingeschlafen waren Träumten sie voneinander Und wenn sie erwachten Trafen sich ihre Gedanken Ohne es sich noch zu gestehen Begehrten sie einander von ganzer Seele Mit allen Sinnen Nach der Hochzeit kam Das reale Glück dieser Erde Zuerst eine Art Unerschöpflicher sinnlicher Wut Übertriebene Zärtlichkeit Und greifbare Poesie Schon ziemlich raffinierte Liebkosung Allerlei Scherze und Streiche Ihre Blicke hatten etwas Unreines Ihre Begegnungen erinnerten an die Annäherung Während der Nacht Aber jetzt fingen sie schon an Ohne es sich einzugestehen Vielleicht ohne es selbst zu merken Einander satt zu bekommen Und doch liebten sie sich noch Aber sie hatten sich nichts mehr Neues zu sagen Nichts zu tun, was sie nicht schon oft getan Einer vom anderen nichts mehr zu lernen Nicht einmal ein neues Wort der Liebe Einen neuen Ansturm Irgendeinen neuen Ton, der das oft Gesagte Wieder aufgefrischt hätte Und doch mühten sie sich Die schwächer glimmende Glut neu zu entfachen Jeden Tag erfanden sie neue Zärtlichkeiten Und mühten sich verzweifelt In ihren Herzen das unstillbare Feuer Der ersten Zeit wieder auflodern zu lassen In ihren Adern die heiße Flamme Des Honigmondes neu zu entzünden Ab und zu fanden sie durch Anstachelung ihrer Begierde Eine Stunde künstliche Erregung Der sofort Lässigkeit und Ekel folgten Sie hatten es mit Schwärmen im Mondenschein versucht Mit Spaziergängen an warmen Abenden im Walde Am nebelbedeckten Flußufer Dann waren sie miteinander Auf öffentliche Festlichkeiten gegangen Dann sagte eines Morgens Henriette zu Paul Geh doch mal mit mir ins Restaurant essen Gewiss, liebes Kind Aber in ein sehr bekanntes Gut Er sah sie forschend an Er merkte, dass sie etwas wünschte Was sie nicht sagen wollte Sie begann von Neuem Weißt du, in ein Restaurant Ja, wie soll ich dir das erklären In ein Restaurant Wo man sich trifft Wo man Rendezvous hat Er lächelte Gut, ich verstehe schon In ein großes Restaurant Und zwar mit Cabinets Particuliers Ja, das ist es Aber nicht wahr In ein ganz großes Restaurant Wo man dich kennt Wo du schon einmal soupiert hast Nein, ich meine gegessen Kurzum, du weißt Weißt du Ich möchte gern Ach, das kann ich dir nicht sagen Nun, sag es doch Unter uns Was schadet denn das Wir haben doch keine Geheimnisse voreinander Nee, ich wage es nicht Ach, verstell dich mal nicht Sag doch Gut Also, ich möchte nämlich gerne Ich möchte gerne, dass man mich für dein Verhältnis hält Und dass der Kellner Der nicht weiß Dass du verheiratet bist Mich für dein Verhältnis hält Und dass auch du Dass du mal eine Stunde lang so tust An diesem Ort An dem doch gewisse Erinnerungen für dich hängen Weiter will ich nichts Und dann will ich mir mal selbst einbilden Dass ich dein Verhältnis wäre Ich werde was ganz Schlimmes tun Ich werde dich betrügen Aber weißt du, mit dir So Das ist sehr schlecht von mir Aber ich möchte es zu gern Nun, mach mich nicht rot Ich fühle ja schon, dass ich rot werde Du hast ja keine Ahnung Wie mir das Spaß machen würde Mit dir mal irgendwo zu essen Wo man eigentlich nicht gut hingehen kann In ein Cabinet Partikulier Wo sich die Liebespärchen abends treffen Jeden Abend Das ist sehr häßlich von mir, nicht wahr? Ich sehe schon, ich bin rot Rot wie eine Pute Bitte, sieh mich nicht an Er lachte Die Geschichte machte ihm Spaß Und er antwortete Gut Wir wollen mal heute Abend In ein schickes Restaurant gehen Wo ich bekannt bin Gegen sieben Uhr stiegen sie die Treppe Eines großen Restaurants Auf dem Boulevard hinauf Er lächelte mit unternehmendem Blick Sie verlegen und entzückt Tief verschleiert Sobald sie in ein kleines Zimmer getreten waren Wo vier Stühle standen Und ein großes Sofa mit rotem Samtbezug Trat der Kellner ein Und legte die Karte vor Paul gab sie seiner Frau Was willst du essen? Ja, ich weiß nicht, was man hier isst Da las er, während er den Überzieher ablegte Den er dem Kellner übergab Die ganze lange Reihe von Speisen herunter Und sagte Wir wollen mal ein kräftiges Menü zusammenstellen Potage-Bisquit Poulet à la Diable Hasenrücken Hummer à la American Salat und recht stark gewürztes Gemüse Dessert Sekt natürlich Der Kellner betrachtete lächelnd die junge Frau Da nahm er die Karte entgegen Und fragte, indem er Paul beim Namen nannte Ob er Süßen- oder Herbensekt wünsche Extra dry Henriette war glücklich, als sie hörte Daß der Kellner den Namen ihres Mannes kannte Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa und fingen an zu essen Ein Dutzend Lichter leuchteten ihnen Ein großer Spiegel warf matt ihren Glanz zurück Ganz blind von ein paar hundert Namen, die mit Diamant in das Glas eingeritzt worden So daß er nun aussah wie mit Spinnengewebe überzogen Henriette leerte ein Glas nach dem anderen, um in Stimmung zu kommen Obgleich sie fühlte, daß ihr der Wein vom ersten Schluck ab zu Kopf stieg Paul, dem allerlei Erinnerungen wiederkamen, küßte ihr alle Augenblicke die Hand Seine Augen glänzten Das verdächtige Lokal berührte sie ganz eigenartig Sie war sehr erregt, zufrieden, aber fühlte sich doch ein wenig am falschen Fleck Zwei andere Kellner kamen und gingen, stumm, schnell und leise Sie waren schon daran gewöhnt, alles zu sehen und alles zu vergessen Und in Augenblicken, wo die Pärchen die Zärtlichkeit überkamen, zu verschwinden Gegen Mitte des Diners war Henriette betrunken Vollkommen betrunken Paul, angeheitert, preßte ihr mit aller Gewalt das Knie Jetzt schwatzte sie etwas unbefangener, mit roten Backen und leuchtendem, halbverschleiertem Blick Hör mal, Paul, jetzt mußt du mir aber beichten, weißt du, ich muß alles wissen Was denn, Liebchen? Ja, ich wage es nicht zu sagen Na, nun sag immer Hast du früher ein Verhältnis gehabt, oder viele vor mir? Er war erschrocken und zögerte ein wenig Er wußte nicht, sollte er seine Eroberungen vor ihr verheimlichen oder sich ihrer rühmen Sie begann von Neuem Oh, bitte, sag mir mal, hast du viele gehabt? Na, einige Wie viele? Ja, das weiß ich nicht mehr, so was weiß man doch nicht mehr Hast du sie nie gezählt? Aber nein Hast du so viele gehabt? Nun ja Wie viele denn etwa? Bloß so etwa Ja, aber, liebes Kind, das weiß ich doch nicht In manchen Jahren viele und dann wieder sehr viel weniger Ja, wie viele denn etwa jährlich? Na, manchmal zwanzig bis dreißig, manchmal bloß vier oder fünf Oh, das macht dem Ganzen mehr wie hundert Nun ja, so etwa Aber das ist ja ekelhaft Warum denn ekelhaft? Ja, weil das ekelhaft ist, wenn man daran denkt, all diese Frauen nackt und immer Immer dann Nein, das ist doch ekelhaft, mehr wie hundert Er war empört, daß sie das ekelhaft fände Und antwortete mit jener Überhebung in der Stimme Die die Männer annehmen, wenn sie den Frauen begreiflich machen wollen, daß sie eine Dummheit gesagt haben Nun, das ist doch einfach lächerlich Wenn es ekelhaft ist, hundert Frauen gehabt zu haben, da ist doch eine ebenso ekelhaft Oh, durchaus nicht Warum denn nicht? Weil eine Frau eine wirkliche Verbindung ist Mit der muß einen doch Liebe verknüpfen Aber hundert Frauen, das ist schmutzig und unanständig Ich kann nicht begreifen, wie ein Mann sich mit solchen Mädchen einlassen kann, die so schmutzig sind Durchaus nicht, sie sind sehr reinlich Bei dem Handwerk kann man nicht reinlich sein Im Gegenteil, gerade wegen ihres Handwerks sind sie reinlich Pfui Teufel, wenn man denkt, daß sie sich am Tage vorher mit einem anderen eingelassen haben Das ist unerhört Das ist nicht unerhörter, als wenn ich aus einem Glase trinke, aus dem irgendjemand schon vor mir getrunken hat Heute Morgen vielleicht, und daß man sicher weniger gut gewaschen hat Als, bitte, jetzt sei ruhig, das empört mich Ja, warum fragst du mich denn dann, ob ich ein Verhältnis gehabt habe? Sag mal, waren deine Verhältnisse eigentlich immer dirnen, alle? Nein, durchaus nicht, durchaus nicht Ja, was waren's denn dann? Na, Schauspielerinnen oder kleine Konfektionösen oder Damen aus der Gesellschaft Wie viele Damen aus der Gesellschaft? Sechs Nur sechs? Ja Waren sie hübsch? Nun ja Hübscher als die anderen? Nee Wer ist dir denn lieber, die anderen Mädchen oder die Damen aus der Gesellschaft? Die Mädchen Pfui, bist du schmutzig, warum denn? Weil ich Dilettanten nicht mag Nun hört's aber auf, du bist ja gräßlich, hör mal Sag mal, hat dir das Spaß gemacht, so von einer zur anderen zu laufen? Oh ja Viel Spaß? Sehr viel Ja, was hat dir denn Spaß gemacht? Waren sie nicht eine wie die andere? Oh nein Ach, also die Frauen sind nicht eine wie die andere? Durchaus nicht In keiner Beziehung? In keiner Beziehung Nein, das ist komisch Worin sind sie denn verschieden? In allem Der Körper? Nu ja, der Körper Der ganze Körper? Der ganze Körper Und was denn noch? Nu, die Art und Weise zu küssen, zu sprechen, die geringste Kleinigkeit zu sagen So, es ist also sehr amüsant zu wechseln Nun ja Sind denn die Männer auch verschieden? Ja, das weiß ich nicht Das weißt du nicht? Nein Sie müssen doch auch verschieden sein Ja, ohne Zweifel Nachdenklich blieb sie sitzen, ihr Champagnerglas in der Hand Es war voll und sie schüttete es ohne Absetzen hinunter Als sie es dann auf den Tisch niedersetzte Umschlang sie ihren Mann mit beiden Armen und flüsterte, an seinem Mund hängend Ach, ich hab dich so lieb Er umarmte sie mit plötzlich entflammender Leidenschaft Ein Kellner, der eben eintreten wollte, fuhr sofort zurück und schloß die Tür Und während etwa fünf Minuten wurde nicht weiter serviert Als der Oberkellner endlich mit ernster, würdiger Miene erschien Und die Früchte zum Dessert brachte Hielt sie wieder ein volles Glas in der Hand Und blickte in das gelbe, durchsichtige Naß Als ob sie dort unten neue unbekannte Dinge sehe Und murmelte mit träumerischem Ausdruck Ach, nett muß es doch sein Ende von Unvorsichtigkeit Gelesen von Hokus Pokus Menouette von Guide Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die großen Schrecken dieser Welt berühren mich nicht, sagte Johann Bredell, ein alter Junggeselle, der für sehr skeptisch galt. Ich habe den Krieg ganz in der Nähe gesehen Ich bin über die Leichen der Gefallenen hinweg gestiegen, ohne Herzklopfen Die brutalen Grausamkeiten der Natur oder der Menschen Können uns wohl einen Schrei des Entsetzens oder der Empörung abbringen Aber wir empfinden dabei nicht diesen Stich im Herzen Diesen Schauer, der uns über den Rücken läuft Bei gewissen, kleinen, herzzerreißenden Begebenheiten Der größte Schmerz ist gewiss der Verlust eines Kindes für die Mutter Für einen Mann ist es der Tod seiner Mutter Das ist fürchterlich, rasend Das zerreißt einen und wirft einen vollkommen um Aber schließlich kommt doch die Heilung Wie bei großen, blutenden Wunden Aber es gibt gewisse Begegnungen Gewisse unerwartete und doch gefürchtete Dinge Gewisse geheime Kümmernisse Niederträchtigkeiten des Schicksals Die in uns eine ganze Welt von schmerzlichen Gedanken auffühlen Und vor uns plötzlich die Wunderpforte zu allerlei Leiden der Seele öffnen Kompliziert, unheilbar und um so tiefer als sie milde scheinen Um so brennender als sie unausrottbar scheinen Um so stechender als sie erkünstelt scheinen Die lassen dann in unserer Seele eine unendliche Traurigkeit zurück Einen bittern Geschmack Ein unseliges Gefühl, dessen wir lange Zeit nicht Herr werden können Ich habe dabei immer zwei oder drei Dinge vor Augen Die andere vielleicht gar nicht gemerkt haben Und die in mich eingedrungen sind Wie lange, ganz schmale, unheilbare Stichwunden Sie würden den Gemütszustand vielleicht gar nicht begreifen In den mich diese kurzen Eindrücke versetzt haben Ich will nur eins erzählen Es ist lange her, aber noch so lebendig in mir Als wäre es erst gestern gewesen Es ist ja möglich, dass meine Einbildung allein Mir das alles so vorgezaubert hat Ich bin 50 Jahre alt Damals war ich jung und studierte die Rechte Ich war ein wenig melancholisch angelegt Träumerisch von einer weltschmerzlichen Philosophie Die lärmenden Cafés liebte ich ebenso wenig Wie schreiende Kameraden oder törichte Frauenzimmer Ich stand früh auf Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war Gegen 8 Uhr morgens ganz allein In der Baumschule des Luxemburger Parkes spazieren zu gehen Sie haben diese Baumschule nicht mehr gekannt Sie war nämlich wie ein vergessener Garten Aus dem vorigen Jahrhundert Hübsch wie das liebenswürdige Lächeln einer alten Dame Dicht der Hecken trennten die engen, regelmäßigen, ruhigen Zwischen den zwei künstlich geschnittenen Laubwänden hinlaufenden Alleen Ununterbrochen beschnitten die Scheren der Gärtner diese Wände Hier und da war ein Blumenbeet Oder eine Gruppe von kleinen Bäumen Zu zwei und zwei geordnet wie Schüler auf dem Spaziergang Wundervolle Rosenstöcke in Gruppen Oder ganze Regimenter von Obstbäumen Eine ganze Ecke dieses reizenden Wäldchens Wart von den Bienen bewohnt Ihre Strohhäuser waren sorgfältig In gewissen Abständen auf Brettern aufgestellt Und kehrten ihre fingerhutgroßen Eingangstüren der Sonne zu Und längs des ganzen Weges traf man die summenden, goldglänzenden Tierchen Die geradezu Herren dieses stillen Erdenfleckchens geworden waren Und sozusagen hier allein spazieren gingen Beinahe jeden Morgen kam ich dahin Ich setzte mich auf eine Bank und las Ab und zu ließ sich das Buch auf die Knie sinken, um zu träumen Um dem Leben von Paris rund um mich zu lauschen Und um die unendliche Ruhe dieser grünen, altmodisch gestutzten Wände zu genießen Aber bald merkte ich, dass ich nicht allein diesen Ort aufsuchte, sobald man die Tore geöffnet hatte Denn ich begegnete ab und zu an irgendeiner Ecke gerade vor mir Einem seltsamen kleinen Greise Er trug Schuhe mit silbernen Schnallen Eine enge Hose, einen tabakfarbenen Gehrock und statt der Halsbinde ein Spitzendjabot Dazu einen ganz wunderlichen grauen Hut mit breiter Krempe und langen Haaren Einen Hut, der ganz vorsintflutlich aussah Er war mager, sehr mager, eckig, schnitt Gesichter und lächelte Seine lebhaften Augen blitzten fortwährend Und er hatte immer in der Hand einen wunderlichen Stock mit einem goldenen Knopf Der wahrscheinlich ein wichtiges Andenken für ihn bedeutete Zuerst war ich erstaunt über den guten Mann Dann interessierte er mich außerordentlich Und ich betrachtete ihn durch die Blätterwände Folgte ihm von Weitem Blieb aber an der Biegung der Wege stehen, um nicht gesehen zu werden Und als er sich eines Morgens ganz allein wähnte Sah ich plötzlich, wie er anfing, ganz seltsame Bewegungen zu machen Zuerst ein paar kleine Sprünge Dann eine Verbeugung Darauf machte er mit seinen noch geschmeidigen dünnen Beinchen einen Kreuzsprung Fing dann an, auf ganz galante Weise zu tänzeln Und mühte sich auf ganz wunderliche Art ab Lächelte, als hätte er ein Publikum vor sich Grüßte und rundete dazu den Arm Quälte seinen armen Leib wie eine Gliederpuppe ab Indem er lächerliche, zärtliche Begrüßungen ins Leere hinausschickte Er tanzte Ich war ganz starr vor Staunen und fragte mich, wer von uns eigentlich verrückt sei Er oder ich Aber da blieb er plötzlich stehen Trat vor wie ein Schauspieler auf der Bühne Verneigte sich und schritt dann mit liebenswürdigem Lächeln rückwärts Indem er mit zitternden Händen den beiden Reihen gestutzter Bäume Kußhändchen zuwarf Und dann nahm er würdevoll seinen Spaziergang wieder auf Von diesem Tage an verlor ich ihn nicht mehr aus dem Gesicht Und jeden Morgen begann er wieder seine wundersamen Übungen Da überkam mich die Lust einmal mit ihm zu sprechen Ich gab mir einen Stoß, grüßte ihn und sagte Schönes Wetter heute, nicht wahr? Er verneigte sich Jawohl, es ist ein Wetter wie in der guten alten Zeit Acht Tage später waren wir gute Freunde Und ich kannte seine Geschichte Er war zur Zeit des Königs Ludwig XV. Ballettmeister an der Oper gewesen Sein schöner Stock war ein geschenktes Grafen von Clermont Und wenn man mit ihm von Tanzen sprach Hörte er überhaupt nicht mehr auf zu schwatzen Dann vertraute er mir eines Tages an Ich habe die Kastris geheiratet Wenn Sie wollen, werde ich Sie vorstellen Aber sie kommt nur nachmittags her Sehen Sie diesen Garten an Er ist unser ganzes Glück und unsere Freude Alles, was uns von früher geblieben ist Es kommt uns vor, als könnten wir gar nicht leben Wenn wir den nicht hätten Der Garten ist alt und vornehm, nicht wahr? Mir ist es, als ob ich hier eine Luft atmen könnte Die seit meiner Jugend sich nicht verändert hat Meine Frau und ich bringen hier alle Nachmittage zu Ich aber komme, sobald es Tag wird her Denn ich stehe sehrzeitig auf Sobald ich zum Mittag gegessen hatte, kehrte ich in den Luxemburger Garten zurück Und bald entdeckte ich meinen alten Freund Er gab höchst feierlich einer ganz kleinen alten Dame Die schwarz gekleidet ging den Arm Und ich wurde ihr vorgestellt Es war die Kastris, die große Tänzerin Geliebt einst von den Prinzen Geliebt vom König Geliebt von diesem ganzen galanten Jahrhundert Das in der Welt etwas wie einen Liebesduft zurückgelassen hat Wir setzten uns auf eine steinerne Bank Es war im Monat Mai Und Blumenduft zog durch die schmucken Alleen Die warme Sonne schien durch die Zweige Und überschüttete uns mit ihrem Lichtgefunkel Das schwarze Kleid der Kastris war wie ganz durchtränkt von Helligkeit Der Garten war leer Von weitem hörte man die Wagen rollen Bitte, erklären Sie mir doch Sagte ich zu dem alten Tänzer Was war eigentlich das Menuett? Er zuckte zusammen Das Menuett, mein Herr Ist die Königin der Tänze Und der Tanz der Königinnen Verstehen Sie? Seitdem es keine Könige mehr gibt Gibt es auch kein Menuett mehr Und er fing an In pompösem Stil Eine lange Verherrlichung vorzutragen Von der ich kein Wort verstand Ich wollte mir die verschiedenen paar Bewegungen und Stellungen erklären lassen Aber er wurde irre Ganz verzweifelt über seine Unfähigkeit Es mir zu erklären Nervös und traurig Und plötzlich wandte er sich zu seiner alten Gefährtin Die immer schweigsam und ernst geblieben war Und sagte Elise, willst du Sage mir einmal Willst du wohl so liebenswürdig sein Und mit mir einmal dem Herrn zeigen Was das war? Ängstlich blickte sie sich nach allen Seiten um Dann stand sie auf Ohne ein Wort zu sagen Und stellte sich ihm gegenüber Da sah ich etwas Das mir stets unvergeßlich bleiben wird Sie kamen und gingen mit kindlicher Ziererei Lächelten sich an Wiegten sich Verbeugten sich Und hüpften wie zwei alte Puppen Die durch einen alten Ein wenig verrosteten Mechanismus bewegt wurden Den einst ein sehr geschickter Meister Nach dem Geschmack seiner Zeit angefertigt Ich sah sie an Und ganz besondere Gefühle schlichen mir ins Herz Eine unsägliche Traurigkeit Es war mir Als hätte ich eine klägliche Und zugleich komische Erscheinung Als wäre der altmodische Schatten Des versunkenen Jahrhunderts Wieder aufgestiegen Ich hatte Lust zu lachen Und musste doch beinahe weinen Plötzlich hielten sie inne Sie hatten ihren Tanz beendigt Ein paar Sekunden blieben sie einander gegenüberstehen Und machten Faxen auf die wunderlichste Art und Weise Dann fielen sie sich schluchzend um den Hals Drei Tage später Tanzen sie als wunderliche Gespenster Ein phantastisches Menuett Zwischen den Zypressen eines Kirchhofes Längs der Gräbereien im Mondenschein Der Gedanke an sie quält mich Überkommt mich manchmal Und läßt mich nicht los Bleibt in mir wie eine Wunde Warum? Ich weiß es nicht Sie finden das lächerlich, nicht wahr? Ende von Menuett Gelesen von Hocus Pocus Die Hand von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Man drängte sich um den Untersuchungsrichter Bermudier, der seine Ansicht äußerte über den mysteriösen Fall von Saint-Cloud. Seit einem Monat entsetzte dies unerklärliche Verbrechen Paris Niemand konnte es erklären Herr Bermudier stand, den Rücken gegen den Kamin gelehnt da, sprach, sichtete die Beweisstücke, kritisierte die verschiedenen Ansichten darüber, aber er selbst gab kein Urteil ab Ein paar Damen waren aufgestanden, um näher zu sein, blieben vor ihm stehen, indem sie an den glattrasierten Lippen des Beamten hingen, denen so ernste Worte entströmten. Sie zitterten und schauderten ein wenig zusammen, in neugieriger Angst und dem glühenden, unersättlichen Wunsch nach Grauenhaftem, das ihre Seele quälte und peinigte. Eine von ihnen, bleicher als die anderen, sagte während eines Augenblicks stillschweigen, »Das ist ja schrecklich! Es ist wie etwas Übernatürliches dabei! Man wird die Wahrheit nie erfahren!« Der Beamte wandte sich ihr zu. »Ja, gnädige Frau, wahrscheinlich wird man es nicht erfahren, aber wenn Sie von Übernatürlichem sprechen, so ist davon nicht die Rede. Wir stehen vor einem sehr geschickt ausgebuchten und ungemein geschickt ausgeführten Verbrechen, das so mit dem Schleier des Rätselhaften umhüllt ist, dass wir die unbekannten Nebenumstände nicht zu entschleiern vermögen. Aber ich habe früher einmal selbst einen ähnlichen Fall zu bearbeiten gehabt, in dem sich auch etwas Phantastisches zu mischen schien. Übrigens musste man das Verfahren einstellen, da man der Sache nicht auf die Spur kam. Mehrere Damen sagten zur gleichen Zeit so schnell, dass ihre Stimmen zusammenklangen, »Ach Gott, erzählen Sie uns das!« Der Beamte lächelte ernst, wie ein Untersuchungsrichter lächeln muß, und sagte, »Glauben Sie ja nicht, dass ich auch nur einen Augenblick gemeint habe, bei der Sache wäre etwas Übernatürliches. Es geht meiner Ansicht nach alles mit rechten Dingen zu, aber wenn Sie statt Übernatürlich für das, was wir nicht verstehen, einfach unaufklärbar sagen, so wäre das viel besser. Jedenfalls interessierten mich bei dem Fall, den ich Ihnen erzählen werde, mehr die Nebenumstände. Es handelte sich etwa um Folgendes. Ich war damals Untersuchungsrichter in Ajaxio, einer kleinen weißen Stadt an einem wundervollen Golf, der rings von hohen Bergen umstanden ist. Ich hatte dort hauptsächlich Vendetta-Fälle zu verfolgen. Es gibt wundervolle, so tragisch wie nur möglich, wild und leidenschaftlich. Dort kommen die schönsten Rächerakte vor, die man sich nur träumen kann, jahrhundertealter Hass, nur etwas verblasst, aber nie erloschen, unglaubliche Listen, Mordfälle, die zu wahren Massakern sogar beinahe zu herrlichen Taten ausarten. Seit zwei Jahren hörte ich nur immer von der Blutrache, diesem furchtbaren korsischen Vorurteil, das die Menschen zwingt, Beleidigungen nicht bloß an der Person, die sie getan, zu rächen, sondern auch an den Kindern und Verwandten. Ich hatte ihm Greise, Kinder, Vättern zum Opfer fallen sehen, ich stecke ganz voll solcher Geschichten. Da erfuhr ich eines Tages, dass ein Engländer auf mehrere Jahre eine im Hintergrund des Golfes gelegene Villa gemietet. Er hatte einen französischen Diener mitgebracht, den er in Marseille gemietet. Bald sprach alle Welt von diesem merkwürdigen Manne, der in dem Haus allein lebte und nur zu Jagd und Fischfang ausging. Er redete mit niemand, kam nie in die Stadt, und jeden Morgen übte er sich ein oder zwei Stunden im Pistolen- oder Karabinerschießen. Allerlei Legenden bildeten sich um den Mann. Es wurde behauptet, er wäre eine vornehme Persönlichkeit, die aus politischen Gründen aus seinem Vaterland entflohen. Dann ging das Gerücht, dass er sich nach einem furchtbaren Verbrechen hier versteckt hielt. Man erzählte sogar grauenvolle Einzelheiten. Ich wollte in meiner Eigenschaft als Untersuchungsrichter etwas über den Mann erfahren, aber es war mir nicht möglich. Er ließ sich Sir John Rowell nennen. Ich begnügte mich also damit, ihn näher zu beobachten, und ich kann nur sagen, dass man mir nichts irgendwie Verdächtiges mitteilen konnte. Aber da die Gerüchte über ihn fortgingen, immer seltsamer wurden und sich immer mehr verbreiteten, so entschloss ich mich einmal, den Fremden selbst zu sehen, und ich begann regelmäßig in der Nähe seines Besitztums auf die Jagd zu gehen. Ich wartete lange auf eine Gelegenheit. Endlich bot sie sich mir dadurch, dass ich dem Engländer ein Rebhuhn vor der Nase wegschoss. Mein Hund brachte es mir, ich nahm es auf, entschuldigte mich Sir John Rowell gegenüber und bat ihn artig, die Beute anzunehmen. Er war ein großer, rothaariger Mann mit rotem Bart, sehr breit und kräftig, eine Art ruhiger, höflicher Herkules. Er hatte nichts von der sprichwörtlichen englischen Steifheit und dankte mir lebhaft für meine Aufmerksamkeit in einem englisch-gefärbten Französisch. Nach vier Wochen hatten wir fünf oder sechs Mal zusammen gesprochen, und eines Abends, als ich an seiner Tür vorüberkam, sah ich ihn, wie er in seinem Garten rittlings auf einem Stuhl saß und die Pfeife rauchte. Ich grüßte und er lud mich zu einem Glase Bier ein. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Er empfing mich mit aller peinlichen englischen Artigkeit, sprach im höchsten Lobestone von Frankreich, von Corsica, und erzählte, er hätte dieses Eiland sehr gern. Da stellte ich ihm mit größter Vorsicht, indem ich lebhaftes Interesse heuchelte einige Fragen über sein Leben und über seine Absichten. Ohne Verlegenheit antwortete er mir, erzählte mir, er sei sehr viel gereist, in Afrika, Indien und Amerika, und fügte lachend hinzu, »Oh, ich habe viele Abenteuer gehabt. Oh, yes!« Dann sprach ich weiter von der Jagd, und er erzählte mir interessante Einzelheiten über die Nilpferd, Tiger, Elefanten und sogar Gorilla-Jagd. Ich sagte, »All diese Tiere sind gefährlich.« Er lächelte, »Oh, no!« »Die Schlimmste ist die Mensch!« Er lachte gemütlich in seiner behäbigen englischen Art und sagte, »Ich habe auch viel die Menschen gejagt.« Dann sprach er von Waffen und forderte mich auf, bei ihm einzutreten, um ein paar Gewehre verschiedener Systeme zu besehen. Das Wohnzimmer war mit schwarzer gestickter Seide ausgeschlagen. Große gelbe Blumen schlängelten sich über den dunklen Stoff und leuchteten wie Feuer. Er sagte, »Das ist japanische Stickerei!« Aber mitten auf der größten Wand zog ein eigentümlicher Gegenstand meine Blicke auf sich. Von vier Ecken mit rotem Sammet umgeben hob sich etwas Seltsames ab. Ich trat näher. Es war eine Hand, eine menschliche Hand, nicht die Hand eines Skeletts mit gebleichten, reinlich präparierten Knochen, sondern eine schwarze, vertrocknete Hand mit gelben Nägeln, bloß liegenden Muskeln und alten Blutspuren auf dem glatt abgeschnittenen Knochen, als wäre er mitten im Unterarm mit einem Beile abgehackt. An dem Handgelenk war eine Rieseneisenkette befestigt, die mit einem so starken Ring, als wollte man einen Elefanten daran binden, die Hand an der Mauer hielt. Ich fragte, was ist denn das? Der Engländer antwortete ganz ruhig, das war meine beste Feind, sie kam von Amerika, das ist mit die Säbel abgeschlagen und die Haut mit scharfe Kiesel abgekratzt und acht Tage in die Sonne getrocknet. Aho, sehr fein für mir. Ich faßte diese menschlichen Überreste, die einem Koloss angehört haben mußten, an. Diese Hand war grässlich zu sehen und unwillkürlich drängte sich mir der Gedanke an einen fürchterlichen Racheakt auf. Ich sagte, dieser Mann muß sehr stark gewesen sein. Der Engländer antwortete ganz weich, oh yes, aber ich war stärker, ich hatte die Kette angebunden, ihn zu halten. Ich meinte, er scherze, und sagte, nun, diese Kette ist ja jetzt unnütz, die Hand wird ja nicht davonlaufen. Sir John Rowell antwortete ernst, sie wollte immer fortlaufen, die Kette war nötig. Mein Blick ruhte fragend auf seinem Gesicht, und ich sagte mir, ist der Kerl verrückt, oder ist es ein schlechter Witz? Aber sein Gesicht blieb unbeweglich ruhig, voller Wohlwollen, er sprach von anderen Dingen, und ich bewunderte seine Gewehre. Aber ich bemerkte, dass geladene Revolver hier und da auf den Tischen lagen, als ob er in beständiger Furcht vor einem Angriff lebte. Ich besuchte ihn noch ein paar Mal, dann nicht mehr. Man hatte sich an seine Anwesenheit gewöhnt, er war uns allen uninteressant geworden. Ein ganzes Jahr verstrich. Da weckte mich eines Morgens, Ende September, mein Diener mit der Meldung, Sir John Rowell wäre in der Nacht ermordet worden. Eine halbe Stunde später betrat ich mit dem Gendarmeriehauptmann das Haus des Engländers. Der Diener stand ganz verzweifelt vor der Tür und weinte. Ich hatte zuerst den Mann in Verdacht, aber er war unschuldig. Den Schuldigen hat man nie entdecken können. Als ich in das Wohnzimmer des Sir John Rowell trat, sah ich auf den ersten Blick mitten in dem Raum die Leiche auf dem Rücken liegen. Die Weste war zerrissen, ein Ärmel hing herab. Alles deutete darauf hin, dass ein furchtbarer Kampf stattgefunden hatte. Der Engländer war erwürgt worden. Sein schwarzes, gedunsenes Gesicht hatte etwas Grässliches und schien ein furchtbares Entsetzen auszudrücken. Zwischen den zusammengebissenen Zähnen steckte etwas und sein blutiger Hals war von fünf Löchern durchbohrt, als wären fünf Eisenspitzen dort eingedrungen. Ein Arzt folgte uns. Er betrachtete lange die Fingerspuren im Fleisch und tat die seltsame Äußerung, das ist ja, als ob er von einem Skelett erwürgt worden wäre. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich blickte zur Wand, auf die Stelle, wo ich sonst die entsetzliche Hand gesehen. Sie war nicht mehr da, die Kette hing zerbrochen herab. Ich beugte mich zu dem Toten nieder und fand in seinem verzerrten Mund einen der Finger dieser verschwundenen Hand, gerade am zweiten Glied von den Zähnen abgebissen oder vielmehr abgesägt. Die Untersuchung wurde eingeleitet, man fand nichts. Keine Tür war aufgebrochen worden, kein Fenster, kein Möbel. Die beiden Wachhunde waren nicht wach geworden. Die Aussage des Dieners war etwa folgende. Seit einem Monat schien sein Herr sehr erregt. Er hatte viele Briefe bekommen, aber sie sofort wieder verbrannt. Oft nahm er in einem Wutanfall, fast tobsuchtsartig, eine Reitpeitsche und schlug ein auf diese vertrocknete Hand, die an die Mauer geschmiedet und, man weiß nicht wie, zur Stunde, als das Verbrechen geschehen, geraubt worden war. Er ging sehr spät zu Bett und schloss sich jedes Mal sorgfältig ein. Er hatte immer Waffen bei der Hand, manchmal sprach er des Nachts laut, als zankte er sich mit jemandem. Diese Nacht hatte er aber zufällig keinen Lärm gemacht und der Diener hatte Sir John erst ermordet vorgefunden, als er die Fenster öffnete. Er hatte niemanden in Verdacht. Was ich wusste, teilte ich dem Beamten und der Polizei mit und auf der ganzen Insel wurde sorgfältig nachgeforscht. Man entdeckte nichts. Da hatte ich eine Nacht, ein Vierteljahr nach dem Verbrechen, einen furchtbaren Traum. Es war mir, als sähe ich die Hand, die entsetzliche Hand, wie einen Skorpion, wie eine Spinne längs der Vorhänge hinhuschen. Dreimal wachte ich auf, dreimal schlief ich wieder ein, dreimal sah ich dieses entsetzliche Überbleibsel um mein Zimmer herumjagen, in dem es die Finger wie Pfoten bewegte. Am nächsten Tag brachte man mir die Hand, die man auf dem Kirchhof, wo Sir John Rowell begraben war, da man seine Familie nicht eruiert hatte, auf seinem Grabe gefunden hatte. Der Zeigefinger fehlte. Das, meine Damen, ist meine Geschichte. Mehr weiß ich nicht. Die Damen waren bleich geworden, zitterten, und eine von ihnen rief, »Aber das ist doch keine Lösung und keine Erklärung. Wir können ja gar nicht schlafen, wenn Sie uns nicht sagen, was Ihrer Ansicht nach passiert ist.« Der Beamte lächelte ernst. »O, meine Damen, ich will Sie gewiß nicht um Ihre schönsten Träume bringen. Ich denke ganz einfach, daß der Besitzer dieser Hand gar nicht tot war, und daß er einfach gekommen ist, um Sie mit der Hand wiederzuholen, die ihm übrig geblieben war. »Aber ich weiß nicht, wie er das angestellt hat. Das wird eine Art Vendetta sein.« Einer der Damen flüsterte, »Nein, das kann nicht so gewesen sein.« Und der Untersuchungsrichter schloß immer noch lächelnd, »Ich habe es Ihnen doch gesagt, daß meine Erklärung Ihnen nicht passen würde.« Ende von Die Hand Gelesen Von Hukuspokus Die Unbekannte Von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Man sprach von absonderlichem Glück, das einer entwickelt, und jeder wußte etwas zu berichten, von wundersamen, reizenden Begegnungen, auf der Eisenbahn, im Hotel, auf Reisen, an der See. Das Seebad, behauptete Roger Desanets, sei außerordentlich günstig für die Liebe. Gontran schwieg. Man bat ihn um seine Ansicht. »Ich glaube, Paris ist ein noch günstigerer Boden. Eine Frau ist wie eine Nipsache. Wir schätzen sie meist dort am meisten, wo wir sie nicht zu finden hoffen dürfen. Aber sogenannte feine Kuhs macht man doch nur in Paris.« Er schwieg einige Sekunden. Dann begann er von Neuem. »Ach, es ist zu nett, so an einem Frühlingsmorgen in Paris durch die Straßen zu bummeln. Die kleinen Mädchen, die längs der Häuser hintrippeln, sehen aus wie aufgeblühte Blumen. Ach, es ist zu nett, zu nett. Überall Feilchen-Duft auf den Trottoirs, Feilchen auf den kleinen Wagen, die die Verkäuferinnen langsam durch die Straßen ziehen. Die ganze Stadt ist lustig und heiter, und man guckt allen Mädchen unter den Hut. Gott, wie reizend sie aussehen in ihren hellen, leichten Toiletten, durch welche die Haut durchschimmert. Man bummelt herum, lässt sich die Luft um die Nase wehen, wird ganz aufgekratzt, beguckt, bespäht, alles. Ach, so ein Morgen ist zu köstlich.« Schon von Weitem ahnt man, ob uns eine gefallen wird, wenn sie näher kommt. Auf hundert Schritt kann man's schon erkennen. An der Blume auf dem Hut, an einer Kopfbewegung, an der Art, wie sie geht, weiß man schon, ob sie's sein wird oder nicht. Sie kommt, und man weiß es gleich bestimmt. Die ist's. Und dann läuft man neben ihr her und guckt ihr unter den Hut. Ob's ein kleines Mädchen ist, das für sein Geschäft eine Besorgung macht, oder eine junge Frau, die aus der Kirche kommt oder zu ihrem Liebhaber geht, ist alles gleich. Der Busen ist rund unter dem durchscheinenden Kleide. Ach, wenn man mal die Finger drauflegen dürfte. Oder die Lippen. Sie schaut schüchtern oder keckt rein, ist braun oder blond, ganz einerlei. Wenn sie einem naht, läuft einem ein Schauer über den Leib. Und den ganzen Tag über denkt man an sie. Oh, ich erinnere mich mindestens zwanzig solcher Wesen, die ich einmal oder zehnmal auf diese Art gesehen habe und in die ich mich wahrscheinlich sterblich verliebt hätte, wenn ich sie näher hätte kennenlernen. Aber leider lernt man die, in die man sich sehr wahnsinnig verlieben würde, nicht kennen. Haben Sie das schon einmal beobachtet? Es ist zu sonderbar. Ab und zu sieht man mal eine Frau, deren bloßer Anblick einen ganz verrückt machen könnte, aber man sieht sie eben nur. Und wenn ich an all die süßen Mädel denke, denen ich mal in Paris auf der Straße begegnet bin, dann überkommt mich eine Raserei, dass ich mich am liebsten aufhängen möchte. Wo sind sie? Wer sind sie? Wie soll man sie wiederfinden, sie wiedersehen? Man sagt wohl so, das Glück ist nahe gewesen. Nun, ich weiß gewiß, dass ich oft nahe an der vorübergegangen bin, deren junger Leib für mich ein Magnet gewesen wäre, wie der Schlangenblick für einen Vogel. Roger Disanet hatte lächelnd zugehört. Nun sagte er, mir ist's genauso gegangen wie dir. Mir ist mal folgende Geschichte passiert. Vor etwa fünf Jahren begegnete ich zum ersten Mal auf dem Pont de la Concorde einer großen, jungen, etwas starken Frau, die mir einen Eindruck machte, einen unvergesslichen Eindruck. Sie war braun, ein wenig rundlich, mit leuchtendem Haar, das in die Stirn herabhing, und Augenbrauen, die sich schön geschwungen von einer Schläfe zur anderen zogen und in der Mitte über den Augen zusammengewachsen waren. Ein Bartanflug über den Lippen gab zu träumen, zu träumen, wie man wohl träumerisch an einen liebgewonnenen Winkel der Natur denkt, wenn man einen Blumenstrauß auf dem Tisch sieht. Sie war von hohem Wuchs und besaß einen starken Busen, der etwas herausforderndes hatte, als wollte er einen in Versuchung bringen. Ihre Augen sahen aus wie ein schwarzer Tintenfleck auf weißem Emaille. Es war eigentlich gar kein Auge, sondern ein schwarzes Loch, ein tiefes, schwarzes Loch im Kopf, durch das man in sie hineinsah, förmlich bis in ihr Innerstes. Auch dieser seltsame, dunkle und doch leere Blick, ausdruckslos und doch so schön. Ich bildete mir ein, sie müsse Jüdin sein. Ich stieg ihr nach. Viele Herren auf der Straße drehten sich um. Sie schritt auf eine eigene, etwas bummelige Art dahin, die nicht gerade graziös war, aber doch sehr anziehend. Auf dem Platz de la Concorde nahm sie eine Troschke. Wie ein Ochse am Berg blieb ich neben dem Obelisken stehen, den glühendsten Wunsch im Herzen, der mich noch je befallen. Ich habe mindestens drei Wochen lang immerfort an sie gedacht. Dann vergaß ich sie. Ein halbes Jahr später sah ich sie in der Rue de la Paix wieder, und als ich sie entdeckte, war es mir förmlich wie ein Stich ins Herz, wie, wenn man eine Frau wieder sieht, die man früher einmal wahnsinnig geliebt hat. Ich blieb stehen, um sie genau zu betrachten. Als sie an mir vorüberging und mich beinahe streifte, ward es mir siedend heiß, als ob ich vor der geöffneten Tür eines Ofens stünde. Als sie dann vorüber war, hatte ich ein Gefühl, als striche mir ein frischer Windhauch über das Gesicht. Ich folgte ihr nicht. Ich hatte Angst, irgendeine Dummheit zu begehen. Vor mir selbst hatte ich Angst. Aber sie quälte mich oft in meinen Träumen. Das kennst du nicht, wahr? Ein Jahr lang sah ich sie nicht wieder. Dann, eines Abends, Anfang Mai, als die Sonne schon im Untergehen war, erkannte ich sie plötzlich, wie sie ein Stück vor mir die Champs-Élysées hinaufging. Der Arc de l'Etoile zeichnete sich am sternenglitzernden Himmel ab. Ein goldiger Staub, eine Art Nebel aus rötlicher Helle gewoben schwebte in der Luft. Es war einer jener wunderbaren Abende, an denen Paris so unbeschreiblich schön ist. Ich folgte ihr mit dem glühenden Wunsche, sie anzureden, vor ihr niederzuknien und ihr meine Erregung zu gestehen, an der sie schuld war. Zweimal ging ich an ihr vorbei, kehrte wieder um, um ihr wieder entgegenzukommen. Und zweimal hatte ich, als ich vorüberkam, wieder dieses Gefühl sengender Hitze, die mir damals in der Rue de la Paix entgegengeschlagen. Sie blickte mich an, dann ging sie in ein Haus, der Rue de Presbourg. Zwei Stunden lang wartete ich auf sie unter einem Torwege gegenüber. Sie kam nicht wieder. Da entschloss ich mich, den Poitier nach ihr zu fragen. Er schien mich gar nicht zu verstehen und sagte, die Dame hat vielleicht hier einen Besuch gemacht. Und wieder verstrichen acht Monate, ehe ich sie wieder sah. Da ging ich eines Morgens im Januar bei einer sibirischen Kälte den Boulevard Malerbe hinauf. Ich lief, ein wenig um warm zu werden, als sich an der Straßenecke so heftig mit einer Dame zusammenstieß, dass sie ein kleines Paket fallen ließ. Ich wollte mich entschuldigen. Sie war es. Zuerst war ich ganz dumm vor Staunen, dann überreichte ich ihr das heruntergefallene Paket und sagte schnell, es tut mir sehr leid, und doch bin ich sehr glücklich, mit ihnen so zusammengestoßen zu sein. Ich kenne sie schon seit zwei Jahren und bewundere sie ebenso lange. Seit zwei Jahren ist es mein sehnlichster Wunsch, mit ihnen bekannt zu werden. Es gelang mir nicht zu erfahren, wer sie sind, noch wo sie wohnen. Bitte entschuldigen sie diese Worte. Sie sind nur der Ausfluss des glühenden Wunsches, unter die zu zählen, die sie grüßen dürfen. Nicht wahr, das verletzt sie doch nicht. Sie kennen mich nicht. Ich heiße Baron Roger de Sanette. Bitte erkundigen sie sich nach mir. Sie werden erfahren, dass sie mich empfangen können. Wenn sie aber meine Bitte abschlagen, machen sie mich zum Unglücklichsten der Menschen. Also seien sie gut und geben sie mir die Möglichkeit, sie zu besuchen. Sie sah mich starr an mit ihren seltsamen, toten Augen und antwortete lächelnd, »Geben Sie mir Ihre Adresse, ich werde zu Ihnen kommen.« Ich war so erstaunt, dass ich es wohl gezeigt haben muss. Aber ich brauche nie lange Zeit, um mich von solchen Überraschungen zu erholen, und ich gab ihr sofort eine Karte, die sie mit einer so schnellen Bewegung in die Tasche steckte, dass man sah, dass das offenbar nichts Ungewöhnliches für sie war. Nun wurde ich unternehmender und sagte, »Wann werden Sie kommen?« Sie zögerte, als ob sie eine schwierige Berechnung zu machen hätte. Offenbar suchte sie sich Stunde um Stunde zu vergegenwärtigen, wie sie über ihre Zeit verfügt. Dann flüsterte sie, »Paßt es Ihnen Sonntagfrüh?« »Aber selbstverständlich.« Dann ging sie davon, nachdem sie mich genau angesehen, beurteilt, und mit diesem schweren, unbestimmten Blick eingeschätzt, unter dem es einem zumute ist, als bleibe etwas auf der Haut kleben, als hätte er auf die Menschen einen dicken Saft gespritzt, dessen sich die Quallen bedienen, um das Wasser zu trüben und ihre Beute einzuschläfern. Ich beschäftigte mich bis zum Sonntag damit, darüber zu grübeln, was sie eigentlich war, wie ich mich ihr gegenüber zu benehmen hätte. Sollte ich sie bezahlen, und wie hoch? Endlich entschloss ich mich, ein Schmuckstück zu kaufen, einen sehr hübschen Gegenstand, den ich im Etui auf die Kaminecke stellte. Ich schlief schlecht und erwartete sie. Gegen zehn Uhr kam sie, sehr ruhig, sehr still. Sie reichte mir die Hand, als ob sie mich längst gekannt. Ich bot ihr einen Stuhl an, nahm ihr Hut und Schleier ab, Pelz und Muff. Dann begann ich mit einiger Verlegenheit etwas unternehmender zu werden, denn ich hatte keine Zeit zu verlieren. Übrigens ließ sie sich durchaus nicht bitten, und wir hatten kaum zwanzig Worte miteinander gewechselt, als ich anfing, sie zu entkleiden. Sie zog sich dann ganz allein weiter aus. Ich habe das nie fertig gekriegt. Ich steche mich immer an den Stecknadeln und mache überall, statt die Schleifen aufzuziehen, unentwirrbare Knoten. Ich bringe alles in Unordnung, verwechsle alles, vertrödele die Zeit und verliere vollkommen den Kopf. O lieber Freund, kennst du schönere Anblicke als jene, wenn man aus Diskretion um jene Straußenscham, die sie alle besitzen, nicht zu verletzen, nur von Weitem die betrachtet, die sich vor uns entkleidet, so daß eine ihrer Hülle nach der anderen zu Boden fällt. Was gibt es Reizenderes als ihre Bewegungen, mit denen sie die Kleider ablegen, die dann leer und schlaff, als ob eben das Leben aus ihnen entwichen, zu Boden fallen? Wie schön ist es, wenn das nackte Fleisch erscheint, die Arme und die Brust, nachdem das Korsett gefallen, und wie aufregend, die Linien des Körpers unter dem letzten Schleier zu erraten. Aber plötzlich entdeckte ich, obwohl ich bestimmt versprochen hatte, nicht hinzusehen, etwas ganz Eigentümliches, einen schwarzen Fleck zwischen den Schultern, denn sie drehte mir den Rücken zu, einen großen, erhabenen, ganz schwarzen Fleck. Was war das? Ich konnte nicht weiter zweifeln, hätte nur an ihr Schnurbärtchen zu denken brauchen, an die Augenbrauen, die zusammengewachsen waren, an das dichte Haar, das sie wie einen Helm auf dem Kopf trug. Ich hätte darauf gefasst sein sollen. Und doch war ich erschrocken. Allerlei sonderbare Erinnerungen quälten mich. Mir war es, als ob ich eine der Zauberinnen aus Tausend und einer Nacht vor mir sehe, eines jener gefährlichen, niederträchtigen Wesen, welche die Menschen in unbekannte Abgründe hinabziehen sollen. Ich dachte an Salomo, der die Königin von Saber über einen Spiegel schreiten ließ, um sicher zu sein, dass sie keinen Teufelsfuß hätte. Und, und als ich hier mein Liebeslied singen sollte, entdeckte ich, dass ich keine Stimme mehr hatte. Ganz heiser, aber total heiser war mein Lieber. Ich bitte um Verzeihung, ich hatte doch eine Stimme, aber so wie die Sänger des Papstes. Zuerst war sie erstaunt darüber, dann aber sehr böse, denn sie sagte, während sie sich schnell wieder anzog, da brauchen sie mich doch nicht erst zu bemühen. Ich wollte sie bitten, den Ring, den ich gekauft, anzunehmen, aber sie sagte sehr von oben herunter, bitte, wofür halten sie mich denn? Ich war putterrot über diese doppelte Demütigung und sie ging davon, ohne ein Wort weiter zu sagen. Das ist meine Geschichte. Nur kommt das Böse nach, ich bin nämlich jetzt in sie verliebt, rasend verliebt. Ich kann keine Frau mehr anblicken, ohne an sie zu denken. Alle anderen stoßen mich ab, ekeln mich, wenn sie ihr nicht ähnlich sehen. Ich kann keinen Kuss auf eine Wange drücken, ohne ihre Wange im Geiste neben der zu erblicken, die ich küsse und ohne, daß die unbefriedigte Sehnsucht mich quält. Sie wohnt unsichtbar allen meinen Liebesabenteuern, meinen Zusammenkünften bei. Sie stört meine Zärtlichkeiten und macht sie mir ekelhaft. Ich sehe sie vor mir, bekleidet oder nicht, als wäre sie meine wirkliche Geliebte. Sie ist immer da. Neben der anderen steht sie oder liegt sie, ich sehe sie und kann sie nicht fassen. Und nun glaube ich beinahe, daß es eine Hexe gewesen ist, die zwischen ihren Schultern ein rätselhaftes Mal getragen. Wer ist sie? Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin ihr seitdem wieder zweimal begegnet, habe sie gegrüßt. Sie hat meinen Gruß nicht erwidert, gar nicht getan, als kennte sie mich. Wer ist sie? Stammt sie aus Asien? Wahrscheinlich ist sie eine orientalische Jüdin. Ja, eine Jüdin. Mir ist so, als müsste sie eine Jüdin sein. Aber warum? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Ende von Die Unbekannte Gelesen von Hokuspokus Das Testament von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich kannte den großen jungen Mann, der René von Bourneval hieß. Er war im Verkehr ganz angenehm, obschon immer etwas traurig gestimmt. Er schien von allem auf dieser Erde zurückgekommen zu sein, war sehr skeptisch veranlagt und zwar hatte er einen etwas beißenden Skeptizismus, der es verstand, mit einem einzigen Wort die Scheinheiligkeit unserer Zeit zu entschleiern. Er sagte oft, es gibt keine ehrlichen Menschen oder sie sind wenigstens nur relativ ehrlich im Vergleich mit der gewöhnlichen Masse. Er hatte zwei Brüder, zwei Herren von Courcy, mit denen er sich gar nicht verstand. Ich bildete mir ein, sie wären aus einer anderen Ehe wegen des verschiedenen Namens, aber man hatte mir mehrmals gesagt, dass ich in dieser Familie etwas ganz Eigenes abgespielt habe, obgleich ich nie etwas Genaueres erfuhr. Da der junge Mann mir sehr gut gefiel, waren wir bald näher bekannt. Eines Abends, als ich bei ihm ganz allein gesessen hatte, fragte ich zufällig, sagen Sie mal, sind Sie aus der ersten oder zweiten Ehe ihrer Frau Mutter. Er wurde ein wenig bleich und dann rot und antwortete ein paar Sekunden nicht, in sichtlicher Verlegenheit. Dann lächelte er auf melancholische und weiche Art, wie er es zu tun pflegte, und sagte, Lieber Freund, wenn es Ihnen nicht zu langweilig ist, will ich Ihnen etwas über meinen Ursprung erzählen. Vielleicht interessiert es Sie. Ich weiß, dass Sie ein vernünftiger Mensch sind. Ich brauche also nicht zu fürchten, dass unsere Freundschaft darunter leiden könnte. Und wenn Sie darunter litte, so würde mir eben nichts mehr daran liegen, Sie meinen Freund zu nennen. Meine Mutter, Frau von Cursy, war eine kleine, schüchtern veranlagte Frau, die von ihrem Mann wegen ihres Geldes geheiratet worden war. Ihr ganzes Leben war ein Martyrium. Sie hatte eine liebebedürftige, furchtsame, zarte Seele und wurde unausgesetzt von dem, der mein Vater hätte sein sollen, roh behandelt. Er war eines jener Raubeine, die man Landjunker nennt. Nachdem sie kaum einen Monat verheiratet waren, hielt er es mit einer Magd. Und auch sonst knüpfte er Verhältnisse an mit Frauen und Töchtern seiner Pächter. Es hinderte ihn aber nicht, außerdem von seiner Frau zwei Kinder zu haben. Eigentlich müsste man sagen, drei, wenn man mich mitzählte. Meine Mutter sagte nichts dazu. In diesem Hause, in dem es immer lärmend zuging, lebte sie nur wie eine kleine Maus, die unter den Möbeln herumhuscht. Immer beiseite geschoben, zurückgetränkt, zitternd, blickte sie die Menschen mit ihren klaren, ängstlich, ewig umherirrenden Augen an, wie jemand, der unausgesetzt in der Furcht lebt. Und doch war sie hübsch, sogar sehr hübsch, blond, von einem Graublond, einem beängstigenden Blond, als hätte ihr Haar durch ihre fortwährende Furcht die Farbe verloren. Unter den Freunden des Herrn von Courcy, die täglich Gäste im Schlosse waren, befand sich ein ehemaliger Kavallerieoffizier, ein Witwer, vor dem die anderen Respekt hatten, der zartfühlend war und gewalttätig zugleich, und genau wußte, was er wollte. Es war Herr von Burnwall, dessen Name ich trage. Er war ein großer, hagerer Mann mit mächtigem, schwarzem Schnurrbart. Ich sehe ihm ein wenig ähnlich. Der Mann hatte allerlei gelesen und dachte ganz anders als die meisten seiner Standesgenossen. Seine Mutter war eine Freundin von Jean-Jacques Rousseau gewesen, und es machte den Eindruck, als sei von dieser Beziehung etwas auf ihn übergegangen. Er kannte den Gesellschaftsvertrag und die neue Eloise und alle jene philosophischen Bücher auswendig, die den späteren Umsturz aller alten Gebräuche, aller unserer Vorurteile, aller veralteter Gesetze und unserer törichten Moral vorbereitet haben. Wie es scheint, liebte er meine Mutter und wurde von ihr wieder geliebt. Dieses Verhältnis blieb aber derart verborgen, daß niemand etwas davon ahnte. Die arme, verlassene, traurige Frau hat sich offenbar an ihn so vollkommen angeschlossen, daß sie sich in dem Verkehr mit ihm die Art seines Denkens, seine feinen Ansichten aneignete und den Mut fand, sich über die Gesetze der Ehe hinwegzusetzen. Aber daß sie furchtsamer Natur war und niemals ein lautes Wort zu sagen wagte, blieb das alles in ihrem Herzen verborgen. Meine beiden Brüder waren bös gegen sie wie ihr Vater. Sie liebten sie nicht, und da sie gewohnt waren, daß sie im Hause nichts galt, behandelten sie sie fast wie einen Dienstboten. Ich war der einzige ihrer Söhne, der sie wirklich liebte und den sie wiederliebte. Sie starb, als ich 18 Jahre alt war. Ich muß hinzufügen, damit sie verstehen, was nun folgt, daß sie mit ihrem Mann laut einer Klausel ihres Ehevertrags zugunsten meiner Mutter nicht in Gütergemeinschaft lebte. Sie hatte dank der Vorsicht eines klugen Notars das Recht behalten, testamentarisch ganz nach ihrem Willen über ihren Besitz zu verfügen. Wir wurden also davon unterrichtet, daß bei einem Notar ein Testament hinterlegt sei und aufgefordert, der Verlesung des Aktenstückes beizuwohnen. Ich erinnere mich dessen, als wäre es erst gestern geschehen. Die erst jetzt nach dem Tode zum Ausdruck kommende Empörung der Verstorbenen verursachte eine großartig dramatische, komisch überraschende Szene. Wie ein Freiheitsschrei klang diese Zurückforderung aus den Tiefen des Grabes dieser Märtyrerin, die Zeit ihres Lebens durch unsere Sitten gebeugt gewesen und die nun aus ihrem geschlossenen Sarg einen verzweifelten Freiheitsschrei hinausrief. Der Mann, der sich für meinen Vater hielt, ein dicker Sanguiniker, der den Eindruck eines Fleischers machte, und meine beiden Brüder, zwei kräftige junge Leute von zwanzig und einundzwanzig Jahren, saßen ruhig auf ihren Stühlen und warteten. Herr von Burnwall war gleichfalls aufgefordert worden, zu erscheinen. Er trat ein und nahm hinter mir Platz. Er hatte den Überrock zugeknöpft, sah bleich aus und kaute nervös an seinem Schnurrbart, der jetzt ein wenig grau geworden war. Offenbar war er gefasst auf das, was da kommen sollte. Der Notar schloss die Tür zweimal herum ab und begann die Verlesung, nachdem er vor uns den mit roten Siegeln verschlossenen Umschlag, dessen Inhalt er nicht kannte, geöffnet. Plötzlich schwieg mein Freund, stand auf und holte aus einem Schreibtisch ein altes Dokument, faltete es auseinander, drückte einen langen Kuss darauf und begann wieder. Das ist das Testament meiner geliebten Mutter. Ich, Anna Katharina Genufäfer Mathilde von Kroalys, Ehefrau des Johann Leopold Josef Guntram von Kursi, erkläre hiermit im Vollbesitz meiner Geisteskräfte folgendes als meinen letzten Willen. Zuerst bitte ich Gott um Verzeihung und ebenso meinen lieben Sohn René wegen dessen, was ich zu enthüllen habe. Ich glaube, dass mein Sohn groß genug denkt, um mich zu begreifen und mir zu vergeben. Ich habe mein ganzes Leben hindurch gelitten. Mein Mann hat mich aus Berechnung geheiratet, dann missachtet, unterdrückt und fortwährend betrogen. Ich verzeihe ihm, aber wir sind abgefunden, einer mit dem anderen. Meine älteren Söhne haben mich nicht geliebt, sich nicht um mich gekümmert, in mir kaum die Mutter gesehen. Solange ich lebte, bin ich gegen sie so gewesen, wie es mir Pflicht war. Jetzt, nach dem Tode, schulde ich ihnen nichts mehr. Die Bande des Blutes existieren nicht ohne dauernde, tägliche, heilige Liebe. Ein undankbarer Sohn ist weniger als ein Fremder, denn er ist tief in der Schuld, da er nicht das Recht hat, gegen seine eigene Mutter gleichgiltig zu sein. Ich habe immer vor den Menschen gezittert, vor ihren harten Gesetzen, ihren unmenschlichen Sitten, ihren Elenden vorurteilen. Vor Gott fürchte ich mich nicht. Wenn ich einmal tot bin, werfe ich die schmachvolle Scheinheiligkeit ab. Jetzt wage ich zu sagen, was ich gedacht habe, wage es, das Geheimnis meines Herzens einzugestehen und hier schriftlich niederzulegen. Ich hinterlasse den gesamten Teil meines Vermögens, über den mir nach dem Gesetz die Verfügung zusteht, dem Manne, den ich heiß und tief geliebt habe, Peter Germain-Simon de Bourneval, nachdem es später auf unseren geliebten Sohn René übergehen wird. Genauere Bestimmungen hierüber folgen in einem besonderen Notariatsakt. Und vor dem höchsten Richter, der mich hört, erkläre ich, dass ich Leben und Seligkeit verflucht hätte, wenn mir nicht die tiefe, heiße, zarte, unerschütterliche Liebe meines Geliebten auf dieser Erde begegnet wäre. Wenn ich in seinen Armen nicht begriffen hätte, dass Gott die Menschen geschaffen hat, einander zu lieben, einander zu helfen, einander zu trösten, miteinander zu weinen in Stunden der Bitternis. Der Vater meiner beiden ältesten Söhne ist Herr von Courcy. Nur René hat Herrn von Bourneval das Leben zu verdanken. Ich bitte Gott, den Herren über Menschen und Schicksale, Vater und Sohn, über die sozialen Vorurteile erhaben zu machen und zu geben, dass sie sich bis an ihren Tod lieben und mich noch weiter lieben, nachdem ich tot bin. Das ist mein letzter Gedanke. Mein letzter Wunsch Mathilde von Croalys Herr von Courcy war aufgesprungen und rief Das ist das Testament einer Verrückten. Da trat Herr von Bourneval einen Schritt vor und sagte mit energisch scharfer Stimme, Ich, Simon von Bourneval, erkläre, dass dieses Schriftstück nichts als die lautere Wahrheit enthält. Ich bin bereit, das auch durch Briefe, die in meinem Besitze sind, zu beweisen. Da ging Herr von Courcy auf ihn los. Ich dachte, sie würden sich aufeinander stürzen. Die beiden großen Männer standen bebend einander gegenüber, der eine stark und dick, der andere hager. Der Mann meiner Mutter rief, Sie sind ein Schuft! Und der andere antwortete in demselben energischen Ton, Wir werden uns anderswo wiedersehen. Ich hätte sie längst geohrfeigt, wenn ich nicht, solange die arme Frau noch lebte, der sie das Leben so bitter gemacht haben, hätte Ruhe halten wollen. Dann wandte er sich zu mir. Du bist mein Sohn. Willst du mit mir kommen? Ich habe kein tatsächliches Recht, dich mit mir zu nehmen, aber ich will das Vaterrecht ausüben, wenn du mir folgen willst. Ich drückte ihm stumm die Hand und wir gingen zusammen hinaus. Ich war wie betäubt. Zwei Tage später tötete Herr von Burnwall Herrn von Courcy im Duell. Meine Brüder schwiegen aus Furcht vor einem fürchterlichen Skandal. Ich habe ihnen die Hälfte der Hinterlassenschaft meiner Mutter sediert. Sie haben sie angenommen. Ich aber nahm den Namen meines wirklichen Vaters an und verzichtete auf den, welchen mir das Gesetz gegeben hat und der mir nicht gehört. Herr von Burnwall ist vor fünf Jahren gestorben. Den Schmerz darüber empfinde ich noch heute wie damals. Er stand auf, tat ein paar Schritte und blieb mir gegenüber stehen. Nun, ich behaupte, dass das Testament meiner Mutter einer der schönsten, ehrlichsten, größten Taten ist, die eine Frau tun kann. Meinen Sie nicht auch? Ich streckte ihm beide Hände entgegen. Gewiß, mein Freund. Ende von Das Testament Gelesen von Hokus Pokus Die Furcht Nach Tisch gingen wir auf Deck. Vor uns lag das Mittelmeer ruhig und eben da. Kein Hauch lief über die Oberfläche, der stille Mond spiegelte sich in der Flut. Das mächtige Schiff glitzte dahin und stieß schwarzen Rauch aus, der sich zum sternenbesäten Himmel emporschlängelte. Hinter uns schien das Wasser ganz weiß, von der schnellen Fahrt des schweren Schiffes aufgewühlt. Von der Schraube gepeitscht hoch aufspritzen schien es sich zu winden und wirbelte so viel lichten, hellen Schaum auf, dass man es kochendes Mondlicht hätte nennen können. Schweigend, bewundernd, die Blicke zur fernen afrikanischen Küste, der wir zustrebten, gewendet, saßen wir da. Wir waren sechs oder sieben Herren. Der Kapitän hatte sich zwischen uns niedergelassen, rauchte eine Zigarre und nahm plötzlich das Tischgespräch wieder auf. Ja, den Tag hatte ich wirklich Angst. Mein Schiff blieb sechs Stunden lang, das Riff im Leibe von Seegang gepeitscht liegen. Gott sei Dank wurden wir gegen Abend durch ein englisches Kohlenschiff, das uns bemerkte, aufgenommen. Da beteiligte sich zum ersten Mal, seitdem wir auf dem Schiffe waren, an der Unterhaltung ein großer Mann mit sonnenverbranntem Gesicht, ernstem Aussehen, einer jener Leute, denen man es sofort anmerkt, dass sie unter großen Gefahren Reisen in ferne Länder unternommen haben müssen. Sein ruhiges Auge schien in der Tiefe etwas von den seltsamen fernen Ländern wieder zu spiegeln. Er war ein Mann, dem man zutraut, dass er vor nichts zurückschrecken würde. Er begann, Kapitän, Sie sagen, dass Sie Furcht hatten. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie irren sich in Betreff des Wortes und in Bezug auf das Gefühl, das Sie durchgemacht haben. Ein rechter Mann hat der unmittelbaren Gefahr gegenüber niemals Angst. Er kann wohl erregt sein, besorgt werden, aber die Furcht ist etwas ganz anderes. Der Kapitän antwortete lachend, Gottverdammig, ich kann Ihnen sagen, dass ich wirklich Furcht hatte. Da sagte der Mann mit der dunklen Hautfarbe, mit langsamer Stimme, erlauben Sie, dass ich mich näher erkläre. Die Furcht, und der mutigste Mann kann Furcht haben, ist etwas ganz Entsetzliches. Ein fürchterliches Gefühl, als ginge die ganze Seele auseinander, ein grauenvoller Kampf des Hirns und des Herzens. Allein die Erinnerung daran lässt einem vor Entsetzen einen Schauer über den Leib laufen. Aber das geschieht einem tapferen Mann nicht vor der Schlacht, nicht vor dem sicheren Tod, nicht vor irgendeiner der uns bekannten Arten von Lebensgefahr. Nein, das geschieht in ganz außergewöhnlichen Lagen unter gewissen, wundersamen Einflüssen, ganz unbestimmten Gefahren gegenüber. Die wirkliche Furcht ist wie die Rückerinnerung an Schrecken, den man schon einmal in der Fantasie durchlebt. Jemand, der an Gespenster glaubt und sich einbildet, in der Nacht einen Geist zu sehen, der mag die Furcht in ihrem ganzen Entsetzen kennenlernen. Ich habe etwas von der Furcht empfunden, am hellen lichten Tage vor etwa zehn Jahren und vorigen Winter in einer Dezembernacht wiederum. Und doch habe ich allerlei erlebt, oft ist der Tod nahe an mir vorbeigegangen, ich habe mich oft geschlagen. Nach einem Kampf mit Dieben hat man mich für Tod liegen lassen. In Amerika bin ich einmal als Aufständischer zum Tode durch den Strang verurteilt worden. An der chinesischen Küste bin ich einmal vom Deck eines Schiffes über Bord gestürzt. Jedes Mal glaubte ich, ich sei verloren. Ich habe mich jedes Mal sofort damit abgefunden, ohne Rührung, sogar ohne Bedauern. Aber das ist nicht die Furcht. Die habe ich in Afrika gefühlt und doch ist sie eine Tochter des Nordens. Die Sonne zerstreut sie wie Nebel. Meine Herren, merken Sie wohl, bei den Orientalen gilt das Leben für nichts. Sie haben sofort mit allem abgeschlossen. Die Nächte sind hell, keine Geister gehen um. In den Seelen dieser Leute fehlen die dunklen Vorstellungen und Schatten, die Menschen aus dem Norden quälen. Im Orient kann man wohl die Panik kennenlernen. Von Furcht hat man keine Ahnung. Nun will ich Ihnen erzählen, was mir auf afrikanischem Boden zugestoßen ist. Ich durchquerte die großen Sanddünen im Süden von Warglar. Das ist eine der wunderbarsten Gegenden der Welt. Sie kennen den Sand, wie er in unabsehbaren Flächen an der Meeresküste liegt. Nun denken Sie sich einmal den Ozean selbst, mitten in einem Sturm, zu Sand erstarrt, denken Sie sich einen plötzlich im Unwetter zu unbeweglichen Wellen gelben Sandes still und starr gewordenen Ozean. Sie sind hoch wie Berge, diese Wellen, ungleich aufgetürmt wie entfesselte Wogen, aber noch höher und moriert, gerieselt, wie Seidenstoff. Auf dieses grausige, schweigende, unbewegliche Meer sendet die sengende Sonne des Südens unerbittlich ihre lotrechten Strahlen. Man muss diese Wogen Kämme goldenen Sandes hinaufklettern, hinablaufen, wiedererklettern und erklettern ohne Unterlass in praller Sonnenklut. Die Pferde keuchen, sinken bis an die Knie ein und rutschen den anderen Hang der erklommenen Hügel wieder hinab. Ich war mit einem Freunde. Wir hatten acht Spahis bei uns und vier Kamele mit ihren Treibern. Wir sprachen nicht mehr. Die Hitze lastete zu sehr auf uns und die Müdigkeit und wir waren halb verschmachtet vor Durst wie die ganze glühende Wüste. Plötzlich stieß einer der Leute etwas wie einen Schrei aus. Alle blieben stehen und wir lauschten, durch ein unerklärliches Phänomen gebannt, das die Reisenden in diesen verlorenen Gegenden überrascht. Irgendwo in unserer Nähe, in einer Richtung, die man nicht feststellen konnte, hörten wir Trommelwirbel, den geheimnisvollen Trommler der Dünen. Er schlug ganz deutlich die Trommel, manchmal stärker, manchmal schwächer, bald hörte es auf, bald hub das phantastische Trommeln wieder an. Die Araber blickten sich entsetzt an, und einer sagte in seiner Sprache, der Tod ist unter uns. und da fiel plötzlich mein Begleiter, mein Freund, der mir beinahe Bruder war, kopfüber vom Pferde vom Sonnenstich getroffen. Zwei Stunden hindurch, während ich vergeblich versuchte, sein Leben zu retten, erfüllte dieser nicht zu fassende Trommler mit seinem monotonen Lärm mein Ohr in regelmäßigen Pausen, unbegreiflich, und ich fühlte, wie sich mir die Furcht in die Glieder schlich, die wirkliche, entsetzliche Furcht angesichts dieses geliebten Toten in dieser von der Sonne durchglühten Talmulde zwischen den vier Sandbergen, während ein unerklärliches Echo uns hierher, zweihundert Meilen von jeder französischen Niederlassung entfernt, den schnellen Trommelwirbel zutrug. Und an diesem Tag begriff ich, was die Furcht ist. Und ein anderes Mal ward es mir noch klarer. Der Kapitän unterbrach den Erzähler. Entschuldigen Sie einen Augenblick, was ist denn nur mit diesem Trommeln? Der Reisende antwortete, ich weiß es nicht, kein Mensch weiß es. Die Offiziere, die oft dieses sonderbare Geräusch hören, meinen gewöhnlich, es sei das verstärkte, vervielfältigte und durch die Wellenlinien der Dünen ins unendliche angeschwollene Geräusch, kleiner Sandkörner, die der Wind mit sich führt und die ein Büschel trockenen Grases streifen. Denn man hat die Beobachtung gemacht, dass das Phänomen stets auftritt in der Nähe von sonnenverbrannten Pflanzen, die hart sind wie Pergament. Mithin wäre dieser Trommelwirbel nichts anderes als ein Wunder des Schalles. Das ist es, aber das habe ich erst später gehört. Lassen Sie mich Ihnen von dem zweiten Mal erzählen, wo mir das Gefühl der Furcht klar geworden ist. Das war letzten Winter in einem Walde im Nordosten Frankreichs. Der Himmel war so dunkel, daß die Nacht zwei Stunden früher hereinbrach. Ein Bauer führte mich, er schritt mir zur Seite. Wir gingen einen ganz schmalen Weg zwischen hohen Tannen hindurch, in denen der Wind heulte. Oben zwischen den Wipfeln sah ich aufgelöste Wolken dahin eilen, zerfetzt und zerrissen, als flöhen sie vor irgendeinem Entsetzlichen. Manchmal bog sich unter einem mächtigen Windstoß der ganze Wald nach derselben Richtung mit lautem Stöhnen, und trotz des schnellen Ganges und meines dicken Anzuges fühlte ich die bittere Kälte. Wir sollten bei einem Förster zu Abend essen und übernachten, dessen Haus nicht mehr weit entfernt lag. Ich ging dorthin zur Jagd. Mein Führer blickte ab und zu auf und sagte ein trauriges Wetter. Dann erzählte er mir von den Leuten, zu denen wir gehen wollten. Der Vater hatte vor zwei Jahren einen Wilddieb erschossen, und seit der Zeit war er düsteren Sinnes, als quälte ihn die Erinnerung an die Tat. Seine beiden verheirateten Söhne lebten bei ihm. Die Dunkelheit ward tiefer. Ich sah nicht mehr einen Schritt vor mir und von den hin und her bewegten Ästen klang fort während des Ächzen und Prasseln durch die Nacht. Endlich gewahrte ich ein Licht, und bald klopfte mein Begleiter an eine Türe. Spitze Frauenstimmen antworteten antworteten, dann eine Männerstimme, eine gepresste Stimme und fragte, wer ist da? Mein Führer nannte seinen Namen. Wir traten ein. Da bot sich mir ein Bild, das ich nicht vergessen werde. Ein alter Mann mit weißen Haaren, mit irrsinnigen Blicken, das geladene Gewehr im Arm erwartete uns, mitten in der Küche stehend, während zwei große junge Männer mit Keulen bewaffnet die Türe bewachten. In der dunklen Ecke sah ich zwei knieende Frauen, die das Gesicht gegen die Wand zu versteckten. Ich setzte den Grund meines Kommens auseinander. Der Alte lehmte die Waffe wieder gegen die Wand und befahl, mir mein Zimmer her zu richten. Da die Frauen sich aber nicht Nämlich vor zwei Jahren in dieser Nacht einen Menschentod geschossen. Voriges Jahr ist er wieder gekommen, um mich zu rufen. Ich erwarte ihn noch heute Abend. Dann fügte er in einem Tone hinzu, dass ich lächeln musste, wir können infolgedessen nicht zur Ruhe gehen. Ich beruhigte ihn, so viel ich vermochte, und freute mich, dass ich gerade an diesem Abend gekommen sei und nun das Schauspiel dieses abergläubischen Schreckens miterleben konnte. Ich erzählte Geschichten und es gelang mir alle so ziemlich zu beruhigen. Am Herde schlief ein alter, fast blinder, schnurrbärtiger Hund, den Kopf auf die Pfoten gelegt, einer jener Hunde, die irgendjemand ähnlich sehen, den man kennt. Draußen heulte und pfiff der Wind um das Haus und durch eine enge Fensterscheibe, eine Art von Guckfensterchen an der Tür, beim Scheine der Blitze, wie die Bäume sich unter dem Winde bogen. Trotz aller Versuche, sie zu beruhigen, fühlte ich sehr wohl, daß die Leute ein furchtbares Entsetzen gefangen hielt, und sobald ich einmal einen Augenblick nur aufhörte zu sprechen, horchten sie alle in die Weite hinaus. Ich war es müde, diese lächerliche Furcht noch länger mit anzusehen, und wollte eben bitten, mir mein Zimmer anzuweisen, als der alte Förster plötzlich mit einem Satz von seinem Stuhl aufsprang, wieder sein Gewehr ergriff und entsetzt stammelte, da ist er, da ist er, ich höre ihn. Die beiden Frauen fielen in der Ecke wieder auf die Knie und versteckten ihr Gesicht. Die Söhne nahmen ihre Äxte zur Hand. Ich wollte noch einmal versuchen, sie zu beruhigen. Da wachte plötzlich der Hund auf, hob den Kopf, reckte den Hals, blickte mit seinen fast erloschenen Augen zum Fenster und stieß ein dumpfes Geheul aus, wie es abends auf dem Lande den einsamen Fußgänger zusammenschrecken läßt. Alle blickten den Hund an. Er blieb jetzt unbeweglich aufgerichtet, als ob er etwas sehe, fing wieder an zu heulen gegen irgendetwas Unbekanntes, Unsichtbares, ohne Zweifel etwas Fürchterliches, denn sein ganzes Fell sträubte sich. Der Forster rief, bleich geworden, er wittert ihn, er war dabei, als ich ihn totschoß. Und die entsetzten Frauen fingen beide an, mit dem Hund zu heulen. Unwillkürlich lief mir ein Schauer über den Leib. Die Vision des Tieres, zu dieser Stunde unter den entsetzten Leuten mit anzusehen, war schrecklich. Der Hund heulte eine Stunde lang, ohne sich vom Flecke zu bewegen. Er heulte wie in einem entsetzlichen Traum. Und die Furcht, die grauenvolle Furcht packte mich, die Furcht, Wovor? Ich weiß es nicht. Es war die Furcht, die Furcht an sich. Wir blieben unbeweglich stehen in der Erwartung eines entsetzlichen Ereignisses. Wir lauschten hinaus mit klopfendem Herzen und fuhren beim geringsten Lärm zusammen. Und nun fing der Hund an, im Raume umher zu laufen, beschnüffelte die Mauern und stöhnte fortwährend. Das Tier machte uns verrückt. Da warf sich der Bauer, der mich hergebracht hatte, auf den Hund in einer Art von wütendem Entsetzen, öffnete die Tür, die auf einen kleinen Vorhof ging und jagte das Vieh hinaus. Es schwieg sofort, und wir blieben in einer Stille zurück, die beinahe noch entsetzlicher war. Doch plötzlich schreckten wir alle zu gleicher Zeit auf. Draußen an der Seite nach dem Walde zu glitt irgendein Wesen an der Mauer hin, kam dann an die Türe, die es zu betasten schien mit zögernder Hand. Dann hörte man zwei Minuten lang nichts mehr, und in diesen zwei Minuten verloren wir beinahe den Verstand. Dann kam es wieder zurück, immer an der Mauer hin, kratzte leise wie wohl ein Kind mit den Nägeln, und plötzlich erschien an der Scheibe des kleinen Fensterchens ein weißer Kopf mit leuchtenden Augen, und ein Laut drang ihm aus der Kehle ein unbestimmter klagender Ton. Da klang plötzlich ein fürchterlicher Lärm in der Küche. Der alte Förster hatte geschossen, und sofort stürzten die Söhne vor und verstopften das Scheibenfenster, indem sie den großen Tisch, gegen den sie noch das Buffet stemmten, davor aufrichteten. Und ich kann sie versichern, dass mich beim Knall des Schusses, auf den ich nicht vorbereitet war, ein solches Entsetzen packte, dass ich glaubte, ohnmächtig zu werden, und meinte, vor Furcht tot hinzufallen. Bis Tagesanbruch blieben wir so unbeweglich, ohne ein Wort zu sagen, in unfassbarem Entsetzen. Man wagte erst, den durch den Fensterladen ein schmaler Streifen des heranbrechenden Tages fiel. An der Wand vor der Tür lag der alte Hund mit zerschossenem Kopfe. Er war aus dem Hofe entwichen, indem er sich unter dem Zaune ein Loch gegraben. Der Mann mit dem gebräunten Gesicht schwieg. Dann fügte er hinzu, und doch habe ich in dieser Nacht keine Gefahr durchgemacht, aber trotzdem möchte ich lieber alle fürchterlichen Stunden meines Lebens, wo ich wirklicher Gefahr ins Auge sah, noch einmal erleben, als die einzige Minute, in der der Schuss fiel auf den bärtigen Kopf am kleinen Fenster. Ende von Die Furcht Gelesen von Hokuspokus An Bettes Rand von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Kamin brannte das Feuer. Auf dem japanischen Tisch davor standen zwei Teetassen einander gegenüber, während die Teekanne neben der Zuckerschale und einer Rumpflasche dampfte. Graf Salüe warf seinen Hut, seine Handschuhe und seinen Pelz auf einen Stuhl, während die Gräfin, nachdem sie ihren Ballumhang abgelegt, vor dem Spiegel ein wenig ihr Haar ordnete. Sie lachte sich selbst an, wie sie mit ihren feinen Fingern, an denen eine Menge Ringe glänzten, die Löckchen an der Schläfe zurecht zupfte. Dann wandte sie sich an ihren Mann. Er sah sie seit einigen Sekunden an, zögernd, als ob ihn ein heimlicher Gedanke beschäftigte. Endlich sagte er, »Hat man dir heute Abend genug den Hof gemacht?« Sie blickte ihm in die Augen, und Triumph und Herausforderung blitzten daraus, als sie antwortete, »Das hoffe ich.« Dann setzte sie sich wieder auf ihren Platz, er ihr gegenüber, und er gab zurück, während er sein Tegebäck zerbrach, »Hör mal, du machst mich beinahe lächerlich.« Sie fragte, »Eine Szene? Hast du mir etwa was vorzuwerfen?« »Nein, liebe Freundin, ich meine nur, dass Herr Börell gegen dich beinahe die Grenzen überschritten hat. Wenn ich ein Recht dazu gehabt hätte, wäre ich böse geworden. Mein Freund, sei doch ehrlich, du denkst eben heute nicht mehr, wie du voriges Jahr dachtest, als ich erfahren hatte, dass du eine Geliebte hättest, eine Geliebte, die du wirklich liebtest. Damals hättest du dich nicht weiter darum gekümmert, ob man mir den Hof machte oder nicht. Ich habe dir meinen Schmerz mitgeteilt, ich habe dir, wie du selbst heute Abend, aber mit mehr Recht gesagt, lieber Freund, du kompromittierst Frau von Sevry, du machst mir Kummer und machst mich lächerlich. Was hast du da geantwortet? Du hast mir zu verstehen gegeben, dass ich durchaus frei wäre, dass unter vernünftigen Leuten die Ehe weiter nichts sei als eine Interessensgemeinschaft, ein soziales Bindemittel, aber kein moralisches. Ist das wahr? Du hast mir zu verstehen gegeben, dass deine Geliebte unendlich viel hübscher wäre als ich, unendlich verführerischer, viel mehr Weib. Ja, du hast gesagt, mehr Weib. Das alles hattest du allerdings überzuckert mit allerlei schonenden Redensarten, als man von guter Erziehung in allerlei Komplimente eingehüllt, die du mit einer Zartheit vorbrachtest, der ich alle Hochachtung erweise. Nichtsdestoweniger hatte ich verstanden. Wir waren übereingekommen, dass wir von jetzt ab zwar zusammen leben wollten, aber durchaus getrennt. Wir hatten ein Kind. Das bildet allein das Bindeglied zwischen uns. Du hast mich damals erraten lassen, dass du nur den Schein gewahrt haben wolltest und dass ich, wenn es mir sonst Spaß mache, einen Liebhaber nehmen könnte, vorausgesetzt, dass kein Mensch etwas davon erführe. Du hast eine lange, vortreffliche Abhandlung über die Feinheit der Frau gehalten, über ihre Geschicklichkeit den Schein zu wahren. Ich habe dich verstanden, lieber Freund, ich habe dich vollkommen verstanden. Damals warst du in Frau von Sevry verliebt und meine legitime Zärtlichkeit, meine gesetzliche Liebe störte dich sehr. Ich nahm dir ja allerdings einen Teil deiner Kräfte. Seitdem haben wir getrennt gelebt. Wir gehen zusammen in Gesellschaft, kommen zusammen nach Hause und dann zieht sich jeder in sein Zimmer zurück. Nun fängst du seit ein oder zwei Monaten an, den Eifersüchtigen zu spielen. Was soll denn das heißen? Liebe Freundin, ich bin nicht eifersüchtig, aber ich fürchte, dass du mich kompromittieren könntest. Du bist jung, lebhaft und abenteuerlustig. Weißt du, wenn wir über Abenteuerlust reden, so haben wir uns wohl gegenseitig nichts vorzuwerfen. Bitte spaße nicht, ich spreche als Freund mit dir, als ernster Freund. Alles, was du da sagst, ist stark übertrieben. Oh, bitte, durchaus nicht. Du hast mir deine Beziehungen eingestanden und das bedeutet etwa dasselbe, als ob du mir das Recht eingeräumt hättest das gleiche zu tun und ich habe es nicht getan. Erlaube mal, bitte, lass mich ausreden, ich habe es nicht getan, ich habe keinen Liebhaber, ich habe auch keinen gehabt bis jetzt, ich warte ab, ich suche, ich finde keinen. Ich muss jemanden haben, der sehr hübsch ist, hübscher als du. Ich mache dir damit ein Kompliment, aber es scheint gar nicht so, als ob du das merktest. Liebes Kind, diese Späße sind wirklich nicht am Platz. Aber ich spaße durchaus nicht, du hast mir vom 18. Jahrhundert gesprochen und durchblicken lassen, dass du Ansichten hättest wie zur Zeit der Regentschaft. Ich habe das nicht vergessen und an dem Tage, wo es mir mal passen sollte, das nicht mehr zu sein, was ich noch bin, dann solltest du dich mal umsehen, dann werde ich dir, ohne dass du es ahnst, Hörner aufsetzen. Wie kannst du nur so etwas sagen? So was? Ich erinnere dich bloß daran, dass du wie wahnsinnig gelacht hast, als Frau von Gers behauptet hat, Herr von Sevry sähe aus wie einer, der seine Hörner sucht. Was im Munde der Frau von Gers komisch Du findest nur das Wort Hörner aufsetzen so riesig nett, wenn es sich um Herrn von Sevry handelt, findest aber, daß es einen sehr unangenehmen Klang gewinnt, wenn es sich um dich handelt. Alles kommt eben auf den Standpunkt an. Übrigens liegt mir an dem Worte gar nichts. Ich habe es nur gesagt, um zu sehen, ob du reif bist. Reif? Wozu? Nun, wird, dann ist er schon reif. In zwei Monaten wirst du der Erste sein, der lacht, wenn man von einem Hörner Träger redet. Wenn man es erst mal selbst ist, fühlt man es nicht mehr. Du bewegst dich heute Abend in lauter unpassenden Redens Arten. Das kenne ich doch sonst nicht an dir. Ah, siehst du, ich habe mich eben geändert nach der schlechten Seite. Dein Fehler. Liebes Kind, nun sei ernst, ich bitte dich, ich flehe dich an, die unpassende Annäherung dieses Herrn Burell ist nicht zu dulden wie heute Abend. Siehst du, du bist eifersüchtig, ich habe es ja gesagt. Aber durchaus nicht, nur möchte ich nicht lächerlich werden, ich will nicht lächerlich sein, und wenn ich noch einmal sehe, dass ein Herr so intim mit dir redet, werde ich ihn mir kaufen. Bist du etwa verliebt in mich? Das könnte man schon in weniger hübsche Frauen sein, als du eine bist. Siehst du, wie du bist? Aber weißt du, ich bin nicht mehr verliebt in dich. Der Graf hat sich erhoben, geht um den kleinen Tisch herum, und als er an seiner Frau vorüber kommt, küßt er sie schnell auf den Nacken. Sie richtet sich jäh auf und blickt ihm in die Augen. Ich verbitte mir solche Späße zwischen uns, wir leben getrennt, das ist nun vorbei. Ärgere dich doch nicht, ich finde dich zu süß seit einiger Zeit. Da habe ich also gewonnen, du findest mich also auch reif. Ich finde dich reizend, du hast Arme, einen Tars, Schultern, die Herrn Burell gefallen. Du bist wirklich unerhört, aber ich kenne wahrhaftig keine aufregendere Frau als dich. Du hast eben gefastet. Was? Ich sage, du hast gefastet. Was heißt das? Nun, wenn man gefastet hat, hat man Hunger, und hat man Hunger, so entschließt man sich Dinge zu essen, die man sonst nicht mag. Ich bin die Speise, die du bisher nicht gemocht hast, und die du heute Abend mal gerne essen möchtest. Aber Margarete, wer hat dir nur solche Redensarten beigebracht? Du! Weißt du, seitdem du mit Frau von Sevry auseinander bist, hast du, so viel ich weiß, vier Verhältnisse gehabt, welche vom Theater und andere. Wie soll ich also deine Anwandlung von heute Abend anders erklären, als durch augenblickliches Fasten? Gut, ich weitere Umschweife. Ich habe mich wieder in dich verliebt, und zwar ziemlich stark. Das ist es. Sieh mal an, du möchtest also wieder mit mir anbändeln. Jawohl. Heute Abend? Oh, Margarete! Gut, jetzt bist du auch noch entrüstet, lieber Freund. Aber wir wollen uns doch mal verständigen. Wir sind einander doch nichts mehr. Ich bin allerdings deine Frau, aber deine Frau, die frei ist. Ich wollte mich nach einer anderen Seite hin verpflichten, und du möchtest gerne das Vorkaufsrecht haben. Gut, ich will's dir geben, aber nur zum selben Preise. Ich verstehe nicht. Ich werde's dir gleich erklären. Bin ich ebenso hübsch wie deine Frauenzimmer? Sag mal ganz offen. Tausendmal hübscher? Hübscher als die hübscheste? Nicht zu vergleichen. Gut, was hat dich ungefähr die hübscheste in drei Monaten gekostet? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine, wie viel hat dich das reizendste deiner Verhältnisse in drei Monaten gekostet? An Geld, Schmuck, Soupets, Dines, Theater und so weiter. Genug im Ganzen. Das weiß ich doch nicht. Du musst doch wissen, du kannst doch so etwa eine Summe angeben, vielleicht 5000 Franken monatlich, kann das etwas stimmen? Ja, etwa. Gut, lieber Freund, gib mir sofort 5000 Franken und dann gehöre ich dir, von heute ab auf einen Monat. Du bist wohl verrückt. Wenn du nicht willst, gute Nacht. Die Gräfin geht hinaus und tritt in ihr Schlafzimmer. Das Bett ist aufgedeckt, ein unbestimmter Duft zieht durch den Raum. Der Graf erscheint an der Tür. Es riecht sehr schön hier. Wirklich? Und doch ist noch alles beim Alten. Ich gebrauche immer noch Lode Spanje. Nein, sowas, es riecht wundervoll. Das kann schon aber bitte willst du dich entfernen, ich will zu Bett gehen. Margarete! Bitte, geh! Er tritt ganz ein und setzt sich auf einen Stuhl. Na, das ist's also. Na, meinetwegen umso schlimmer für dich. Sie zieht langsam ihre Balltaille aus, so daß ihre weißen, bloßen Schultern zum Vorschein kommen. Dann hebt sie die Arme über den Kopf, um vor dem Spiegel das Haar aufzulösen Spitzensaume erscheint am Rande des schwarzseidenen Korsetts ein rosa Punkt. Der Graf steht schnell auf und geht auf sie zu. Laß mich in Frieden, oder ich werde böse. Er umarmt sie und sucht ihre Lippen. Da beugt sie sich zurück und greift von ihrem Toilettentisch ein Glas mit parfümiertem Mundwasser und gießt es über die Schulter ihrem Manne ins Gesicht. Er richtet sich wütend zu albern. Das ist möglich. Aber du kennst meine Bedingung. 5000 Franken. Das ist ja Blödsinn. Warum denn? Warum soll denn ein Mann seine Frau auch noch bezahlen? Pfui, das ist häßlich. Schon möglich, aber das wäre doch zu blödsinnig, seine Frau zu bezahlen, seine angetraute Frau. Es ist noch viel dümmer, wenn man eine Frau hat, dirnern das Geld in den Rachen zu werfen. Das kann sein, aber ich werde mich nicht lächerlich machen. Die Gräfin hat sich auf die Chaiselon gesetzt. Sie zieht langsam die Strümpfe aus und wendet sie um wie eine Schlangenhaut. Aus der Hülle der malvenfarbenen Seide erscheinen ihre rosigen Beine und der kleine niedliche Fuß, den sie auf den Teppich setzt. Der Graf nähert sich und sagt mit zärtlicher Stimme, du hast ja eine zu verrückte Idee. Welche Idee? 5000 Franken zu verlangen. Das ist doch ganz natürlich. Wir sind doch einander fremd, nicht wahr? Du willst mich haben. Na, heiraten kannst du mich nicht, weil wir schon verheiratet sind. Da kaufst du mich und vielleicht noch ein bisschen billiger als wird noch dazu im Hause in deiner Wirtschaft bleiben, statt dass es irgendein schmutziges Frauenzimmer vertut. Und gibt es denn für einen vernünftigen Menschen etwas Amüsanteres, etwas Originelleres, als seine Frau zu bezahlen? In der außerehelichen Liebe mag man nur, was teuer ist, sehr teuer. Du erhöhst den Wert deiner legitimen Liebe, indem du ihr einen ganz eigenen Beigeschmack gibst und einer aufregenden Nebenbedeutung, indem du sie bewertest, wie eine bezahlte Liebe. Habe ich nicht recht? Beinahe unbekleidet ist sie aufgestanden und tritt nun in ihr Toilettenzimmer. Nun aber bitte mach, dass du fortkommst, oder ich klingle mein Mädchen. Der Graf bleibt stehen, ganz betäppert, blickt sie unzufrieden an und wirft ihr dann plötzlich in jem Entschluß seine Brieftasche zu. Da, du alter Trotzkopf, da hast du sechstausend, aber weißt du, die Gräfin hebt das Geld auf, zählt es sorgfältig und sagt langsam, was? Gewöhne dich nicht etwa daran. Sie platzt heraus und meint, indem sie auf ihn zugeht, jeden Monat fünftausend oder du kannst wieder zu deinen Frauenzimmern gehen. Wenn du zufrieden bist, verlange ich gelesen von hokus pokus die Haarnadel von Guido Maupassant schon von morgen an schritten wir zwischen den erntebestandenen Gestaden und dem blauen sonnenbestrahlten Meer hin. Nahe an den Wogen blühten Blumen, an den Wogen, die so leise einschläfernd plätschern. Es war heiß, eine Hitze, durch die der Hauch der fruchtbaren nassen Erde zog, als atmete man Nahrung ein. Man hatte mir gesagt, ich würde an jenem Abend im Hause eines Franzosen Gastfreundschaft finden, der in einem Orangenhain an der Spitze eines Vorgebirges wohnte. Wer mochte es sein? Ich wußte noch nichts weiter. Eines Morgens vor zehn Jahren war er angekommen, hatte ein Stück Land gekauft, Weinberge angelegt und Felder. Er hatte mit Leidenschaft, mit Wut beinahe gearbeitet, und so war es ihm von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gelungen, seine Besitzung zu erweitern, dem jungfräulichen, kräftigen Boden unausgesetzt die Ernte abzuringen. Endlich hatte er so durch unermüdliche Arbeit ein Vermögen erworben. Und doch arbeitete er, wie es hieß, noch immer. Beim und inspizierte bis zur sinkenden Nacht seine Felder. Unausgesetzt überwachte er alles, als quäle ihn eine fixe Idee, die unersättliche Gier nach Geld, die nichts beruhigen, nichts stillen kann. Jetzt mußte er offenbar sehr reich sein. Als ich an sein Haus kam, war die Sonne im Sinken. Das Gebäude erhob sich inmitten von Orangenbäumen an der Spitze eines Kapps. Es war ein großes, viereckiges, ganz einfaches Haus hoch über dem Meere gelegen. Als ich näher kam, erschien ein Mann mit langem Bart an der Tür. Ich grüßte ihn und bat ihn um Nachtquartier. Lächelnd reichte er mir die Hand. Bitte treten Sie ein, tun Sie als wären Sie zu Hause. Mit den Manieren eines Weltmannes führte er mich in ein Zimmer und stellte mir einen Diener zur Verfügung. Dann verließ er mich mit den Worten Sobald Sie die Freundlichkeit haben herunterzukommen, werden wir essen. Und wir aßen in der Tat wie ihr beide allein, einander gegenüber sitzend auf einer Terrasse mit der Aussicht auf das Meer. Zuerst sprach ich mit ihm von diesen reichen, fernen, unbekannten Gestaden. Er lächelte und antwortete zerstreut, Ja, die Gegend ist schön, aber wenn es nicht die ist, die man liebt, so gefällt sie einem doch nicht. Haben Sie Heimweh nach Frankreich? Ich möchte in Paris sein. Warum gehen Sie nicht wieder hin? Oh, ich werde schon einmal zurückkehren. Und allmählich begannen wir von unserer Heimat zu sprechen, von den Boulevards, von allen möglichen Dingen in Paris. Er fragte wie ein Mann, der alles das einmal nannte mir Namen, alle Namen, die man etwa auf dem Boulevard des Italiens hört. Wer verkehrt denn so jetzt bei Tortoni? Oh, immer dieselben bis auf die, die inzwischen gestorben sind. Ich blickte ihn aufmerksam an. Mir war, als tauchte eine Erinnerung auf. Ich musste diesen Kopf schon irgendwo gesehen haben, aber wo und wann? Er schien müde zu sein, obgleich er einen kräftigen Eindruck machte, traurig, obwohl er etwas sehr Entschiedenes hatte. Der große blonde Bart fiel ihm bis auf die Brust herab, und ab und zu umfasste er ihn unter dem Kinn, drückte ihn mit der geschlossenen Hand zusammen und ließ ihn bis zum Ende durch die Finger laufen. Sein Haupthaar war etwas gelichtet. Er hatte starke Augenbrauen, einen mächtigen Schnurrbart, der mit dem Barte auf den Backen zusammenwuchs. Hinter uns tauchte die Sonne ins Meer und warf einen Feuerregen auf die Küste. Die blühenden Orangenbäume strömten ihre süßen, starken Düfte in die Abendluft aus. Er schien nur mich zu sehen, blickte mich gerade an und schien in meinen Augen in der Tiefe meiner Seele das ferne geliebte Bild des breiten schattigen Trottoirs wieder zu erblicken, das sich von der Madeleine bis zur Rue Truau zieht. Kennen Sie Boutrell? Gewiss. Hat er sich verändert? Er ist ganz weiß geworden. Und La Rydamie? Immer noch wie früher. Und die Frauen? Erzählen Sie mir etwas von den Frauen, bitte. Kennen Sie etwa Suzanne Vernet? Ja, dick geworden, ihre Zeit ist vorbei. Ah, und Sophie Astier? Tod, armes Ding, und kennen Sie vielleicht? Aber plötzlich schwieg er, und dann sagte er, bleich geworden, mit veränderter Stimme, Nein, ich möchte lieber nicht davon sprechen, es regt mich zu sehr auf. Als wollte er dann seine Gedanken auf etwas anderes richten, stand er auf. Wollen wir hineingehen? Mir ist es recht. Und er schritt voran in sein Haus. Die Zimmer unten waren riesig, kahl, traurig, wie verlassen. Teller und Gläser standen auf den Tischen herum, da die braunen Diener, die unausgesetzt ganzen weiten Wohnung umherirrten, sie nicht abgeräumt hatten. Zwei Gewehre hingen an der Wand und in den Ecken standen Hacken, Angelruten, getrocknete Palmblätter, alle möglichen Gegenstände, die einfach aus der Hand gestellt wurden und die nun dort ihres Dienstes warteten. Mein Wirt lächelte. Das ist die Wohnung oder vielmehr das Loch eines Verbanden, aber mein Zimmer sieht etwas anständiger aus, ich als ich eintrat war es mir, als käme ich in den Laden eines Trödlers. So war das Zimmer vollgestopft mit allen möglichen seltsamen verschiedenen Dingen, die gar nicht zueinander paßten. Man fühlte gleich, es müßten wohl Erinnerungsstücke sein. An der Wand hingen zwei hübsche Zeichnungen von bekannten Malern, Stoffe, Waffen, Degen, Pistolen, und dann gerade in der Mitte der Längsseite ein viereckiges Stück weißen Satans in Gold gefaßt. Ich trat erstaunt näher und erblickte eine Haarnadel, die mitten in dem glänzenden Stoff steckte. Mein Wirt legte seine Hand auf meine Schulter und sagte lächelnd, das ist der einzige Gegenstand, den ich hierher gebracht und der einzige Gegenstand, den ich seit zehn Jahren sehe. Ich kann sagen, diese Nadel bedeutet mein ganzes Leben. Ich wollte zuerst irgendeine Redensart machen. Dann fragte ich, Sie haben wohl um eine Frau gelitten. Und er erwiderte heftig, sagen Sie lieber, ich leide noch, und ich leide furchtbar, aber bitte kommen Sie auf den Balkon. Vorhin war mir ein Name auf die Lippen gekommen. Ich wagte nicht, ihn auszusprechen, denn wenn sie gesagt hätten Tod, wie Sophie von Astier, hätte ich mich heute noch erschossen. Wir waren auf einen breiten Balkon getreten, von dem aus man zwei Meerbusen, einen links und einen rechts überblickte. Hohe graue Bergzüge säumten sie ein. Es war die Dämmerungsstunde, wo die untergehende Sonne die Erde nur noch durch den Widerschein beleuchtet. Er fragte, lebt Jeanne de Lémur noch? Sein Auge war auf meines gerichtet und zitternde Beklemmung sprach daraus. Ich antwortete lächelnd, allerdings, und sie ist schöner denn je. Kennen sie sie? Ja. Er zögerte. Ganz genau? Nein. Er ergriff meine Hand. Erzählen sie mir etwas von ihr. Ich kann nichts weiter erzählen. Sie ist eine der reizendsten Frauen oder vielmehr Mädchen, die in Paris eine Rolle spielen, und sie führt ein sehr angenehmes, ein geradezu fürstliches Dasein. Er flüsterte, ich liebe sie. Als ob er hätte sagen wollen, ich werde sterben. Dann fügte er kurz und rauh hinzu, oh Gott, drei Jahre lang war unser Leben miteinander furchtbar und doch wundervoll. Fünf- oder sechsmal hätte ich sie beinahe getötet, und mit dieser Haarnadel da, die sie dort sehen, hat sie versucht, mir die Augen auszustechen. Sehen sehen, sehen Sie hier diese kleine weiße Narbe unter meinem linken Auge? Wir liebten uns, aber wie soll ich diese Leidenschaft erklären, das würden sie gar nicht verstehen. Es muss wohl eine einfache Liebe geben, die darin besteht, dass zwei Herzen und zwei Seelen eben eins sind. Aber ebenso gibt es eine furchtbare, grausam quälende Liebe, die aus der Verbindung zweier verzweifelter Wesen fließt, die sich hassen, wenn sie sich lieben. Dieses Mädchen hat mich binnen drei Jahren ruiniert. Ich besaß vier Millionen. Die hat sie in ihrer ruhigen, selbstverständlichen Art mit dem süßesten Lächeln verbraucht. Sie kennen sie. Ach, sie hat etwas Unwiderstehliches. Was? Ich weiß es nicht. Sind das ihre grauen Augen, deren Blick sich wie eine Schraube einbohrt und wie der Widerhacken eines Pfeiles in uns sitzen bleibt? Oder ist es ihr süßes verführerisches Lächeln, das auf ihrem Anlitz haften bleibt wie eine Maske? Ihr Liebreiz bezwingt allmählich, er geht von ihr aus wie ein Parfum von ihrer hohen Gestalt, wenn sie fast schwebend vorüber schreitet. Denn mir ist es immer als ob sie mehr glitte als ginge. Es geht von ihrer etwas singenden Sprechweise aus, von ihrer süßen Stimme, die wie die Begleitung ist zu ihrem Lächeln. Es geht aus von ihren immer maßvollen Bewegungen, die das Auge geradezu berauschen, so harmonisch sind sie. Drei Jahre hindurch habe ich auf dieser Erde nur sie gesehen. Oh, wie habe ich gelitten! Denn sie betrug mich mit aller Welt. Warum? Um nichts, nur um zu betrügen. erfahren hatte, wenn ich sie wie eine Dirne, wie ein Frauenzimmer behandelte, gab sie es ganz ruhig mit den Worten. Ja, sind wir denn verheiratet? Seitdem ich hier bin, habe ich so lange über sie nachgedacht, bis ich ihr Wesen begriffen habe. Dieses Mädchen ist nichts anderes als eine wiedererstandene Manon Lescaux. Manon, die nicht hätte lieben können, wenn sie nicht betrogen, Manon, für eins ist. Er schwieg. Nach einigen Minuten fuhr er fort. Als ich für sie meinen letzten Groschen durchgebracht, sagte sie ganz einfach zu mir, Lieber Freund, du wirst sehen, dass ich von der Luft nicht leben kann. Ich liebe dich sehr, ich liebe dich mehr als irgendjemand, aber ich muss leben. Not sich einschränken und ich passen nicht zueinander. Und dabei habe ich angeführt. Wenn ich sie anblickte, überkam mich ebenso sehr die Lust, sie zu küssen, als sie zu töten. Wenn ich sie ansah, fühlte ich ein fürchterliches Bedürfnis, die Arme zu öffnen, sie an mich zu pressen und sie zu erwirken. In ihr, im Hintergrund ihrer Augen, lauerte etwas Niederträchtiges, unfassbares, daß ich sie hätte hassen können, und deshalb vielleicht liebte ich sie so sehr. In ihr war das Weib im Weibe, das berückende, hassenswerte Weib, stärker als in irgendeiner anderen Frau ausgeprägt. Sie war geladen, bestrickenden Gift. Sie war mehr Weib, als es je ein Weib gewesen ist. Und wissen Sie, wenn wir zusammen ausgingen, dann ließ sie ihre Augen auf allen Männern ruhen, daß es mir war, als ob sie sich allen mit diesem einen Blick schon hingebe. Es brachte mich zur Verzweiflung, und doch hing ich desto mehr an ihr. Dieses Mädchen gehörte, wenn sie nur auf der Straße ging, trotz meiner, trotz ihrer, sofort jedermann. Ihre Natur war einmal so, obgleich sie eigentlich ein zurückhaltendes, weiches Wesen hatte. Verstehen Sie mich? Oh, Gott, wie war das bitter. Mir war es überall, im Theater, im Restaurant, als ob sie andere besäßen unter meinen Augen, und sobald ich sie auch nur einen Augenblick allein ließ, besaßen die anderen sie wirklich. Jetzt habe ich sie sie mehr denn je. Die Nacht war auf die Erde niedergesunken, starker Orangenduft zog durch die Luft. Ich fragte, wollen Sie sie wiedersehen? Er antwortete, nun, wissen Sie, ich besitze jetzt hier, sei es an Liegenschaften, sei es an wahrem Geld, sieben bis acht mal hundert tausend Franken. Sobald die Million voll ist, werde ich alles verkaufen und abreisen. Dann habe ich genug, um mit ihr ein Jahr zu leben, ein ganzes köstliches Jahr, und dann ist's aus, dann ist mein Leben fertig. Ich fragte, und dann? Dann, das weiß ich nicht, dann ist's eben aus, dann bitte ich sie vielleicht, mich als Diener anzunehmen. Ende von Die Haarnadel gelesen von Hokuspokus Einsamkeit von Guido Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war nach einem Herren-Dené. Wir waren sehr lustig gewesen, und einer der Teilnehmer, ein alter Freund, fragte mich, kommst du mit über die Avenue des Champs-Elysées, aber zu Fuß? Wir machten uns auf und gingen mit langsamen Schritten die lange Promenade hinab, unter den noch kaum mit dem ersten grün bedeckten Bäumen. Kein Lärm war zu hören, nur das unbestimmte, fortwährende Gesumme von Paris. Ein frischer Wind blies uns ins Gesicht, und das Sternenmeer hatte den schwarzen Himmel wie mit Gold bestäubt. Mein Begleiter sprach, »Ich weiß nicht, warum, aber nachts atme ich leichter als sonst. Ich habe das Gefühl, als erweiterten sich meine Gedanken. Manchmal zuckt mir eine Sekunde ein Blitz durchs Gehirn, dass ich meine, ich käme hinter das Ende aller Dinge. Dann schließt sich der Ausblick wieder. Es ist aus. Ab und zu sahen wir an den Häusern hin zwei Gestalten huschen. Wir kamen an einer Bank vorüber, wo zwei Wesen Seite an Seite saßen, nur ein dunkler Schatten. Mein Begleiter sprach, »Arme Leute, mich ickelt das nie an, mir erregt es nur unendliches Mitleid. Unter allen Wundern des menschlichen Daseins gibt es eins, das mich ganz durchdringt. Ich glaube, das ganze Elend, die ganze Qual unserer Existenz kommt daher, dass wir immer allein sind, und all unsere Versuche, all unsere Bemühungen und Bestrebungen haben nur einen Zweck, der Einsamkeit zu entfliehen. Das Liebespaar da drüben auf der Bank im Freien sucht, wie wir, wie alle Kreaturen, nur diese ewige Einsamkeit aufzuheben, wenigstens für eine Minute. Aber sie bleiben allein und werden doch immer allein bleiben, und wir auch. Manchmal merkt man es mehr, manchmal weniger. Seit einiger Zeit habe ich die fürchterliche Erkenntnis voll gewonnen, von der grauenhaften Einsamkeit, in der ich lebe, und ich weiß, daß nichts sie enden kann, nichts, hörst du, was wir auch schaffen und tun, wie unser Herz sich auch müht, was auch unsere Lippe spricht, und wenn der Arm sich auch um einen Nacken legt, immer sind wir allein. Ich habe dich heute Abend mitgeschleppt, nicht um nach Hause zu gehen, denn die Einsamkeit meiner Wohnung quält mich jetzt zu fürchterlich. Doch was soll mir das nun helfen? Ich spreche zwar mit dir, du hörst mich an, aber doch sind wir beide, wenn auch Seite an Seite, allein. Verstehst du mich? Selig sind die da geistig arm sind, sagt die Heilige Schrift. Sie haben noch einen Schimmer von Glück, sie fühlen nicht unser einsames Elend, sie irren nicht, wie ich, im Leben umher, ohne irgendeine andere Berührung, als die der Ellenbogen, ohne irgendeine andere Freude, als die egoistische Befriedigung zu verstehen, zu sehen, zu erraten, zu leiden ohne Ende, die Erkenntnis unserer ewigen Vereinsamung. Du meinst wohl, ich sei ganz verrückt? Hör zu! Seit ich die Einsamkeit meiner Seele entdeckt, ist es mir, als ob ich jeden Tag tiefer in ein unterirdisches Gewölbe eindränge, dessen Wände ich nicht finden kann, dessen Ausdehnung ich nicht kenne, das vielleicht unendlich ist, ganz allein, ohne irgendjemand um mich, ohne dass irgendein anderer dieselbe Straße zieht, steige ich hinab. Dieses tiefe Gewölbe ist das Leben. Ab und zu höre ich Lärm, Stimmen, Rufe, ich taste vorwärts den unbestimmten Geräuschen entgegen, aber ich weiß nie, woher sie kommen. Ich treffe nie einen anderen, ich fühle nie eine andere Hand in dem Dunkel, das mich umgibt. Verstehst du mich? Einige wenige Menschen haben hier und da etwas von diesem furchtbaren Leiden empfunden. Müsset rief, Wer naht, der meinen Namen ruft hinaus? Kein Mensch. Ich bin allein, die Uhr hebt aus. O Einsamkeit, O Armut! Aber bei ihm war es doch nur ein vorübergehender Zweifel und noch keine unbedingte Gewißheit wie bei mir. Er war Dichter, er bevölkerte das Leben mit seinen Traumgestalten, Wirklich allein ist er nie gewesen. Ich bin allein. Schrieb nicht Gustave Lobert, einer der großen Unglücklichen dieser Erde, weil er einer der großen Erleuchteten war, an eine Freundin die verzweifelten Worte, Wir sind alle in einer Wüste, keiner versteht den anderen? Nein, keiner versteht den anderen, was man auch denken möge, was man auch versuchen möge. Weiß die Erde hier irgendetwas davon, was da droben auf jenen Sternen vor sich geht, die wie feurige Samen in den Himmel hinausgestreut sind, so weit entfernt, dass wir nur das Licht einzelne erblicken, während die unzählige Menge der übrigen im ewigen Raum verloren ist, obgleich sie vielleicht nahe beieinander stehend ein Ganzes bilden, wie die Teilchen eines Körpers. Nun, der Mensch weiß nicht mehr davon, was in einem anderen Menschen vor sich geht, als daß wir weiter voneinander entfernt sind als diese Gestirne. Einsamer stehen wir da, weil der Gedanke unerforschlich ist. Kannst du dir etwas fürchterlicheres denken, als diese fortwährende Berührung mit Wesen, die wir doch nicht durchdringen können? Wir lieben einer den anderen, als ob wir ganz nah miteinander verkettet wären. Wir strecken die Arme aus, ohne uns doch wirklich berühren zu können. Ein quälendes Bedürfnis, zueinander zu kommen, peinigt uns, aber unsere Anstrengungen sind fruchtlos, unsere Hingabe ist unnütz, unser Vertrauen vergeblich, unsere Liebe schwach, unsere Zärtlichkeit eitel. Wenn wir einander nahe kommen wollen, so stoßen wir uns nur einer am anderen. Niemals fühle ich mich mehr allein, als wenn ich einem Freunde mein Herz ausschütte, weil ich dann immer die unüberbrückbare Kluft deutlicher erkenne. Dort steht ein Mensch. Ich sehe seine klaren Augen auf mich gerichtet, aber die Seele hinter ihnen kenne ich nicht. Er hört mir zu. Was denkt er? Ja, was denkt er? Begreifst du nicht diese Qual? Vielleicht hasst er mich, er verachtet mich, lacht mich aus, denkt über das nach, was ich sage, kritisiert mich, verspottet mich, verurteilt mich, hält mich für einen mittelmäßigen Menschen oder für einen Tropf? Wie soll ich wissen, was er denkt? Wie soll ich wissen, ob er mich liebt, wie ich ihn liebe? Was geht in diesem kleinen, runden Hirn vor? Welch Rätsel ist dieser Gedanke eines anderen, den wir nicht kennen? Dieser freie, verborgene Gedanke, den wir nicht entziffern, den wir nicht leiten, nicht beherrschen, nicht überwinden können? Und ich? Was nützt es mir, wenn ich den Willen habe, mich ganz hinzugeben, alle Tore meiner Seele zu öffnen? Es gelingt mir doch nicht ins Innerste. Tief ins Innerste meines Ichs dringt doch kein Mensch. Niemand kann hinein. Niemand kann es enthüllen, weil niemand mir ähnlich ist, weil keiner den anderen begreift. Verstehst du mich wenigstens in diesem Augenblick? Nein, du denkst wahrscheinlich, dass ich verrückt sei. Du siehst mich an, siehst mich prüfend an. Du willst dich vor mir hüten. Du fragst dich, was hat er denn nur heute Abend? Aber wenn du einmal dazukommst, dieses fürchterliche Leiden zu erraten, dann komm zu mir, nur um mir zu sagen, ich habe dich verstanden. Dann wirst du mich glücklich machen, wenigstens auf eine Sekunde vielleicht. Die Frauen machen mich am meisten meiner Einsamkeit bewusst. Oh, wie ich durch sie gelitten habe, weil sie mir oft mehr als die Männer die Illusion gegeben haben, nicht allein zu sein. Wenn die Liebe über einen kommt, ist es als Wüchsen einem Flügel. Eine übermenschliche Glückseligkeit durchströmt uns. Weißt du, warum? Weißt du, woher dieses unendliche Glücksgefühl stammt? Nun, weil man sich einbildet, nicht mehr allein zu sein. Es ist, als höre die Einsamkeit auf. Welch ein Irrtum! Die Frau, der noch mehr wie uns dieses ewige Bedürfnis nach Liebe das Herz bedrängt, ist die große Lüge in diesem Traum. Du kennst die wundersamen Stunden in Gesellschaft dieses Wesens mit dem langen Haar, mit den reizenden Zügen, dessen Blick einen berückt. Welche Seligkeit führt unseren Geist in die Irre? Welche Illusion reißt uns mit sich? Sie und ich wollen gleich nur noch ein Wesen bilden. Aber dieses Gleich kommt nie. Und nachdem man wochenlang gewartet, wochenlang gehofft und geharrt und das Glück wochenlang einen genarrt hat, findet man sich eines Tages einsamer als je vorher. Nach jedem Kuss, nach jeder Umarmung wird die Einsamkeit größer. Oh, sie ist furchtbar, herzbrechend. Aber dann geht es zu Ende, dann ist es aus. Diese Frau, die einmal in einem Augenblick unseres Lebens für uns alles gewesen, erkennt man kaum wieder. Diese Frau, deren innerste, ja selbst oberflächlichste Gedanken wir wahrscheinlich doch niemals gekannt. Selbst in den Stunden, wo man wie durch einen wundersamen Zusammenfluß der Wesen in vollständiger Verwirrung der Wünsche und des Sehnens bis in das tiefste Innere ihrer Seele geschaut zu haben glaubt, zeigt uns manchmal ein Wort, ein einziges Wort nur unseren Irrtum, zeigt uns, wie ein jäher Blitz in der Nacht die Kluft, die schwarze Kluft, die zwischen uns gähnt. Und doch einen Abend bei einer Frau zuzubringen, die man liebt, ohne zu sprechen, glücklich allein durch das Gefühl ihrer Gegenwart, das ist doch das Schönste auf dieser Erde. Mehr dürfen wir nicht verlangen, denn niemals werden zwei Wesen wirklich eins. Ich aber habe jetzt meine Seele geschlossen, keinem Menschen sage ich mehr, was ich glaube, was ich denke, was ich liebe. Da ich weiß, dass ich zu dieser furchtbaren Einsamkeit verurteilt bin, sehe ich den Dingen zu, ohne je meine Meinung zu äußern. Was sind mir Ansichten, Streit, Vergnügen, Glauben? Da ich mit niemandem etwas gemeinsam habe, interessiert mich nichts mehr. Meine unsichtbaren Gedanken bleiben unerforscht und verschlossen. Ich habe gleichgültige Redensarten im Vorrat, um den täglichen Fragen Rede zu stehen und ein Lächeln, das Ja bedeutet, wenn ich mir einmal nicht die Mühe geben will, zu sprechen. Verstehst du mich? Wir waren die lange Avenue bis zum Arc de Triomphe hinaufgegangen, waren dann wieder umgekehrt bis zum Place de la Concorde, denn er hatte alles das langsam auseinandergesetzt und noch vieles andere, dessen ich mich nicht mehr entsinne. Jetzt blieb er plötzlich stehen, deutete mit der Hand auf den hohen Obelisken aus Granit, der dort auf dem Pariser Pflaster stand, und dessen riesiges ägyptisches Profil bis hinauf in die Sterne zu ragen schien, jenes verbannte Denkmal, das auf seinen Seitenflächen die Geschichte seines Landes trägt, in seltsamen Schriftzeichen. Da rief mein Freund, siehst du, so wie dieser Stein sind wir alle. Dann verließ er mich, ohne ein Wort zu sprechen. Hatte er zu viel getrunken? War er verrückt? Sprach Weisheit aus ihm? Ich weiß es noch nicht. Manchmal will mir dünken, als hätte er recht, und manchmal ist es mir, als müsse er den Verstand verloren haben. Ende von Einsamkeit Gelesen von Hokus Pokus Die beiden kleinen Soldaten von Guido Moupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Jeden Sonntag gingen die beiden Soldaten, sobald sie Urlaub bekommen hatten, spazieren. Nachdem sie die Kaserne verlassen, bogen sie nach rechts ab, liefen mit eiligen Schritten durch Courbois, als ob sie eine militärische Übung vorhätten. Dann verlangsamten sie ihren Schritt, sobald sie aus den Häusern herausgekommen waren, und gingen nun die große, staubige, kahle Chaussée entlang, die nach Baison führte. Sie waren klein, mager, und versanken ganz in ihrem zu weiten und zu langen Uniformrock, dessen Ärmel bis auf die Hand herabreichten. Die rote Hose, die gleichfalls zu weit war, hinderte sie, so daß sie breitbeinig gehen mußten, um schneller vorwärts zu kommen. Unter dem tiefen, hohen Chaco sah man kaum die Gesichter. Zwei armselige, naive Bretonengesichter mit ruhigen, sanften, blauen Augen. Unterwegs redeten sie niemals ein Wort. Sie beschäftigten sich beide mit demselben Gedanken, statt sich zu unterhalten, denn sie hatten am Rande des kleinen Gehölzes von Chamois ein Fleckchen Erde gefunden, das sie an ihre Heimat erinnerte, wo sie sich wohlfühlten. Am Wegekreuz der Straßen von Colombe und Chaton, wenn sie unter die Bäume traten, nahmen sie ihre Kopfbedeckungen, die ihnen schwer auf den Schädel drückten, ab und wischten sich die Stirn. Auf der Brücke von Baison blieben sie immer einen Augenblick stehen, um die Seine fließen zu sehen. Zwei oder drei Minuten machten sie dort Rast und beugten sich über das Geländer. Oder sie betrachteten die große Wasserfläche von Argenteuil, auf der die weißen, vom Wind niedergebeugten Segel der Boote dahinschossen. Das erinnerte sie vielleicht an das Bretonische Meer, an den Hafen von Wann, der in ihrer Nachbarschaft lag, und an die Fischerboote, die ins offene Meer hinaus steuerten. Sobald sie über die Seine gekommen waren, machten sie ihre Einkäufe beim Fleischer, Bäcker und Weinhändler. Ihr Frühstück bestand aus einem Stück Wurst für vier Sous Brot und einem Liter Landwein. Das alles knüpften sie ins Taschentuch. Aber sobald sie aus dem Dorf herauskamen, schritten sie nur noch langsam dahin, und dann begannen sie zu schwatzen. Vor ihnen lag eine kahle Ebene, auf der nur hier und da ein paar Baumgruppen standen, und jenseits der Wall das kleine Wäldchen, das, wie sie meinten, so ausschaute, wie das von Kermarivand daheim. Weizen und Haferfelder engten den schmalen Weg ein, der durch die junge Saat sich hindurchwand, und dann sagte jedes Mal zu Luc Le Canidec. Das ist ganz so wie in Plunivon. Ja, genau so. Seite an Seite schritten sie weiter. Die Erinnerung an ihre Heimat dämmerte in ihnen, die heimatliche Erde stieg vor ihnen auf, naiv geschaut wie die Landschaft auf billigen, bunten Bilderbogen. Sie erkannten irgendein Stück Feld, eine Hecke, Heideland, einen Kreuzweg oder ein Kreuz aus Granit wieder. Und jedes Mal, wenn sie an einem bestimmten Kränzstein vorüberkamen, blieben sie stehen, weil er eine Ähnlichkeit mit dem Hühnengrabe von Locneuve hatte. Luc Le Canidec riß jeden Sonntag, sobald sie an die ersten Baumreihen kamen, einen Zweig von einem Haselnussstrauche herunter, und immer in der Erinnerung an seine Heimat schälte er ihn langsam ab. Jean Cerderecq trug die Lebensmittel. Ab und zu erwähnte Luc einen Namen, erinnerte an irgend etwas aus ihrer Kindheit, bloß mit ein paar Worten, die ihnen lange zu denken gaben. Und die Heimat, die liebe, ferne Heimat, schlug sie allmählich ganz in Banden, daß sie sich trotz der Entfernung, die sie trennte, ihrer Umrisse, ihrer Höhenzüge, all der Geräusche auf dem bekannten Boden, des Dufts der grünen Heide erinnerten, über die die Seeluft strich. Sie rochen nicht mehr die Dünste des Pariser Düngers, mit dem in den Vororten die ganze Erde bedeckt ist, sondern ihnen war, als zöge ihnen der Duft des blühenden Ginsters entgegen, den die salzige Luft in die Weite trägt. Und die Segel der Boote, die über dem Uferrand auftauchten, erschienen ihnen wie die Segel der Küstenfahrer, die man bei ihnen daheim am anderen Ende der weiten Ebene auftauchen sieht. Lugle Garnidec und Jean Carderan gingen zufrieden, aber doch traurig ihres Weges. Eine Art Traurigkeit überkam sie, etwa wie das gefangene Tier im Käfig, das der Freiheit denkt. Und als Lug das kleine Stöckchen abgeschält hatte, kamen sie an die Waldecke, wo sie jeden Sonntag frühstückten. Sie fanden die beiden Ziegelsteine wieder, die sie im Gebüsch versteckt hatten, und machten aus Zweigen ein kleines Feuer, um ihre Wurst an der Messerspitze zu braten. Sobald sie gefrühstückt und ihr Brot bis zum letzten Rest aufgezehrt hatten, blieben sie im Grase nebeneinander sitzen, sprachen kein Wort, blickten in die Weite mit schweren Augenlidern und mit gefalteten Händen wie in der Kirche. Die roten Beine hatten sie neben dem blühenden Mohn auf dem Felde ausgestreckt, und das Leder an den Chakos, die Metallknöpfe leuchteten unter der glühenden Sonne, daß die Lärchen aufmerksam wurden, die hoch oben im Blau über ihren Köpfen tirillierten. Gegen Mittag begannen sie ab und zu nach dem Dorfe Baison aufzublicken, denn die Kuhmarkt mußte bald erscheinen. Jeden Sonntag kam sie nämlich bei ihnen vorüber, um ihre Kuh zu melken und sie wieder in den Stall zu bringen. Es war die einzige Kuh in der ganzen Umgegend, die zur Weide gebracht wurde, auf eine schmale Wiese, etwas weiter hinab am Waldessaume. Bald sahen sie das Mädchen, das einzige menschliche Wesen, das in der Weite erschien, und der Sonnenblitz, den ihr Blecheimer herübersandte, machte ihnen Spaß. Sie sprachen niemals von ihr, sie freuten sich nur, sie zu sehen, ohne eigentlich zu wissen, warum. Es war ein großes, kräftiges, rothaariges Mädchen, sonnenverbrannt, ein rechtes Kind der Pariser Gemarkung. Einmal sagte sie, als sie sie wieder an derselben Stelle sitzen sah, »Guten Morgen, ihr kommt wohl immer hierher?« Lügle Ganidek, der etwas unternehmender war, antwortete, »Ja, wir ruhen uns hier aus.« Das war alles. Aber am nächsten Sonntag lachte sie, als sie die beiden sah, mit so einer Art gaunerischer Miene, wie eine, die ihre Schüchternheit kennt, und fragte, »Was macht ihr denn da? Ihr wollt wohl's Gras wachsen sehen.« Lüg lächelte fröhlich und sprach, »Kann schon sein.« Sie antwortete, »Es geht nicht sehr schnell, was?« Er antwortete noch immer lachend, »Nein, das kann man nicht gerade sagen.« Sie ging vorüber. Aber als sie mit ihrem milchgefüllten Eimer zurückkam, blieb sie noch einmal bei ihnen stehen und fragte, »Wollt ihr einen Tropfen haben, das ihr an Zuhause denkt?« Sie mit ihrem bäuerlichen Instinkt, vielleicht selbst fern von der Heimat, hatte ihre Gedanken geahnt und richtig getroffen. Sie waren beide ganz bewegt. Da ließ sie mit einiger Mühe etwas Milch in den Hals ihrer Flasche laufen, in der sie immer den Wein mitbrachten, und Lüg trank zuerst mit kleinen Zügen, indem er jeden Augenblick innehielt, um nachzusehen, dass er auch nicht die Hälfte überschreite. Dann reichte er Jean die Flasche. Das Mädchen blieb vor ihnen stehen, die Hände auf die Hüften gestemmt, den Eimer zu Füßen. Sie freute sich, den beiden eine Freude zu machen, und dann ging sie davon und rief, »Auf Wiedersehen, Sonntag!« Und sie folgten ihr mit den Augen, solange sie im Gesichtsfelde blieb, wie der hohe Umriß ihrer Gestalt sich entfernte, kleiner ward und endlich im Grün der Landschaft verschwand. Als sie die Woche darauf die Kaserne verließen, sagte Jean zu Luc, »Müssen wir ihr nicht etwas zu naschen kaufen? Und die Frage, was sie für das Mädchen auswählen sollten, setzte sie in große Verlegenheit. Luc war für ein Stück Wurst, Jean mehr für Bonbons, denn er liebte das Süße. Seine Ansicht drang durch, und sie kauften beim nächsten Kolonialwarenhändler für zwei sous weiße und rote Bonbons. Sie frühstückten schneller als gewöhnlich in der Erregung der Erwartung. Jean sah sie zuerst und sagte, »Da ist sie!« Luc antwortete, »Ja, da ist sie!« Sie lachte schon von Weitem, als sie die beiden sah und rief, »Na, geht's euch gut?« Und sie antworteten zur gleichen Zeit, »Und ihnen?« Da fing sie an zu schwatzen, sprach von all den Dingen, die sie beschäftigten, vom Wetter, von der Ernte, von ihrer Herrschaft. Sie wagten noch nicht, ihr die Bonbons anzubieten, die allmählich anfingen, in Jeans Tasche zu schmelzen. Endlich faßte Luc Mut und meinte, »Wir haben ihnen etwas mitgebracht.« Sie fragte, »Nu, was dennne?« Da zog Jean, rot geworden bis zu den Ohren, die kleine Papiertüte hervor und gab sie ihr. Sie begann, die Zuckerstückchen zu essen, schob sie von einer Seite zur anderen im Munde hin und her, hinter die Zähne, daß man einen kleinen Buckel auf der Backe sah. Die beiden Soldaten, die vor ihr saßen, blickten sie ganz bewegt und gerührt an. Dann ging sie davon, ihre Kuh zu melken, und als sie zurückkam, gab sie ihnen wieder etwas Milch. Während der ganzen Woche dachten sie an das Mädchen und sprachen auch mehrmals von ihr. Am nächsten Sonntag setzte sie sich neben sie, um etwas länger zu schwatzen, und alle drei hockten Seite an Seite nebeneinander, blickten in die Weite hinaus, die Hände über den Knien gefaltet und erzählten allerhand Geschichten und Einzelheiten vom Dorfe, wo sie geboren waren, während da drüben die Kuh, als sie sah, daß das Mädchen unterwegs Halt gemacht hatte, ihr den schweren Kopf mit den nassen Nüstern entgegenstreckte und lange gedehnt mute, um sie herbeizurufen. Das Mädchen nahm bald von ihnen ein Stück Wurst an und einen Schluck Wein, und oft brachte sie ihnen nun in der Tasche Pflaumen mit, denn die Pflaumenzeit war gekommen. Ihre Anwesenheit machte die beiden kleinen bretonischen Soldaten ganz munter, die jetzt schwatzten wie zwei Elstern. Da bat eines Tages lügte Ganidek um Urlaub, was er sonst nie tat, und kehrte erst zehn Uhr abends in die Kaserne zurück. Jean machte das stutzig, und er überlegte sich, warum wohl sein Kamerad ausgegangen sei. Am nächsten Freitag hatte Lüg von seinem Bettnachbarn Seen-Sou geborgt, bat wieder um Urlaub und erhielt ihn auch auf ein paar Stunden. Als er sich am Sonntag mit Jean auf den Weg machte zum gewöhnlichen Spaziergang, sah er ganz seltsam aus, ganz verändert. Kaderon verstand nicht, was da vorging, er hatte nur einen unbestimmten Verdacht, ohne recht zu ahnen, was. Sie sprachen kein Wort bis zu ihrem gewöhnlichen Platz, wo schon das Gras niedergesessen und niedergetreten war. Sie frühstückten langsam, sie hatten beide keinen Hunger. Bald erschien das Mädchen. Sie sahen sie kommen wie jeden Sonntag. Als sie ganz nahe war, stand Lüg auf und ging ihr zwei Schritte entgegen. Sie stellte den Eimer zu Boden und küßte Lüg. Stürmisch schloss sie ihn in die Arme, ohne sich um Jean zu kümmern, ohne daran zu denken, dass er da war, ohne ihn überhaupt zu sehen. Der arme Jean war ganz erschrocken und so verdutzt, dass er gar nicht begriff, was da geschah. Ihm war, als sei in ihm alles umgewälzt, sein Herz wie zerstückelt und er verstand und verstand nicht, was das bedeuten sollte. Dann setzte sich das Mädchen an Lüks Seite und sie begannen zu schwatzen. Jean sah sie nicht an. Er erriet, warum sein Kamerad diese Woche zweimal Urlaub genommen hatte und er fühlte bitteren Kummer, fühlte sich wie verwundet, die Wunde, die der Verrat schlägt. Lüg und das Mädchen standen auf, um miteinander die Kuh zu besorgen. Jean folgte ihnen mit den Augen. Er sah, wie sie Seite an Seite davon schritten. Die rote Hose seines Kameraden leuchtete auf dem Wege. Lüg hob den Schlegel auf und trieb den Pfahl, an dem das Tier weidete, fest in den Boden. Das Mädchen beugte sich herab, um die Kuh zu melken, während er zerstreut das scharfe Rückgrat des Tieres streichelte. Dann ließen sie den Eimer im Grase stehen und gingen ein Stück in den Wald hinein. Jean sah nichts mehr als das Laubdach, unter dem sie verschwunden waren, und fühlte sich so ergriffen, daß ihm die Beine den Dienst versagt hätten, wenn er versucht hätte, aufzustehen. Unbeweglich blieb er sitzen. Erstaunen und Kummer überfiel ihn, ein tiefes, naives Leid wie ein Kind. Er hätte weinen mögen, davonlaufen, sich verstecken, niemand mehr sehen. Plötzlich gewahrte er sie, wie sie aus dem Unterholz traten. Langsam kehrten sie zurück, hielten sich bei der Hand wie die Brautleute im Dorfe. Lüg trug den Eimer. Ehe sie sich verließen, küßten sie sich noch einmal, und das Mädchen ging davon, nachdem sie Jean freundschaftlich Abschied zugewinkt und ihnen verständnisvoll angelächelt. Und diesmal bot sie ihnen keine Milch an. Die beiden kleinen Soldaten blieben Seite an Seite sitzen, unbeweglich wie immer, schweigend, ruhig, ohne daß sich auf den starren Linien ihrer Gesichter irgendeine Bewegung zeigte. Die Sonne beschien sie warm. Ab und zu mute einmal die Kuh, blickte sie von Weitem an. Zur gewohnten Stunde standen sie auf, um nach Hause zu gehen. Lüg schälte eine Haselrute ab, Jean trug die leere Flasche und brachte sie zum Weinhändler in Besson. Dann gingen sie wie jeden Sonntag über die Brücke und blieben in der Mitte stehen, um ein paar Augenblicke auf die Wasserfläche hinabzusehen. Jean lehnte sich weiter und weiter über das eiserne Geländer, als ob er unten im Strome etwas erblickt, das seine Aufmerksamkeit erregt. Lüg sagte zu ihm, »Du möchtest wohl daraus trinken?« Als er eben das letzte Wort gesprochen, schien Jean das Gleichgewicht zu verlieren. Es war, als zöge der Kopf den Körper hinunter, die Beine hingen in der Luft, beschrieben einen Kreis und der kleine, blau und rote Soldat fiel jäh hinab, schoß ins Wasser und verschwand. Lüg war wie gelähmt vor Schrecken. Er war nicht fähig zu rufen. Er sah ein Stück abwärts sich etwas bewegen, dann erschien noch einmal der Kopf der Kopf seines Kameraden an der Oberfläche des Wassers, um sofort wieder unterzutauchen. Weiter Strom ab erblickte er dann noch einmal eine Hand, eine einzige Hand, die aus dem Strome an die Oberfläche kam und wieder untertauchte. Das war alles. Schiffer liefen herbei, aber sie konnten die Leiche nicht finden. Lüg kehrte allein zur Kaserne zurück. Er lief spornstreichs und erzählte ganz verstört das Unglück, Tränen in den Augen mit erstickter Stimme, während er sich ab und zu schnaubte. Er beugte sich weit, weit, daß ihn der Kopf ganz herunterzog und und da fällt er, da fällt er. Mehr konnte er nicht sagen, so überwältigte ihn die Rührung. Wenn er gewußt hätte! Die beiden kleinen Soldaten Gelesen von Hokus-Pokus Die verrückte von Guy de Maupassant Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wissen Sie, sagte Herr Matthias von Endolan, bei den Schnepfen fällt mir eine recht traurige Geschichte aus dem Kriege ein. Sie kennen doch meine Besitzung in der Vorstadt Cormey. Als ich mich gerade dort auffiel, marschierten die Preußen ein. Neben mir wohnte damals eine Art von Verrückte, deren Geist durch verschiedene Schicksalsschläge umnachtet war. Sie hatte vor langer Zeit, als sie 25 Jahre alt gewesen, im Laufe eines einzigen Monats ihren Vater, ihren Mann und ihr neugeborenes Kind verloren. Wenn der Tod einmal in ein Haus getreten ist, kehrt er fast immer sehr bald wieder zurück, wie wenn er sich die Tür gemerkt hätte. Die unglückliche junge Frau war durch den Kummer so gebeugt, dass sie bettlägerig war und sechs Wochen lang im hitzigen Fieber lag. Dann folgte auf die heftige Krise eine Art von ruhiger Gleichgültigkeit. Sie rührte sich nicht, aß kaum und bewegte nur die Augen. Wenn man sie veranlassen wollte, aufzustehen, so brüllte sie, als ob es ihr ans Leben ging. Man ließ sie also liegen und zog sie nur aus dem Bett, um sie zu waschen und ihre Matratze zu wenden. Eine alte Dienerin lebte bei ihr, die ihr ab und zu zu trinken und ein wenig kaltes Fleisch zu essen gab. Was ging in dieser verzweifelten Seele vor? Man hat es nie erfahren, denn sie sprach nicht mehr. Dachte sie an die Toten? Träumte sie traurig vor sich hin, ohne bestimmte Erinnerung? Oder blieb ihr zerstörter Geist unbeweglich wie ein stehendes Gewässer? Fünfzehn Jahre lang blieb sie so, ohne sich zu rühren. in sich verschlossen. Da kam der Krieg und in den ersten Dezembertagen drangen die Preußen in Cormey ein. Ich erinnere mich dessen, als wäre es gestern gewesen. Es war eine Kälte, dass die Steine platzten. Ich lag im Lehnstuhl ausgestreckt und konnte mich wegen der Gicht nicht bewegen, als ich ihren schweren, gleichmäßigen Marschschritt hörte und von meinem Fenster aus sie vorüberziehen sah. Sie folgten in endlosen Reihen einer wie der andere in jenen steifen, Hampelmann-artigen Bewegungen, die ihnen eigen sind. Dann wurden sie durch die Vorgesetzten in die Quartiere verteilt. Ich bekam siebzehn Mann, meine Nachbarin die verrückte Zwölf. Darunter befand sich ein Offizier, ein jähzorniger, roher Trunkenbold. Während der ersten Tage ging alles am Schnürchen. Man hatte dem Offizier gesagt, dass die Dame des Hauses krank sei und er kümmerte sich nicht weiter um sie. Aber bald machte ihn diese Frau, die man niemals erblickte, wütend und er erkundigte sich, was ihr fehle. Man antwortete, seine Wirtin sei seit fünfzehn Jahren bettlägerig infolge eines schweren Leides. Offenbar glaubte er nicht daran und bildete sich ein, dass die arme Verrückte aus Hochmut ihr Bett nicht verlasse, um die Preußen nicht empfangen zu müssen, nicht mit ihnen zu sprechen und nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Er verlangte, dass sie ihn empfange. Man ließ ihn eintreten. Und er sagte kurz angebunden, ich muss sie bitten, aufzustehen und herunterzukommen, dass man sie wenigstens sieht. Sie blickte ihn mit irren, gedankenleeren Augen an und antwortete nicht. Da fing er wieder an, ich dulde keinen Widerstand, wenn sie nicht freiwillig aufstehen, so werde ich schon Mittel und Wege finden, sie auf die Beine zu bringen. Sie machte keine Bewegung und blieb immer unbeweglich, wie sie war, als sähe sie ihn gar nicht. Da ward er wütend, denn er nahm diese schweigende Ruhe für den Ausdruck größter Verachtung. Und nun fügte er hinzu, wenn sie morgen nicht unten sind, dann ging er davon. Am anderen Morgen wollte die erschrockene alte Dienerin die Verrückte anziehen, aber sie wehrte sich und fing an zu brüllen. Der Offizier kam eiligst herauf und die Dienerin warf sich ihm zu Füßen und rief, Sie will nicht, Herr Offizier, Sie will nicht, vergeben Sie ihr, doch sie ist ja so unglücklich. Der Soldat war verlegen und wagte trotz seines Zornes nicht, sie durch seine Leute aus dem Bett ziehen zu lassen. Aber plötzlich fing er an zu lachen und gab auf Deutsch ein paar Befehle. Kurz darauf kam aus dem Hause eine Abteilung Soldaten, die eine Matratze schleppten, wie man einen Verwundeten trägt. In diesem Bett, das man gelassen, wie es war, lag die Verrückte ohne ein Wort zu sprechen, ganz ruhig, ganz gleichgültig gegen alles, was um sie vorging, da man sie liegen ließ. Hinter dreien schritt ein Mann, der ein Bündel Kleidungsstücke trug. Und der Offizier sagte, indem er sich die Hände rieb, Wenn Sie sich nicht allein anziehen können, so werden wir es tun und einen kleinen Spaziergang machen. Dann sah man den Zug sich entfernen, in der Richtung nach dem Walde von Immovil. Zwei Stunden später kamen die Soldaten allein zurück. Man hat die Verrückte nicht wiedergesehen. Was hatten sie mit ihr gemacht? Wohin haben sie sie getragen? Man erfuhr es niemals. Jetzt fiel der Schnee Tag und Nacht und begrub Felder und Wälder unter seinem eisigen Leichentuch. Man hörte die Wölfe an den Türen heulen. Der Gedanke an diese verschwundene Frau quälte mich und ich tat bei dem preußischen Kommando Schritte, um etwas darüber zu erfahren. Sie hätten mich bald totgeschossen. Der Frühling kehrte zurück. Die Einquartierung war fort. Das Haus meiner Nachbarin blieb verschlossen. Dichtes Gras wuchs auf den Wegen im Garten. Die alte Dienerin war während des Winters gestorben. Niemand kümmerte sich mehr um die ganze Geschichte. Nur ich musste immer daran denken. Was hatten sie mit der Frau angestellt? War sie im Walde entflohen? Hatte man sie irgendwo aufgenommen und in einem Krankenhaus behalten, ohne dass man aus ihr hatte herausbekommen können, wer und woher sie sei? Kein Licht fiel in meinen dunklen Zweifel, aber allmählich milderte die Zeit meine Herzensangst. Da strichen im folgenden Herbst die Schnäpfen in großen Zügen vorüber, und da meine Gicht mir ein wenig Ruhe ließ, schleppte ich mich zum Walde. Ich hatte schon vier oder fünf der lang geschnäbelten Vögel erlegt, als ich einen schoss, der in ein Loch fiel, das mit Zweigen bedeckt war. Ich musste hinabsteigen, um das Tier zu suchen, und ich fand es neben einem Totenkopf. Und plötzlich mit einem Mal kam mir die Erinnerung an die Verrückte. In dem Schreckensjahr waren wohl viele andere noch hier im Walde gestorben, aber ich weiß nicht, warum, ich wußte bestimmt, ganz bestimmt kann ich Ihnen nur sagen, dass dies der Kopf der armen Verrückten war. Und plötzlich verstand ich, begriff ich alles. Sie hatten sie auf der Matratze im kalten, einsamen Wald liegen lassen, und immer befangen von ihrer fixen Idee hatte sie keinen Versuch zu ihrer Rettung gemacht und war unter der dichten, leichten Schneemasse gestorben, ohne einen Arm oder ein Bein zu regen. Dann mochten die Wölfe sie gefressen haben, und die Vögel hatten ihr Nest ausgefüttert mit den Überresten ihrer zerrissenen Matratze. Ich habe die traurigen Gebeine behalten und bete zum Himmel, dass unsere Söhne niemals einen Krieg erleben möchten. Ende von Die Verrückte Gelesen von Hokus Pokus Die beiden Freunde waren mit dem Essen fertig. Aus dem Fenster des Restaurants sahen sie auf das Menschengewühl des Boulevards. Sie fühlten den lauen Hauch, der durch Paris streicht, in jenen milden Sommernächten, der die Spaziergänger zum Himmel aufschauen lässt, ihnen die Sehnsucht weckt. Fort, hinaus, wer weiß wohin, irgendwo unter ein Blätterdach und Träumen von mondbeglänzten Gestaden, Leuchtkäfern und Nachtigallengesang. Einer von beiden, Heinrich Simon, sagte mit einem tiefen Seufzer, Ach, ich werde alt, das ist traurig. Früher hatte ich an solchen Abenden den Däubel im Leib. Heute fühle ich nichts mehr als Bedauern. Das Leben geht schnell dahin. Er war schon ein wenig stark geworden für seine etwa 45 Jahre und hatte eine große Klatze. Der andere, Peter Carnier, meine Kleinigkeit älter, aber magerer und lebhafter, meinte, Ich, mein Lieber, bin älter geworden, ohne es im Mindesten zu merken. Ich war immer lustig, kräftig, obenauf und so weiter, und da man sich täglich im Spiegel sieht, merkt man nicht die Arbeit, die das beginnende Alter an uns vollzieht. Denn es ist eine regelmäßige, langsame Arbeit und verändert das Gesicht so allmählich, dass man es kaum wahrnimmt. Und nur deshalb sterben wir nicht vor Verzweiflung, wenn diese Verwüstung erst zwei, drei Jahre gedauert hat, denn wir können sie eben nicht beurteilen. Um sie zu merken, müsste man sich einmal sechs Monate lang nicht ansehen. Da würde man schön erschrecken. Und die Frauen, mein Lieber, ach Gott, die bedauere ich so sehr, arme Wesen. Ihr ganzes Glück, ihre ganze Macht liegt in ihrer Schönheit, und die dauert zehn Jahre. Ich bin also eigentlich alt geworden, ohne es zu merken, und als ich bald an den 50 war, hielt ich mich beinahe für einen Jüngling. Ich fühlte keine Gebrechen des Alters irgendwelcher Art, ich ging ruhig und glücklich meinen Weg. Die Entdeckung aber, dass ich alt wurde, kam mir auf ganz einfache, schreckliche Art, eine Art, die mich ein halbes Jahr lang ganz unglücklich gemacht hat. Dann habe ich mich daran gewöhnt. Wie alle Männer bin ich oft verliebt gewesen, aber einmal am meisten. Ich habe sie an der See getroffen, in Etretar. Es mag schon zwölf Jahre her sein, bald nach dem Kriege. Es gibt nichts Schöneres als frühmorgens zur Badezeit dieser Strand. Er ist klein, rund wie ein Hufeisen, von hohen, weißen, durchbrochenen Felsen umgeben, von jenen seltsamen Riffen, die man Toren nennt, eines riesig, das seinen gewaltigen Fuß bis ins Meer hinaus setzt, ein anderes gegenüber, niedrig und rund. Die Damen baden alle an dem einen Fleck auf dieser schmalen Zunge, und dort ist immer ein lachender Blumengarten von Toiletten, von hohen Felsen umrahmt. Die Sonne strahlt heiß auf den Strand, auf die Sonnenschirme aller Farben, auf das blaue Meer, und das ist alles so heiter, reizend und tut den Augen wohl. Man setzt sich in die Nähe des Wassers und sieht den Badenden zu, sie gehen zum Wasser in einem Flanellmantel eingehüllt, den sie, sobald sie den Schaum der Wellen erreichen, mit netter, hübscher Bewegung abwerfen. Dann eilen sie ins Wasser mit kleinen, schnellen Schritten und halten manchmal in köstlichem, kurzen Zusammenschauern inne. Die Prüfung im Bad halten nur wenige aus. Da kann man sie beurteilen von den Waden bis zum Busen. Für die Schlechtgemachten ist das Verlassen des Wassers das Schlimmste, obgleich das Meerwasser weiches Fleisch sehr festigt. Das erste Mal, dass ich so diese junge Frau sah, war ich entzückt und sofort in Banden geschlagen. Sie hielt sich gut, sie bestand die Prüfung. Und dann gibt es Gesichter, deren Reiz uns ganz plötzlich mit einem Schlage gefangen nimmt. Es ist, als fände man die Frau, die zu lieben Mann geboren ist. Dies jehe Gefühl hatte ich. Ich ließ mich vorstellen und war bald verliebt wie noch nie. Sie zehrte an meinem Herzen, es ist etwas Schreckliches und doch Köstliches, so von einer Frau beherrscht zu sein. Es ist beinahe eine Qual und zu gleicher Zeit doch ein unsagbares Glück. Ihr Blick, ihr Lächeln, das Haar in ihrem Nacken, wenn es der Wind kräuselt, alle kleinsten Züge ihres Gesichts, die geringste Bewegung darin machten mich glücklich, machten mich ganz verrückt. Sie hatte sich durch ihr ganzes Wesen in meine Seele geschlichen, durch ihre Bewegungen, durch ihre Art, sogar durch das, was sie trug, bezauberte sie mich. Ich wurde ganz bewegt, wenn ich nur ihren Schleier auf einem Möbel liegen sah, ihre Handschuhe auf einem Stuhle. Ihre Kleider schienen mir unvergleichlich, niemand trug Hüte wie sie. Sie war verheiratet, aber der Mann kam nur alle Sonnabend und fuhr Sonntag wieder fort. Übrigens war er mir ganz gleichgiltig. Ich war nicht auf ihn eifersüchtig. Ich weiß nicht, warum, nie war mir einer im ganzen Leben so wurscht gewesen. Nie hatte mich jemand weniger erregt als dieser Mann. Und wie liebte ich sie! Oh, wie war sie schön, graziös und jung! Sie war die Schönheit, Eleganz und Grazie selbst. Nie hatte ich so empfunden, ein wie hübsches, feines, vornehmes, zartes Wesen das Weib ist, aus Liebreiz gewoben. Ich hatte noch nie so begriffen, was für verführerische Schönheit im Rund einer Wange liegt, in den Bewegungen der Lippen, in der Bildung eines törichten Organs, das man Nase nennt. Das dauerte so drei Monate. Dann musste ich nach Amerika und war vor Verzweiflung ganz gebrochen. Der Gedanke an sie blieb in mir haften. In der Ferne beherrschte sie mich, wie sie mich in der Nähe in Banden geschlagen. Jahre gingen vorüber, ich vergaß sie nicht. Ihr reizendes Bild stand immer vor meinen Augen und in meinem Herzen. Meine Zärtlichkeit blieb ihr treu. Eine ruhige Zärtlichkeit. Jetzt etwas wie die geliebte Erinnerung an das Schönste und Herrlichste, das ich je in meinem Leben gesehen. Zwölf Jahre sind so wenig im Leben eines Menschen. Man fühlt sie nicht vorübergehen, eins streicht dahin nach dem anderen, langsam und doch schnell, lässig und doch eilig. Jedes ist so lang und doch so bald zu Ende. Und so unerbittlich reihen sie sich aneinander, lassen so wenig Spuren zurück, verlöschen so völlig, und wenn man sich zurückwendet, um einmal die durchlaufende Zeit zu überdenken, weiß man nichts mehr und begreift nicht, wie es nur möglich ist, daß man alt geworden ist. Mir schien es wirklich, als trennten mich nur Monate von jenem reizenden Sommer am Strande von Etretat. Letzten Frühling aß ich bei Freunden in Maison Lafitte. Im Augenblick, als der Zug abfahren wollte, stieg in mein Coupé eine dicke Dame mit vier kleinen Mädchen. Ich warf auf die alte, fette, breite, runde Henne mit einem Vollmondgesicht und bänderreich im Hut keinen Blick. Sie atmete heftig vom schnellen Laufen und die Kinder begannen zu schwatzen. Ich faltete meine Zeitung auseinander und fing an zu lesen. Wir waren eben durchaus näher gekommen, als meine Nachbarin plötzlich sagte, »Erlauben Sie, sind Sie nicht Herr Carnier?« »Jawohl, gnädige Frau.« Da begann sie zu lachen, mit jenem zufriedenen Lachen wie eine ehrbare Frau, aber doch ein wenig traurig. »Sie erkennen mich wohl nicht.« Ich zögerte. »Ich glaubte, in der Tat das Gesicht schon einmal gesehen zu haben, aber wo und wann? Und ich gab zurück, »Ja und nein, ich kenne Sie allerdings, aber ich kann mich auf Ihren Namen nicht besinnen.« Sie errötete ein wenig. Frau Julie Lefebvre. Ich war so erschrocken, daß es mir einen Augenblick war, als wäre mein letztes Stündlein gekommen. Ich fühlte nur, daß von meinen Augen ein Schleier zerriß, daß ich etwas Entsetzliches, Trauriges, Furchtbares entdeckt hatte. Sie war es. Diese dicke, ordinäre Frau, Sie? Und seitdem ich sie nicht gesehen hatte, sie diese vier Sprösslinge in die Welt gesetzt. Und diese kleinen Wesen waren für mich ebenso erstaunlich wie ihre Mutter. Sie kamen von ihr. Sie waren schon groß. Sie nahmen Platz ein in ihrem Leben. Sie aber zählte nicht mehr. Sie, dieses Wunder von Koketterie und Feinheit. Ich hatte sie erst gestern gesehen, schien mir, und so erblickte ich sie wieder. War das nur möglich? Ein jäher Schmerz schnürte mir das Herz zusammen. Eine Empörung gegen die Natur, eine furchtbare Empörung gegen das raue, schreckliche Wirken der Zerstörung, das sie vollführt. Ich sah sie erschrocken an. Dann nahm ich sie bei der Hand und Tränen stiegen mir in die Augen. Ich beweinte ihre Jugend, beweinte ihren Tod, denn ich kannte diese dicke Dame nicht. Sie war auch bewegt und stammelte. Ich habe mich sehr verändert, nicht wahr? Ach Gott, alles nimmt einmal ein Ende. Wissen Sie, ich bin jetzt Mutter geworden, nur Mutter und eine gute Mutter. Adieu, alles Übrige aus. Ach, ich dachte schon, dass sie mich nicht wiedererkennen würden, wenn wir uns jemals wieder treffen. Übrigens haben sie sich auch verändert. Ich brauchte einige Zeit, um meiner Sache sicher zu sein, dass ich mich nicht täuschte. Sie sind ja ganz weiß geworden. Denken Sie mal, zwölf Jahre ist das her, zwölf Jahre. Meine Älteste ist jetzt schon zehn. Ich blickte das Kind an. Ich fand in ihm etwas wieder vom einstigen Reiz ihrer Mutter, aber noch unausgeprägt, etwas Kommendes, und da schien mir das Leben rasend wie ein Eilzug. Wir kamen in Maison Lafitte an. Ich küßte meine alten Freundin in die Hand. Ich hatte nichts gewußt, ihr zu sagen, als schrecklich banale Dinge. Ich war wirklich zu ernüchtert, um reden zu können. Als ich abends allein zu Hause war, blickte ich lange, sehr lange in den Spiegel. Und da erinnerte ich mich endlich an den, der ich einst gewesen. Ich sah in Gedanken mich endlich wieder mit braunem Schnurrbart und schwarzem Haar und dem jugendlichen Ausdruck meines Gesichts. Und jetzt war ich alt. Adieu. Ende von Novellen von Guido Maupassant Übersetzt von Georg von Omteda Gelesen von Hokus Pokus